Hallo, ich bin Li und heute lesen wir die schönsten Märchen von Wilhelm Hauf für Kinder und Erwachsene, den kompletten Märchenalmanach auf das Jahr 1828. Möchtest du keines unserer Hörbücher mehr verpassen? Dann klick einfach gratis und unverbindlich auf Abonnieren und die kleine Glocke. Das Wirtshaus im Spessart Vor vielen Jahren, als im Spessart die Wege noch schlecht und nicht so häufig als jetzt befahren waren, zogen zwei junge Burschen durch diesen Wald. Der eine mochte 18 Jahre alt sein und war ein Zirkelschmied. Der andere ein Goldarbeiter, konnte nach seinem Aussehen kaum 16 Jahre haben und tat wohl jetzt eben seine erste Reise in die Welt. Der Abend war schon heraufgekommen, und die Schatten der riesengroßen Fichten und Buchen verfinsterten den schmalen Weg, auf dem die beiden wanderten. Der Zirkelschmied schritt wacker vorwärts und pfiff ein Lied, schwatzte auch zuweilen mit munter seinem Hund und schien sich nicht viel darum zu kümmern, dass die Nacht nicht mehr fern, desto ferner aber die nächste Herberge sei. Aber Felix, der Goldarbeiter, sah sich oft ängstlich um. Wenn der Wind durch die Bäume rauschte, so war es ihm als höhere Ertritte hinter sich. Wenn das Gesträuch am Wege hin und her wankte und sich teilte, glaubte ihr Gesichter hinter den Büschen lauernd zu sehen. Der junge Goldschmied war sonst nicht abergläubisch oder mutlos. In Würzburg, wo er gelernt hatte, galt er unter seinen Kameraden für einen unerschrockenen Burschen, dem das Herz am rechten Fleck sitze. Aber heute war ihm doch sonderbar zumute. Man hatte ihm vom Spessart so mancherlei erzählt. Eine große Räuberbande sollte dort ihr Wesen treiben, viele Reisende waren in den letzten Wochen geplündert worden, ja, man sprach sogar von einigen gräulichen Mordgeschichten, die vor nicht langer Zeit dort vorgefallen seien. Da war ihm nun doch etwas Bange für sein Leben, denn sie waren ja nur zu zweit und konnten gegen bewaffnete Räuber gar wenig ausrichten. Oft geräute es ihn, dass er dem Zirkelschmied gefolgt war, noch eine Station zu gehen, statt am Eingang des Waldes über Nacht zu bleiben. Und wenn ich heute Nacht totgeschlagen werde und um Leben und alles komme, was ich bei mir habe, so ist es nur deine Schuld, Zirkelschmied, denn du hast mich in diesen schrecklichen Wald hereingeschwätzt. »Sei kein Hasenfuß«, erwiderte der andere, »ein rechter Handwerksbursche soll sich eigentlich gar nicht fürchten. Und was meinst du denn? Meinst du, die Herren Räuber im Spessart werden uns die Ehre antun, uns zu überfallen und totzuschlagen? Warum sollten sie sich diese Mühe geben? Etwa wegen meines Sonntagsrocks, den ich im Ranzen habe? Oder wegen des Zierpfennigs von einem Thaler? Da muss man schon mit Vieren fahren, in Gold und Seide gekleidet sein, wenn sie es der Mühe wert finden, einen Tod zu schlagen.« »Halt! Hörst du nicht etwas pfeifen im Wald?« rief Felix ängstlich. »Das war der Wind, der um die Bäume pfeift. Geh nur rasch vorwärts, lange kann es nicht mehr dauern.« »Ja, du hast gut Reden wegen des Totschlagens«, fuhr der Goldarbeiter fort. »Dich fragen sie, was du hast, durchsuchen dich und nehmen dir allenfalls den Sonntagsrock und den Gulden und dreißig Kreuzer. Aber mich, mich schlagen sie gleich anfangs tot, nur weil ich Gold und Geschmeide mit mir führe.« »Ei, warum sollten sie dich totschlagen deswegen?« Kämen jetzt vier oder fünf dort aus dem Busch mit geladenen Büchsen, die sie auf uns anlegten, und fragten ganz höflich, »Ihr Herren, was habt ihr bei euch?« »Und, macht es euch bequem, wir wollen's euch tragen helfen.« »Und, was dergleichen anmutige Redensarten sind, ach, da wärst du wohl kein Tor, macht es dein Ränzchen auf und legt es die gelbe Weste, den blauen Rock, zwei Hemden und alle Halsbänder und Armbänder und Kämme, und, was du sonst noch hast, höflich auf die Erde, und bedanktest dich fürs Leben, das sie dir schenkten.« »So, meinst du«, entgegnete Felix sehr eifrig, »den Schmuck für meine Frau Pate, die vornehme Gräfin soll ich hergeben? Eher mein Leben, eher lasse ich mich in kleine Stücke zerschneiden. Hat sie nicht Mutterstelle an mir vertreten und seit meinem zehnten Jahr mich aufziehen lassen? Hat sie nicht die Lehre für mich bezahlt und Kleider und alles, und jetzt, da ich sie besuchen darf und etwas mitbringe von meiner eigenen Arbeit, das sie beim Meister bestellt hat, jetzt, da ich ihr an dem schönen Geschmeide zeigen könnte, was ich gelernt habe, jetzt soll ich das alles hergeben und die gelbe Weste dazu, die ich auch von ihr habe? »Nein, lieber sterben, als dass ich den schlechten Menschen meiner Frau Pate Geschmeide gebe.« »Ach, sei kein Narr«, rief der Zirkelschmied, »wenn sie dich totschlagen, bekommt die Frau Gräfin den Schmuck dennoch nicht. Drum ist es besser, du gibst ihn her und erhältst dein Leben.« Felix antwortete nicht. Die Nacht war jetzt ganz heraufgekommen, und bei dem ungewissen Schein des Neumonds konnte man kaum fünf Schritte vor sich sehen. Er wurde immer ängstlicher, hielt sich näher an seinen Kameraden und war mit sich uneinig, ob er seine Reden und Beweise billigen sollte oder nicht. Noch eine Stunde beinahe waren sie fortgegangen, daher blickten sie in der Ferne ein Licht. Der junge Goldschmied meinte aber, man dürfe nicht trauen, vielleicht könnte es ein Räuberhaus sein, aber der Zirkelschmied belehrte ihn, dass die Räuber ihre Häuser und Höhlen unter der Erde haben, und dies müsse das Wirtshaus sein, das ihn ein Mann am Eingang des Waldes beschrieben. Es war ein langes, aber niedriges Haus, ein Karren stand davor, und nebenan im Stalle hörte man Pferde wieren. Der Zirkelschmied winkte seinen Gesellen an ein Fenster, dessen Laden geöffnet waren. Sie konnten, wenn sie sich auf die Zehen stellten, die Stube übersehen. Am Ofen in einem Armstuhl schlief ein Mann, der seiner Kleidung nach ein Fuhrmann und wohl auch der Herr des Karrens vor der Türe sein könnte. Auf der anderen Seite des Ofens stand ein Weib und ein Mädchen und Spann. Hinter dem Tisch an der Wand saß ein Mann, der ein Glas Wein vor sich, den Kopf in die Hände gestützt hatte, so dass sie sein Gesicht nicht sehen konnten. Der Zirkelschmied aber wollte aus seiner Kleidung bemerken, dass es ein vornehmer Herr sein müsse. Als sie noch so auf der Lauer standen, schlug ein Hund im Hause ran. Munter, das Zirkelschmiedshund, antwortete, und eine Magd erschien in der Türe und schaute nach den Fremden heraus. Man versprach ihnen, Nachtessen und Betten geben zu können, und sie traten ein und legten die schweren Bündel, Stock und Hut in die Ecke und setzten sich zu dem Herrn am Tische. Dieser richtete sich bei ihrem Gruße auf, und sie erblickten einen feinen jungen Mann, den freundlich für ihren Gruß dankte. »Ihr seid spät auf der Bahn«, sagte er. »Habt ihr euch nicht gefürchtet, in so dunkler Nacht durch den Spässer zu reisen? Ich für meinen Teil habe lieber mein Pferd in dieser Schenke eingestellt, als dass ich nur noch eine Stunde geritten wäre.« »Da habt ihr allerdings recht gehabt, Herr«, erwiderte der Zirkelschmied, »der Hufschlag eines schönen Pferdes ist Musik in den Ohren dieses Gesindels und lockt sie auf eine Stunde weit. Aber wenn ein paar arme Burschen wie wir durch den Wald schleichen, Leute, welchen die Räuber ihr selbst etwas schenken könnten, ach, da heben sie keinen Fuß auf.« »Mor, das ist wohl wahr«, entgegnete der Fuhrmann, der durch die Ankunft der Fremden erweckt, auch an den Tisch getreten war. »Einem armen Mann können sie nicht viel anhaben, seines Geldes willen, aber man hat Beispiele, dass sie arme Leute nur aus Mordlust niederstießen oder sie zwangen, unter die Bande zu treten und als Räuber zu dienen.« »Nun, wenn es so aussieht mit diesen Leuten im Wald«, bemerkte der junge Goldschmied, »so wird uns wahrhaftig auch dieses Haus wenig Schutz gewähren. Wir sind nur zu viert und mit dem Hausknecht fünf. Wenn es ihnen einfällt, zu zehnt uns zu überfallen, was können wir gegen sie, und überdies«, setzte er leise und flüsternd hinzu, »wer steht uns dafür, dass diese Wirtsleute ehrlich sind?« »Da hat es gute Wege«, erwiderte der Fuhrmann, »ich kenne diese Wirtschaft seit mehr als zehn Jahren und habe nie etwas Unrechtes darin verspürt. Der Mann ist selten zu Hause, man sagt, er treibe Weinhandel. Die Frau aber ist eine stille Frau, die niemand Böses will. Nein, dieser tut ihr Unrecht, Herr.« »Und doch«, nahm der Junge vornehme Herr das Wort, »doch möchte ich nicht ganz so verwerfen, was er gesagt. Erinnert euch an die Gerüchte von jenen Leuten, die in diesem Wald auf einmal spurlos verschwunden sind. Mehrere davon hatten vorher gesagt, sie würden in diesem Wirtshaus übernachten, und als man nach zwei oder drei Wochen nichts von ihnen vernahm, ihrem Weg nachforschte und auch hier im Wirtshaus nachfragte, da soll nun keiner gesehen worden sein. »Ach, verdächtig ist es doch.« »Weiß Gott«, rief der Zirkelschmied, »da handelten wir ja vernünftiger, wenn wir unter dem nächsten Baum unser Nachtlager nehmen, als hier in diesen vier Wänden, wo an kein Entspringen zu denken ist, wenn sie einmal die Türe besetzt haben, denn die Fenster sind vergittert.« Sie waren alle durch diese Reden nachdenklich geworden. Es schien gar nicht unwahrscheinlich, dass die Schenke im Wald, sei es gezwungen oder freiwillig, im Einverständnis mit den Räubern war. Die Nacht schien ihnen daher gefährlich, denn, wie manche Sage, hatten sie gehört von Wanderern, die man im Schlaf überfallen und gemordet hatte. Und sollte es auch nicht an ihr Leben gehen, so war doch ein Teil der Gäste in der Waldschenke von so beschränkten Mitteln, dass ihnen ein Raub an einem Teil ihrer Habe sehr empfindlich gewesen wäre. Sie schauten verdrießlich und düstern ihre Gläser. Der junge Herr wünschte, auf seinem Rost durch ein sicheres, offenes Tal zu traben, der Zirkelschmied wünschte sich zwölf seiner handfesten Kameraden mit Knüppeln bewaffnet als Leibgarde. Felix, der Goldarbeiter, trug Bange mehr um den Schmuck seiner Wohltäterin als um sein Leben. Der Fuhrmann aber, der einige Male den Rauch seiner Pfeife nachdenklich vor sich hingeblasen, sprach leise, »Wir hören, im Schlaf wenigstens sollen sie uns nicht überfallen. Ich für meinen Teil will, wenn nur noch einer mit mir hält, die ganze Nacht wach bleiben.« »Das will ich auch, ich auch«, riefen die drei Übrigen. »Schlafen kann ich doch nicht«, setzte der junge Herr hinzu. »Nun, so wollen wir etwas treiben, dass wir wach bleiben«, sagte der Fuhrmann. »Ich denke, weil wir doch gerade zu viert sind, können wir Karten spielen. Das hält wach und vertreibt die Zeit.« »Ich spiele niemals Karten«, erwiderte der junge Herr. »Darum kann ich wenigstens nicht mithalten.« »Und ich kenne die Karten gar nicht«, setzte Felix hinzu. »Was können wir denn aber anfangen, wenn wir nicht spielen«, sprach der Zirkelschmied. »Singen? Das geht nicht, und würde nur das Gesindel herbeilocken. Einander Rätsel und Sprüche aufgeben zum Erraten? Das dauert auch nicht lange. Wisst ihr was? Wie wäre es, wenn wir uns etwas erzählten? Lustig oder ernsthaft, wahr oder erdacht, es hält doch wach und vertreibt die Zeit so gut wie Kartenspiel.« »Ich bin's zufrieden, wenn ihr anfangen wolltet«, sagte der junge Herr. »Ihr Herren vom Handwerk kommt in allen Ländern herum und könnet schon etwas erzählen. Hat doch jede Stadt ihre eigenen Sagen und Geschichten.« »Ja, ja, man hört manches«, erwiderte der Zirkelschmied. »Dafür studieren Herren wie ihr fleißig in den Büchern, wo gar wundervolle Sachen geschrieben stehen. Da wüsstet ihr noch Klügeres und Schöneres zu erzählen als ein schlichter Handwerksbursche wie unser einer. Ich müsste alles trügen, oder ihr seid ein Student, ein Gelehrter.« »Ein Gelehrter nicht«, lächelte der junge Herr, »wohl aber ein Student und will in den Ferien nach der Heimat reisen. Doch was in unseren Büchern steht, eignet sich weniger zum Erzählen als was ihr hier und dort gehöret. Darum hebet immer an, wenn anders diese da gerne zuhören.« »Noch höher als Kartenspiel«, erwiderte der Fuhrmann, »gilt bei mir, wenn einer eine schöne Geschichte erzählt. Oft fahre ich auf der Landstraße lieber im elendesten Schritt und höre einem zu, der nebenher geht und etwas Schönes erzählt. Manchen habe ich schon im schlechten Wetter auf den Karren genommen, unter der Bedingung, dass er etwas erzähle, und einen Kameraden von mir habe ich, glaube ich, nur deswegen so lieb, weil er Geschichten weiß, die sieben Stunden lang und länger dauern.« »So geht es auch mir«, setzte der junge Goldarbeiter hinzu, »erzählen höre ich für mein Leben gerne, und mein Meister in Würzburg musste mir die Bücher ordentlich verbieten, dass ich nicht so viel Geschichten las und die Arbeit darüber vernachlässigte. »Darum, gib mir etwas Schönes preis, Zirkelschmied, ich weiß, du könntest erzählen von jetzt an, bis es Tag wird, ehe dein Vorrat ausginge.« Der Zirkelschmied trank, um sich zu seinem Vortrag zu stärken, und hob dann also an. Die Sage vom Hirschgulden In Oberschwaben stehen noch heutzutage die Mauern einer Burg, die einst die stattlichste der Gegend war, Ohnzollern. Sie erhebt sich auf einem runden, steilen Berg, und von ihrer schroffen Höhe sieht man weit und frei ins Land. So weit und noch viel weiter, als man diese Burg im Land umhersehen kann, war das tapfere Geschlecht der Zollern gefürchtet, und ihren Namen kannte und ehrte man in allen deutschen Ländern. Nun lebte vor vielen hundert Jahren, ich glaube, das Schießpulver war noch nicht einmal erfunden, auf dieser Feste ein Zollern, der von Natur ein sonderbarer Mensch war. Man konnte nicht sagen, dass er seine Untertanen hart gedrückt oder mit seinen Nachbarn in Fede gelebt hätte, aber dennoch traute ihm niemand über den Weg, ob seinem finsteren Auge, seiner krausen Stirne und seinem einsilbigen, mürrischen Wesen. Es gab wenige Leute außer dem Schlossgesinde, die ihn je hatten ordentlich sprechen hören wie andere Menschen, denn wenn er durch das Tal ritt, einer ihm begegnete und schnell die Mütze abnahm, sich hinstellte und sagte, »Guten Abend, Herr Graf, heute ist es schönes Wetter«, so antwortete er, »Dummes Zeug« oder »Weiß schon«. Hatte aber einer etwas nicht recht gemacht für ihn oder seine Rosse oder begegnete ihm ein Bauer im Hohlweg mit dem Karren, dass er auf seinem Rappen nicht schnell genug vorüberkommen konnte, so entlud sich sein Ingrimm in einem Donner von Flüchen. Doch hat man nie gehört, dass er bei solchen Gelegenheiten einen Bauern geschlagen hätte. In der Gegend aber hieß man ihn »Das böse Wetter von Zollern«. Das böse Wetter von Zollern hatte eine Frau, die der Widerpart von ihm und so mild und freundlich war wie ein Maitag. Oft hatte sie Leute, die ihr Eheherr durch harte Reden beleidigt hatte, durch freundliche Worte und ihre gütigen Blicke wieder mit ihm ausgesöhnt. Den Armen aber tat sie Gutes, wo sie konnte, und ließ es sich nicht verdrießen, sogar im heißen Sommer oder im schrecklichsten Schneegestöber den steilen Berg herabzugehen, um arme Leute oder kranke Kinder zu besuchen. Begegnete ihr auf solchen Wegen der Graf, so sagte er mürrisch »Nu weiß schon, dummes Zeug«. Manch andere Frau hätte dieses mürrische Wesen abgeschreckt oder eingeschüchtert. Die eine hätte gedacht »Was gehen mich die armen Leute an, wenn mein Herr sie für dummes Zeug hält«, die andere hätte vielleicht aus Stolz oder Unmut die Liebe gegen einen so mürrischen Gemahl erkalten lassen. Doch nicht also Frau Hedwig von Zollern. Die liebte ihn nach wie vor, suchte mit ihrer schönen weißen Hand die Falten von seiner braunen Stirn zu streichen und liebte und ehrte ihn. Als aber nach Jahr und Tag der Himmel ein junges Gräflein zum Angebinde bescherte, liebte sie ihren Gatten nicht minder, indem sie ihrem Söhnlein dennoch alle Pflichten einer zärtlichen Mutter erzeigte. Drei Jahre lang verging, und der Graf von Zollern sah seinen Sohn nur alle Sonntage nach Tische, wo er ihm von der Amme dargereicht wurde. Er blickte ihn dann unverwandt an, brummte etwas in den Bart und gab ihn der Amme zurück. Als der Kleine jedoch Vater sagen konnte, schenkte der Graf der Amme einen Gulden. Dem Kinde machte er kein fröhlicher Gesicht. An seinem dritten Geburtstag aber ließ der Graf seinem Sohn die ersten Höslein anziehen und kleidete ihn prächtig in Samt und Seide. Dann befahl er, seinen Rappen und ein anderes schönes Pferd vorzufahren, nahm den Kleinen auf den Arm und fing an, mit klirrenden Sporen die Wendeltreppe hinabzusteigen. Frau Hedwig erstaunte, als sie dies sah. Sie war sonst gewohnt, nicht zu fragen, wo aus und wann heim, wenn er ausritt, aber diesmal öffnete die Sorge um ihr Kind ihre Lippen. »Wollet ihr ausreiten, Herr Graf?« sprach sie. Er gab keine Antwort. »Wozu denn den Kleinen?« fragte sie weiter. »Kuno wird mit mir spazieren gehen.« »Weiß schon!« entgegnete das böse Wetter von Zollern und ging weiter. Und, als er im Hof stand, nahm er den Knaben bei einem Füßlein, hob ihn schnell in den Sattel, band ihn mit einem Tuch fest, schwang sich selbst auf den Rappen und trabte zum Burgtore hinaus, indem er den Zügel vom Rosse seines Söhnleins in die Hand nahm. Dem Kleinen schien es anfangs großes Vergnügen zu gewähren, mit dem Vater den Berg hinabzureiten. Er klopfte in die Hände, er lachte und schüttelte sein Röstlein an den Mähen, damit es schneller laufen sollte, und der Graf hatte seine Freude daran, rief auch einige Male, »Kommst ein wackerer Bursche werden!« Als sie aber in die Ebene angekommen waren und der Graf statt Schritt Trab anschlug, da verging dem Kleinen die Sinne. Er bat anfangs ganz bescheiden, sein Vater möchte langsamer reiten, als es aber immer schneller ging und der heftige Wind dem armen Kuno beinahe den Atem nahm, da fing er an, still zu weinen, wurde immer ungeduldiger und schrie am Ende aus Leibeskräften. »Du weißt schon, dummes Zeug!«, fing jetzt sein Vater an. »Holt der Junge beim ersten Ritt, schweig, oder?« Doch den Augenblick, als er mit einem Fluche sein Söhnlein aufmuntern wollte, bondte sich sein Ross. Der Zügel des Anderen entfiel seiner Hand, er arbeitete sich ab, Meister seines Tieres zu werden, und als er es zur Ruhe gebracht hatte und sich ängstlich nach seinem Kind umsah, erblickte er dessen Pferd, wie es ledig und ohne den kleinen Reiter der Burg zulief. So ein harter, finsterer Mann der Graf von Zollern sonst war, so überwand doch dieser Anblick sein Herz. Er glaubte nicht anders, als sein Kind liege zerschmettert am Weg, er raufte sich den Bart und jammerte. Aber nirgends, so weit er zurückritt, sah er eine Spur von dem Knaben. Schon stellte er sich vor, das scheu gewordene Ross habe ihn in ein Wassergraben geschleudert, der neben dem Wege lag. Da hörte er von einer Kinderstimme hinter sich seinen Namen rufen, und als er sich flugs umwandte, sieh da, da saß ein altes Weib, unweit der Straße unter einem Baum und wiegte den Kleinen auf ihren Knien. »Wie kommst du zu dem Knaben, alte Hexe?«, schrie der Graf in großem Zorn. »Sogleich bring ihn heran zu mir!« »Ach, nicht zu rasch, nicht zu rasch, euer Gnaden!«, lachte die alte, hässliche Frau. »Könntest sonst auch ein Unglück nehmen auf eurem stolzen Ross, wie ich zu dem Junkerlein kam, fragt ihr?« »Nun, sein Pferd ging durch, und er hing nur noch mit einem Füßchen angebunden, und das Haar streifte fast am Boden. Da hab ich ihn aufgefangen in meiner Schürze.« »Weiß schon!«, rief der Herr von Zollern unmutig. »Gib ihn jetzt her! Ich kann nicht wohl absteigen, das Ross ist wild und könnte ihn schlagen.« »Schenket mir einen Hirschgulden!«, erwiderte die Frau, demütig bittend. »Dummes Zeug!«, schrie der Graf und warf ihr einige Pfennige unter den Baum. »Nein, einen Hirschgulden könnte ich gut brauchen!«, fuhr sie fort. »Was? Hirschgulden? Bist selbst kein Hirschgulden wert!«, eiferte der Graf. »Schnell das Kind her, oder ich hetze die Hunde auf dich!« »So? Bin ich kein Hirschgulden wert?«, antwortete jene mit höhnischem Lächeln. »Na, man wird ja sehen, was von eurem Erbe ein Hirschgulden wert ist. Aber da, die Pfennige behaltet für euch!« Indem sie dies sagte, warf sie die drei kleinen Kupferstöcke dem Grafen zu, und so gut konnte die Alte werfen, dass alle drei ganz gerade in den kleinen Lederbeutel fielen, den der Graf noch in der Hand hielt. Der Graf wusste einige Minuten vor Staunen über diese wunderbare Geschicklichkeit kein Wort hervorzubringen. Endlich aber löste sich sein Staunen in Wut auf. Er fasste seine Büchse, spannte den Hahn und zielte dann auf die Alte. Diese herzte und küßte ganz ruhig den kleinen Grafen, indem sie ihn so vor sich hin hielt, dass ihn die Kugel zuerst hätte treffen müssen. »Bist ein guter, frommer Junge«, sprach sie, »bleibe nur so, und es wird dir nicht fehlen.« Dann ließ sie ihn los, deute dem Grafen mit den Fingern, »Zollern, Zollern, den Hirschgulden bleibt ihr mir noch schuldig«, rief sie und schlich, unbekümmert um die Schimpfworte des Grafen, an einem Buchsbaumbäumchen in den Wald. Konrad, der Knappe, aber stieg zitternd von seinem Ross, hob das Herrlein in den Sattel, schwang sich hinter ihm auf und ritt seinem Gebieter nach, den Schlossberg hinauf. Es war dies das erste und letzte Mal gewesen, dass das böse Wetter von Zollern seinen Söhnlein mitnahm zum Spazierenreiten. Denn er hielt ihn, weil er geweint und geschrien, als die Pferde im Trab ging, für einen weichlichen Jungen, aus dem nicht viel Gutes zu machen sei. Sei nur mit Unlust an, und so oft der Knabe, der seinen Vater herzlich liebte, schmeichelnd und freundlich zu seinen Knien kam, winkte er ihm vorzugehen und rief, »Weiß schon, pff, dummes Zeug!« Frau Hedwig hatte alle bösen Launen ihres Gemahls gerne getragen, aber dieses unfreundliche Benehmen gegen das unschuldige Kind kränkte sie tief. Sie erkrankte mehrere Male aus Schrecken, wenn der finstere Graf den Kleinen wegen irgendeines geringen Fehlers hart abgestraft hatte und starb endlich in ihren besten Jahren, von ihrem Gesinde und der ganzen Umgegend, am schmerzlichsten aber von ihrem Sohn beweint. Von jetzt an wandte sich der Sinn des Grafen nur noch mehr von dem Kleinen ab. Er gab ihn seiner Amme und dem Hauskaplan zur Erziehung, besonders, da er bald darauf wieder ein reiches Fräulein heiratete, die ihm nach Jahresfrist Zwillinge zwei junge Greiflein schenkte. Kunos liebster Spaziergang war zu dem alten Weiblein, die ihm einst das Leben gerettet hatte. Sie erzählte ihm immer vieles von seiner verstorbenen Mutter und wie viel Gutes dieser an ihr getan habe. Die Knechte und Mägde warnten ihn oft, er solle nicht so viel zu der Frau Feldheimerin, so hieß die Alte, gehen, weil sie nichts mehr und nicht weniger als eine Hexe sei. Aber der Kleine fürchtete sich nicht, denn der Schlosskaplan hatte ihn gelehrt, dass es keine Hexen gäbe, und die Sage, dass gewisse Frauen zaubern können und auf der Ofengabel durch die Luft und auf den Brocken reiten, erlogen sei. Zwar sah er bei der Frau Feldheimerin allerlei Dinge, die er nicht begreifen konnte. Des Kunststückchens mit den drei Pfennigen, die sie seinem Vater so geschickt in den Beutel geworfen, erinnerte er sich noch ganz wohl. Auch konnte sie allerhand künstliche Salben und Tränklein bereiten, womit sie Menschen und Vieh heilte, aber das war nicht wahr, was man ihr nachsagte, dass sie eine Wetterpfanne habe, und wenn sie diese über das Feuer hänge, komme ein schreckliches Donnerwetter. Sie lehrte den kleinen Grafen mancherlei, was ihm nützlich war, zum Beispiel allerlei Mittel für kranke Pferde, ein Trank gegen die Hundswut, eine Lockspeise für Fische und viele andere nützliche Sachen. Die Frau Feldheimerin war auch bald seine einzige Gesellschaft, denn seine Amme starb, und seine Stiefmutter kümmerte sich nicht um ihn. Als seine Brüder nach und nach heranwuchsen, hatte Kuno noch ein noch traurigeres Leben als zuvor. Sie hatten das Glück, beim ersten Ritt nicht vom Pferd zu stürzen, und das böse Wetter von Zollern hielt sie daher für ganz vernünftige und taugliche Jungen, liebte sie ausschließlich, ritt alle Tage mit ihnen aus, und lehrte sie alles, was er selbst verstand. Da lernten sie aber nicht viel Gutes. Lesen und schreiben konnte er selbst nicht, und seine beiden trefflichen Söhne sollten sich auch nicht die Zeit damit verderben. Aber schon in ihrem zehnten Jahre konnten sie so grässlich fluchen wie ihr Vater, fingen mit jedem Händel an, vertrugen sich unter sich selbst so schlecht wie ein Hund und ein Kater, und nur wenn sie gegen Kuno einen Streich verüben wollten, verbanden sie sich und wurden Freunde. Ihre Mutter machte das nicht viel Kummer, denn sie hielt es für gesund und kräftig, wenn sich die Jungen balkten, aber dem alten Grafen sagte es eines Tags ein Diener, und der sagte zwar, »Weiß schon, dummes Zeug!«, nahm sich aber dennoch vor, für die Zukunft auf ein Mittel zu sinnen, dass sich seine Söhne nicht gegenseitig totschlugen. Denn die Drohung der Frau Feldheimerin, die in seinem Herzen für eine ausgemachte Hexe hielt, »Na, man wird ja sehen, was von eurem Erbe ein Hirschgulden wert ist«, lag ihm noch immer im Sinn. Eines Tages, da er in der Umgegend seines Schlosses jagte, fielen ihm zwei Berge ins Auge, die ihrer Form wegen wie zu Schlössern geschaffen schienen, und sogleich beschloss er auch, dort zu bauen. Er baute auf dem einen das Schloss Schalksberg, das er nach dem Kleinern der Zwillinge so nannte, weil dieser wegen allerlei böser Streiche längst von ihm den Namen kleiner Schalk erhalten hatte. Das andere Schloss, das er baute, wollte er zunächst Hirschguldenberg nennen, um die Hexe zu verhöhnen, weil sie, sein Erbe, nicht einmal eines Hirschguldens wertachtete. Er ließ es aber bei dem einfacheren Hirschberg bewenden. Und so heißen die beiden Berge noch bis auf den heutigen Tag, und wer die Alp bereist, kann sie sich zeigen lassen. Das böse Wetter von Zollern hatte anfänglich im Sinn, seinem ältesten Sohn Zollern, dem Kleinschalk Schalksberg, und dem anderen Hirschberg im Testament zu vermachen. Aber seine Frau ruhte nicht eher, bis er es änderte. »Der dumme Kuno«, so nannte sie den armen Knaben, weil er nicht so wild und ausgelassen war wie ihre Söhne, »der dumme Kuno ist ohne dies reich genug durch das, was er von seiner Mutter erbte, und er soll auch noch das schöne, reiche Zollern haben? Und meine Söhne sollen nichts bekommen als jeder eine Burg, zu welcher nichts gehört als Wald?« Vergebens stellte er der Graf vor, dass man Kuno billigerweise das Erstgeburtrecht nicht rauben dürfe, aber sie weinte und zankte so lange, bis das böse Wetter, das sonst niemand sich fügte, des lieben Friedenswillen nachgab, und im Testament dem Kleinschalk Schalksberg, Wolf, dem größeren Zwillingsbruder Zollern, und Kuno Hirschberg mit dem Städtchen Balingen verschrieb. Bald darauf, nachdem er also verfügt hatte, fiel er auch in eine schwere Krankheit. Zu dem Arzt, der ihm sagte, dass er sterben müsse, sagte er, »Ich weiß schon.« Und dem Schlosskaplan, der ihn ermahnte, sich zu einem frommen Ende vorzubereiten, antwortete er, »Dummes Zeug!« Und er fluchte und raste fort und starb, wie er gelebt hatte, roh und als ein großer Sünder. Aber sein Leichnam war noch nicht beigesetzt, so kam die Frau Gräfin schon mit dem Testament herbei, sagte zu Kuno, ihrem Stiefsohn spöttisch, »Er möchte jetzt seine Gelehrsamkeit beweisen und selbst nachlesen, was im Testament stehe, nämlich, dass er in Zollern nichts mehr zu tun habe.« Und sie freute sich mit ihren Söhnen über das schöne Vermögen und die beiden Schlösser, die sie ihm, dem Erstgeborenen, entrissen hatten. Kuno fügte sich ohne Murren in den Willen des Verstorbenen, aber mit Tränen nahm er Abschied von der Burg, wo er geboren worden, wo seine gute Mutter begraben lag und wo der gute Schlosskaplan und nah dabei seine einzige alte Freundin, Frau Feldheimerin, wohnte. Das Schloss Hirschberg war zwar ein schönes, stattliches Gebäude, aber es war ihm doch zu einsam und öde, und er wäre bald krank vor Sehnsucht nach Hohenzollern geworden. Die Gräfin und die Zwillingsbrüder, die jetzt achtzehn Jahre alt waren, saßen eines Abends auf dem Söller und schauten den Schlossberg hinab. Da gewahrten sie einen stattlichen Ritter, der zu Pferde heraufritt und dem eine prachtvolle Sänfte von zwei Maultieren getragen und mehrere Knechte folgten. Sie rieten lange hin und her, wer es wohl sein möchte. Da rief endlich der kleine Schalk, »Ei, das ist niemand anders als unser Herr Bruder von Hirschberg.« »Der dumme Kuno«, sprach die Frau Gräfin verwundert, »puh, der wird uns die Ehre antun, uns zu sich einzuladen, und die schöne Sänfte hat er für mich mitgebracht, um mich abzuholen nach Hirschberg. »Nein, pff, so viel Güte und Lebensart hätte ich meinem Herrn Sohn, dem dummen Kuno, nicht zugetraut.« »Eine Höflichkeit ist der anderen wert. Lasset uns hinabsteigen an das Schlosstor, ihn zu empfangen. Macht auch freundliche Gesichter, vielleicht schenkt er uns in Hirschberg etwas, dir ein Pferd und dir ein Hanisch, und den Schmuck seiner Mutter hätte ich schon lange gern gehabt.« »Mäh, geschenkt mag ich nichts von dem dummen Kuno«, antwortete Wolf. »Und ein gutes Gesicht mache ich ihm auch nicht, aber unserem seligen Herrn Vater könnte er meinetwegen bald folgen, dann würden wir Hirschberg erben und alles, und euch, Frau Mutter, wollten wir den Schmuck um billigen Preis ablassen.« »So, du Range«, eiferte sich die Mutter, »abkaufen soll ich euch den Schmuck? Ist das der Dank dafür, dass ich euch Zollern verschafft habe? Kleiner Schalk, nicht wahr? Ich soll den Schmuck umsonst haben?« »Hach, umsonst ist er tot, Frau Mutter«, erwiderte der Sohn lachend, »und wenn es weist, dass der Schmuck so viel wert ist als manches Schloss, so werden wir wohl nicht die Toren sein, in euch um den Hals zu hängen. Sobald Kuno die Augen schließt, reiten wir hinunter, teilen ab, und meinen Pater am Schmuck verkaufe ich. Gebt ihr dann mehr als der Jude, Frau Mutter, so sollt ihr ihn haben.« Sie waren unter diesem Gespräch bis unter das Schlosstor gekommen, und mit Mühe zwang sich die Frau Gräfin, ihren Grimm über den Schmuck zu unterdrücken, denn soeben ritt Graf Kuno über die Zugbrücke. Als er seiner Stiefmutter und seiner Brüder ansichtig wurde, hielt er sein Pferd an, stieg ab und grüßte sie höflich. Denn, obgleich sie ihm viel Leids angetan, bedachte er doch, dass es seine Brüder seien und dass diese böse Frau sein Vater geliebt hatte. »Ei, das ist ja schön, dass der Herr Sohn uns auch besucht,« sagte die Frau Gräfin mit süßlicher Stimme und huldreichem Lächeln. »Wie geht es denn auf dem Hirschberg? Kann man sich dort eingewöhnen, und gar eine Sänfte hat man sich angeschafft? »Ei, und wie prächtig! Es dürfte sich keine Kaiserin darin schämen. Nun wird wohl auch die Hausfrau nicht mehr lange fehlen, dass sie darin im Lande umherreist.« »Habe bis jetzt noch nicht daran gedacht, gnädige Frau Mutter«, erwiderte Kuno, »will mir deswegen andere Gesellschaft zur Unterhaltung ins Haus nehmen, und bin deswegen mit der Sänfte hierher gereist.« »Ei, ihr seid ja gütig und besorgt!« unterbrach ihn die Dame, indem sie sich verneigte und lächelte. »Er kommt doch nicht mehr gut zu Pferde fort,« sprach Kuno ganz ruhig weiter, »der, Pater Josef nämlich, der Schlosskaplan. Ich will ihn zu mir nehmen, er ist mein alter Lehrer, und wir haben es so abgemacht, als ich Zollern verließ. Will auch unten am Berg die alte Frau Feldheimerin mitnehmen. Lieber Gott, sie ist jetzt steinalt und hat mir einst das Leben gerettet, als ich zum ersten Mal ausritt mit meinem seligen Vater. Habe ja Zimmer genug in Hirschberg, und dort soll sie absterben.« Er sprach es und ging durch den Hof, um den Pater Schlosskaplan zu holen. Aber der Junker Wolf biss vor Grimm die Lippen zusammen, die Frau Gräfin wurde gelb vor Ärger, und der kleine Schalk lachte laut auf. »Tja, was gebt ihr für meinen Gaul, den ich von ihm geschenkt kriege?« sagte er. »Bruder Wolf, gib mir dein Hanisch, den er dir gegeben, dafür. Den Pater und die alte Hexe will er zu sich nehmen? Das ist ein schönes Paar, da kann er nun vormittags Griechisch lernen beim Kaplan und Nachmittagsunterricht im Hexen nehmen bei der alten Frau Feldheimerin. Ei, was macht doch der dumme Kuno für Streiche!« »Er ist ein ganz gemeiner Mensch«, erwiderte die Frau Gräfin. »Und du sollst nicht darüber lachen, kleiner Schalk? Das ist eine Schande für die ganze Familie, und man muss sich ja schämen vor der ganzen Umgegend, wenn es heißt, der Graf von Zollern hat die alte Hexe, die Feldheimerin abgeholt, in einer prachtvollen Sänfte, und Maulesel dabei, und lässt sie bei sich wohnen.« »Das hat er von seiner Mutter, die war auch immer so gemein mit kranken und schlechtem Gesindel. Ach, sein Vater würde sich im Sarg wenden, wüsste er es.« »Ja«, besetzte der kleine Schalk hinzu, »der Vater würde noch in der Gruft sagen, »weiß schon, dummes Zeug.« »Wahrhaftig, da kommt er mit dem alten Mann und schämt sich nicht, ihn selbst unter dem Arm zu fahren«, rief die Frau Gräfin mit Entsetzen, »kommt, ich will ihm nicht mehr begegnen!« Sie entfernten sich, und Kuno geleitete seinen alten Lehrer bis an die Brücke und half ihm selbst in die Sänfte. Unten aber am Berg hielt er vor der Hütte der Frau Feldheimerin und fand sie schon fertig, mit einem Bündel voller Gläschen und Töpfchen und Tränklein und anderem Geräte nebst ihrem Buchsbaumstöcklein einzusteigen. Es kam übrigens nicht also, wie die Frau Gräfin von Zollern in ihrem bösen Sinn hatte voraussehen wollen. In der ganzen Umgegend wunderte man sich nicht über Ritter Kuno, man fand es schön und löblich, dass er die letzten Tage der alten Frau Feldheimerin aufheitern wollte, man pries ihn als einen frommen Herrn, weil er den alten Pater Josef in sein Schloss aufgenommen hatte. Die einzigen, die im Gram waren und auf ihn schmähten, waren seine Brüder und die Gräfin. Aber nur zu ihrem eigenen Schaden, man nahm allgemein ein Ärgernis an so unnatürlichen Brüdern und zur Wiedervergeltung ging die Sage, dass sie mit ihrer Mutter schlecht und in beständigem Hader leben und unter sich selbst sich alles Mögliche zu Leide tun. Graf Kuno von Zollern-Hirschberg machte mehrere Versuche, seine Brüder mit sich auszusöhnen, denn es war ihm unerträglich, wenn sie oft an seiner Feste vorbeiritten, aber nie einsprachen, wenn sie im Wald und Feld ihm begegneten und ihn kälter begrüßten als einen Landfremden. Aber seine Versuche schlugen meist fehl und er wurde überdies noch von ihnen verhöhnt. Eines Tages fiel ihm jedoch ein Mittel ein, wie er vielleicht ihre Herzen gewinnen könnte, denn er wusste, sie waren geizig und habgierig. Es lag ein Teich zwischen den drei Schlössern, beinahe in der Mitte jedoch so, dass er noch im Kunos Revier gehörte. In diesem Teich befanden sich aber die besten Hechte und Karpfen der ganzen Umgegend, und es war für die Brüder, die gerne fischten, ein nicht geringer Verdruss, dass ihr Vater vergessen hatte, den Teich auf ihr teilzuschreiben. Sie waren zu stolz, um ohne Vorwissen ihres Bruders dort zu fischen, und doch mochten sie ihm auch kein gutes Wort geben, dass es ihnen erlauben möchte. Nun kannte er aber seine Brüder, dass ihnen der Teich am Herzen liege. Er lud sie daher eines Tages ein, mit ihm dort zusammenzukommen. Es war ein schöner Frühlingsmorgen, als beinahe in demselben Augenblick die drei Brüder von den drei Burgen dort zusammenkamen. »Ei, sieh da!« rief der kleine Schalk, »das trifft sich ordentlich. Ich bin mit Schlag sieben Uhr von Schalksberg weggeritten.« »Ich auch, und ich«, antworteten die Brüder vom Hirschberg und vom Zollern. »Nun, da muss der Teich hier gerade in der Mitte liegen«, fuhr der kleine fort. »Es ist ein schönes Wasser.« »Ja, und eben darum habe ich euch hierher beschieden. Ich weiß, ihr seid beide große Freunde vom Fischen, und ob ich gleich auch zuweilen gerne die Angel auswerfe, so hat doch der Weiher Fische genug für drei Schlösser und an seinen Ufernist Platz genug für drei, selbst wenn wir alle auf einmal zu angeln kämen. Darum will ich von heute an, dass dieses Gewasser Gemeingut für uns sei, und jeder von euch soll gleiche Rechte haben daran wie ich.« »Hm, Ei! Der Herr Bruder ist ja gewaltig gnädig gesinnt. sprach der kleine Schalk mit höhnischem Lächeln. Tch, das gibt uns wahrhaftig sechs Morgen Wasser und ein paar hundert Fischlein. Nun, was werden wir dagegen geben müssen, denn umsonst ist er tot.« »Umsonst sollt ihr ihn haben«, sagte Kuno. »Ach, ich möchte euch ja nur zuweilen an diesem Teich sehen und sprechen. Sind wir doch eines Vaters Söhne?« »Nein«, entwiderte der vom Schalksberg, »das ginge schon nicht, denn es ist nichts einfältigeres, als in Gesellschaft zu fischen. Es verjagt immer einer dem anderen die Fische. Wollen wir aber Tage ausmachen, etwa Montag und Donnerstag, du, Kuno, Dienstag und Freitag, Wolf, Mittwoch und Sonnabend, ich. So ist es mir ganz recht.« »Mir nicht einmal dann«, rief der finstere Wolf. »Geschenkt will ich nichts haben und will auch mit niemandem teilen. Du hast recht, Kuno, dass du uns den Weiher anbietest, denn wir haben eigentlich alle drei gleichen Anteil daran, aber lasst uns darum würfeln. Wer ihn in Zukunft besitzen soll, meine ich, werde ich glücklicher sein als ihr? So könnt ihr immer bei mir anfragen, ob ihr fischen dürftet.« »Ich würfle nie«, entgegnete Kuno traurig über die Verstocktheit seiner Brüder. »Ja, freilich«, lachte der kleine Schalk, »er ist ja gar fromm und Gottes fürchtig, der Herr Bruder, und hält das Würfelspiel für eine Todsünde. Aber ich will euch was anderes vorschlagen, woran sich der fremste Klausner nicht schämen dürfte. Wir wollen uns Angelschnüre und Haken holen, und wer diesen Magen, bis die Glocke in Zollern zwölf Uhr schlägt, die meisten Fische angelt, der soll den Weiher eigen haben.« »Ich bin eigentlich ein Tor«, sagte Kuno, »um das noch zu kämpfen, was mir mit Recht als Erbe zugehört. Aber damit ihr seht, dass es mir mit der Teilung ernst war, will ich mein Fischgerät holen.« Sie ritten heim, jeder nach seinem Schloss. Die Zwillinge schickten in aller Eile ihre Diener aus, ließen alle alten Steine aufheben, um Würmer zur Lockspeise für die Fische im Teich zu finden. Kuno aber nahm sein gewöhnliches Angelzeug und die Speise, die ihn einst Frau Feldheimerin zubereiten gelehrt, und war der erste, der wieder auf dem Platze erschien. Er ließ, als die beiden Zwillinge kamen, diese die besten und bequemsten Stellen auswählen, und warf dann selbst seine Angel aus. Da war es, als ob die Fische in ihm den Herrn des Teiches erkannt hätten. Ganze Züge von Karpfen und Hechten zogen heran und wimmelten um seine Angel. Die Ältesten und Größten drängten die Kleinen weg, jeden Augenblick zog er einen heraus, und wenn er die Angel wieder ins Wasser warf, sperrten schon zwanzig, dreißig Mäuler auf, um an den spitzigen Haken anzubeißen. Es hatte noch nicht zwei Stunden gedauert, so lag der Boden um ihn her voll der schönsten Fische. Da hörte er auf zu fischen und ging zu seinen Brüdern, um zu sehen, was für Geschäfte sie machten. Der kleine Schalk hatte einen kleinen Karpfen und zwei elende Weißfische, Wolf drei Baben und zwei kleine Gründlinge, und die beiden schauten trübselig in den Teich. Sie konnten die ungeheure Menge die Kuno gefangen gar wohl von ihrem Platz aus bemerken. Als Kuno an seinen Bruder Wolf herankam, sprang dieser halbwütend auf, zerriss die Angelschnur, brach die Rute in Stücke und warf sie in den Teich. »Ich wollte, es wären tausend Haken, die ich hineinwerfe, statt des einen, und an jedem müsste eine von diesen Kreaturen zappeln«, rief er. »Aber mit rechten Dingen geht es nimmer zu, es ist ein Zauberspiel und Hexenwerk. Wie solltest du denn, dummer Kuno, mehr Fische fangen in einer Stunde als ich in einem Jahr?« »Ja, ja, jetzt erinnere ich mich«, fuhr der kleine Schalk fort, »bei der Frau Feldheimerin, bei der schnöden Hexe, hatte das Fischen gelernt, und wir waren Toren, mit ihm zu fischen. Er wird doch bald Hexenmeister werden.« »Ihr schlechten Menschen«, entgegnete Kuno unmutig. »Diesen Morgen habe ich hinlänglich Zeit gehabt, euren Geiz, eure Unverschämtheit und eure Roheit einzusehen. Geht jetzt und kommet nie wieder hierher und glaubet mir, es wäre für eure Seelen besser, wenn ihr nur halb so fromm und so gut wäret, als jene Frau, die ihr eine Hexe schältet.« »Nein, eine eigentliche Hexe ist sie nicht«, sagte der Schalk, spöttisch lachend. »Solche Weiber können wahrsagen, aber Frau Feldheimerin ist so wenig eine Wahrsagerin, als eine ganz ein Schwan werden kann. Hat sie doch dem Vater gesagt, von seinem Erbe werde man einen guten Teil um einen Hirschgulden kaufen können, das heißt, er werde ganz verlumpen. Und doch hat bei seinem Tod alles ihm gehört, soweit man von der Zinne von Zollern sehen kann. Geh, geh, Frau Feldheimerin ist nichts als ein törichtes altes Weib und du, der dumme Kuno!« Nach diesen Worten entfernte sich der Kleine eilig, denn er fürchtete den starken Arm seines Bruders, und Wolf folgte ihm, indem er alle Flüche hersagte, die er von seinem Vater gelernt hatte. In tiefster Seele betrübt ging Kuno nach Hause, denn er sah jetzt deutlich, dass seine Brüder nie mehr mit ihm sich vertragen wollten. Er nahm sich auch ihre harten Worte so sehr zu Herzen, dass er des anderen Tages sehr krank wurde, und nur der Trost des würdigen Pater Josef und die kräftigen Tränklein der Frau Feldheimerin retteten ihn vom Tode. Als aber seine Brüder erfuhren, dass ihr Bruder Kuno schwer da niederliege, hielten sie ein fröhliches Bankett, und im Weinmut sagten sie sich zu, wenn der dumme Kuno sterbe, so solle der, welcher es zuerst erfahre, alle Kanonen lösen, um es dem anderen anzuzeigen, und wer zuerst kanoniere, solle das beste Fass Wein aus Kuno's Keller vorwegnehmen dürfen. Wolf ließ nun von da an immer einen Diener in der Nähe von Hirschberg Wache halten, und der kleine Schalk bestach sogar einen Dienerkonus mit vielem Geld, damit er es ihm schnell anzeige, wenn sein Herr in den letzten Zügen liege. Dieser Knecht aber war seinem milden und frommen Herrn mehr zugetan, als dem bösen Grafen von Schalksberg. Er fragte also eines Abends Frau Feldheimerin teilnehmend nach dem Befinden seines Herrn, und als diese sagte, dass es ganz gut mit ihm stehe, erzählte er ihr den Anschlag, der beiden Brüder, und dass sie Freudenschüsse tun wollten auf des Grafen Kuno's Tod. Darüber ergrimmte die Alte sehr. Sie erzählte es flugs wieder dem Grafen, und als dieser an eine so große Lieblosigkeit seiner Brüder nicht glauben wollte, so riet sie ihm, er solle die Probe machen und es aussprengen lassen, er sei tot, so werde man bald hören, ob sie kanonieren oder nicht. Der Graf ließ den Diener, den sein Bruder bestochen vor sich kommen, befragte ihn nochmals und befahl ihm, nach Schalksberg zu reiten und sein nahes Ende zu verkünden. Als nun der Knecht eilendst den Hirschberg herabritt, sah ihn der Diener des Grafenwolf von Zollern, hielt ihn an und fragte, wohin er so eilendst zu reiten willens sei. »Ach«, sagte dieser, »mein armer Herr wird diesen Abend nicht überleben, sie haben ihn alle aufgegeben.« »So, ist zum diese Zeit«, rief Jena, lief nach seinem Pferd und schwang sich auf und jagte so eilendst nach Zollern und den Schlossberg hinan, dass sein Pferd am Tore niederfiel und er selbst nur noch »Graf Kono stirbt« rufen konnte, er ohnmächtig wurde. Da donnerten die Kanonen von Hohenzollern herab. Graf Wolf freute sich mit seiner Mutter über das gute Fass Wein und das Erbe, den Teich, über den Schmuck und den starken Widerhall, den seine Kanonen gaben. Aber was er für Widerhall gehalten, waren die Kanonen von Schalksberg und Wolf sagte lächelnd zu seiner Mutter, so hat der Kleine auch ein Spion gehabt und wir müssen auch den Wein gleich teilen wie das übrige Erbe. Dann aber saß er zu Pferde, denn er arg wohnte, der kleine Schalk möchte ihm zuvorkommen und vielleicht einige Kostbarkeiten des Verstorbenen wegnehmen, ehe er käme. Aber am Fischteiche begegneten sich die beiden Brüder, und jeder errötete vor dem anderen, weil beide zuerst nach Hirschberg hatten kommen wollen. Von Kuno sprachen sie kein Wort, als sie zusammen ihren sich brüderlich, wie man es in Zukunft halten wolle und wem Hirschberg jetzt gehören solle. Wie sie aber über die Zugbrücke in den Schlosshof ritten, da schaute ihr Bruder wohlbehalten und gesund zum Fenster heraus. Aber Zorn und Unmut sprühten aus seinen Blicken. Die Brüder erschraken sehr, als sie ihn sahen, hielten ihn anfänglich für ein Gespenst und bekreuzigten sich. Als sie aber sahen, dass er rief Wolf, ei, so wollte ich doch, dummes Zeug, ich glaubte, du wärest gestorben. Nun, aufgeschoben ist nicht aufgehoben, sagte der Kleine, der mit giftigen Blicken nach seinem Bruder hinaufschaute. Dieser aber sprach mit donnernder Stimme, von dieser Stunde an sind alle Bande der Verwandtschaft zwischen uns los und ledig. Ich habe eure Freudenschüsse wohl vernommen, aber seht zu, auch ich habe fünf Fällschlangen Hof stehen und habe sie euch zu Ehren scharf laden lassen. Machet, dass ihr aus dem Bereich meiner Kugeln kommt, oder ihr sollt erfahren, wie man auf Hirschberg schießt. Sie ließen es sich nicht zweimal sagen, denn sie sahen ihm an, wie ernst es ihm war. Sie gaben also ihren Pferden die Sporen und hielten einen Wettlauf den Berg hinunter und ihr Bruder schoss eine Stückkugel hinter ihnen her, die über ihren Köpfen wegsauste, als sie beide zugleich eine tiefe und höfliche Verbeugung machten. Er wollte sie aber nur schrecken und nicht verwunden. »Warum hast du denn geschossen?« fragte der kleine Schalk unmutig. »Ich schoss nur, weil ich dich hörte.« »Im Gegenteil, frag nur die Mutter«, erwiderte Wolf. »Du warst es, der zuerst schoss, und du hast diese Schande über uns gebracht, kleiner Dachs!« Der Kleine blieb ihm keinen Ehentitel schuldig, und als sie am Fischteich angekommen waren, gaben sie sich gegenseitig noch die vom alten Wetter von Zollern geerbten Flüche zum Besten und trennten sich in Hass und Unlust. Tags darauf aber machte Kono sein Testament, und Frau Feldheimerin sagte zum Pater, »Ich wollte was wetten, er hat keinen guten Brief für die Kanoniere geschrieben. Aber so neugierig sie war und so oft sie in ihren Liebling drang, er sagte ihr nicht, was im Testament stehe, und sie erfuhr es auch nimmer, denn ein Jahr nachher verschied die gute alte Frau, und ihre Salben und Tränklein halfen ihr nichts, denn sie starb an keiner Krankheit, sondern am 98. Jahr, das auch einen ganz gesunden Menschen endlich unter als ob sie nicht eine arme Frau, sondern seine Mutter gewesen wäre, und es kam ihm nachher noch viel einsamer vor auf seinem Schloss, besonders da der Pater Josef, der Frau Feldheimerin bald folgte. Doch diese Einsamkeit fühlte er nicht sehr lange, der gute Kuno starb schon in seinem 28. Jahr, und böse Leute behaupteten an Gift, das ihm der kleine Schalk beigebracht hatte. Wie dem aber auch sei, einige Stunden nach seinem Tod, vernahm man wieder den Donner der Kanonen und den Zollern und Schalksberg tat man fünfundzwanzig Schüsse. Diesmal hat er doch daran glauben müssen, sagte der Schalk, als sie unterwegs zusammentrafen. Möer, antwortete Wolf, und wenn er noch einmal aufersteht und zum Fenster herausschimpft wie damals, so habe ich eine Büchse bei mir, die ihn höflich und stumm machen soll. Als sie den Schlossberg hinanritten, gesellte sich ein Reiter mit Gefolge zu ihnen, den sie nicht kannten. Sie glaubten, es sei vielleicht ein Freund ihres Bruders und komme, um ihm beizusetzen zu helfen. Daher gebärdeten sie sich kläglich, priesen vor ihm den Verstorbenen, beklagten sein frühes Hinscheiden, und der kleine Schalk presste sich sogar eine Krokodilsträne heraus. Der Ritter antwortete ihnen aber nicht, sondern ritt still und stumm an ihrer Seite den Hirschberg hinauf. »So, jetzt wollen wir es uns bequem machen und weinherbei, Kellermeister vom Besten«, rief Wolf, als er absteg. Sie gingen die Wendeltreppe hinauf und in den Saal. Auch dahin folgte ihnen der stumme Reiter, und als sich die Zwillinge ganz breit an den Tisch gesetzt hatten, zog jener ein Silberstück aus dem Wams, warf es auf den Schiefertisch, dass es umherrollte und klingelte und sprach, »So, und da habt ihr jetzt euer Erbe, und es wird euch just recht sein, ein Hirschgulden.« Da sahen sich die beiden Brüder verwundert an, lachten und fragten ihn, was er damit sagen wolle. Der Ritter aber zog ein Pergament hervor mit hinlänglichen Siegeln. Darin hatte der Domokuno alle Feindseligkeiten aufgezeichnet, die ihm die Brüder bei seinen Lebzeiten bewiesen, und am Ende hatte er verordnet und bekannt, dass sein ganzes Erbe, Hab und Gut, außer dem Schmuck seiner seligen Frau Mutter, auf den Fall seines Todes an Württemberg verkauft sei, und zwar um einen elenden Hirschgulden. Um den Schmuck aber solle man in der Stadt Balingen ein Armhaus erbauen. Da erstaunten nun die Brüder abermals, lachten aber nicht dazu, sondern bissen die Zähne zusammen. Denn sie konnten gegen Württemberg nichts ausrichten, und so hatten sie das schöne Gut, Wald, Feld, die Stadt Balingen, und selbst den Fischteich verloren und nichts geerbt als einen schlechten Hirschgulden. Den steckte Wolf in sein Wams, sagte nicht Ja und nicht Nein, warf sein Barrette auf den Kopf und ging trotzig und ohne Gruß an den württembergischen Kommissär vorbei, schwang sich auf sein Ross und ritt nach Zollern. Als ihn aber am anderen Morgen seine Mutter mit Vorwürfen plagte, dass sie gut und schmuck verscherzet haben, ritt er hinüber zum Schalk auf der Schalksburg und meinte, wollen wir unser Erbe verspielen oder vertrinken? Vertrinken ist besser, sagte der Schalk, dann haben beide gewonnen. Wir wollen nach Balingen reiten und uns den Leuten zum Trotz dort sehen lassen, wenn wir auch gleich das Stittlein schmählich verloren. Und dem Lamm schenkt man Roten, der Kaiser trinkt ihn nicht besser, setzte Wolf hinzu. So ritten sie miteinander nach Balingen ins Lamm und fragten, was die Maß Roter koste, und tranken sich zu, bis der Hirschgulden voll war. Dann stand Wolf auf, zog das Silberstück mit dem springenden Hirsch aus dem Wams, warf es auf den Tisch und sprach, da habt ihr euren Gulden, so wird's richtig sein. Der Wirt aber nahm den Gulden, seien links, seien rechts, und sagte lächelnd, ja, wenn es kein Hirschgulden wäre, aber gestern Nacht kam der Bote von Stuttgart und heute früh hat man es ausgetrommelt im Namen des Grafen von Württemberg, dem jetzt das Städlein eigen, die sind abgeschätzt und gebt mir nur anderes Geld. Da sahen sich die beiden Brüder erbleichend an. Zahl aus, sagte der eine. Hast du keine Münze, sagte der andere, und kurz, sie mussten den Gulden schuldig bleiben, im Lamm in Balingen. Sie zogen schweigend und nachdenkend ihren Weg, als sie aber an dem Kreuzweg kamen, wo es rechts nach Zollern und links nach Schalksberg ging, da sagte der Schalk, wie nun, wir haben jetzt sogar weniger geerbt als gar nichts, und der Wein war überdies schlecht. Jawohl, erwiderte sein Bruder, aber was die Feldheimerin sagte, ist doch eingetroffen. Seht zu, wie viel von seinem Erbe übrig bleiben wird, einen Hirschgulden. Jetzt haben wir nicht einmal ein Maß Wein dafür kaufen können. Weiß schon, antwortete der von Schalksburg. Dummes Zeug, sagte der von Zollern und ritt zerfallen mit sich und der Welt seinem Schloss zu. Das ist die Sage von dem Hirschgulden, endete der Zirkelschmied, und wahr soll sie sein, der wird in Dürrwang, das nicht weit von den drei Schlössern liegt, hat sie meinem guten Freund erzählt, der oft als Wegweise über die schwäbische Alp ging und immer in Dürrwang einkehrte. Die Gäste gaben dem Zirkelschmied Beifall. Was man doch nicht alles hört in der Welt, rief der Fuhrmann. Wahrhaftig, jetzt erst freut es mich, dass wir die Zeit nicht mit Kartenspielen verderbten, so ist es wahrlich besser, und gemerkt habe ich mir die Geschichte, dass ich sie morgen meinen Kameraden erzählen kann, ohne ein Wort zu fehlen. Mir fiel da, während ihr so erzähltet, etwas ein, sagte der Student. Oh, erzählet, erzählet, baten der Zirkelschmied und Felix. Gut, antwortete Jena, ob die Reihe jetzt an mich kommt oder später, ist gleich viel, ich muss ja doch heimgehen, was sich gehört. Das, was ich erzählen will, soll sich wirklich einmal begeben haben. Er setzte sich zurecht und wollte eben anheben, zu erzählen, als die Wirtin den Spinnrocken beiseite setzte und zu den Gästen an den Tisch trat. Jetzt, die Herren, ist es Zeit, zu Bette zu gehen, sagte sie. Es hat neun Uhr geschlagen und morgen ist auch ein Tag. Ähm, oi, so geht's zu Bette, rief der Student, setze noch eine Flasche Wein für uns hierher und dann wollen wir dich nicht länger abhalten. Mitnichten, entgegnete sie grämmlich, solange noch Gäste in der Wirtsstube sitzen, können Wirtin und Dienstboden nicht weggehen. Und kurz und gut, ihr Herren, machet, dass ihr auf eure Zimmern kommet. Mir wird die Zeit lange und länger als neun Uhr darf in meinem Hause nicht gezecht werden. Was fällt euch ein, Frau Wirtin? sprach der Zirkelschmied staunend. Was schadet es euch denn, ob wir hier sitzen, wenn ihr auch schon längst schlafet. Wir sind redliche Leute und werden euch nichts wegtragen, noch ohne Bezahlung fortgehen. Aber so lasse ich mir in keinem Wirtshaus ausbieten. Die Frau rollte zornig mit den Augen. Meint ihr, ich werde wegen jedem Lumpen von Handwerksburschen, wegen jedem Straßenläufer, der mir zwölf Kreuze zu verdienen gibt, meine Hausordnung ändern? Ich sag euch jetzt zum letzten Mal, dass ich den Unfug nicht leide. Noch einmal wollte der Zirkelschmied etwas entgegnen, aber der Student seien bedeutend an und winkte mit den Augen den übrigen. Gut, sprach er, wenn es die Frau Wirte nicht haben will, so lasstet uns auf unsere Kammern gehen, aber Lichter möchten wir gerne haben, um den Weg zu finden. Damit kann ich nicht dienen, entgegnete sie finster. Die anderen werden den Weg schon im Dunkeln finden, und für euch ist dieses Stümpfchen Schweigend nahm der junge Herr das Licht und stand auf. Die anderen folgten ihm, und die Handwerksburschen nahmen ihre Bündel, um sie in der Kammer bei sich niederzulegen. Sie gingen dem Studenten nach, der in die Treppe hinan leuchtete. Als sie oben angekommen waren, bat sie der Student, leise aufzutreten, schloss sein Zimmer auf und winkte ihnen herein. Jetzt ist kein Zweifel mehr, sagte er, sie will uns verraten, habt ihr nicht bemerkt, wie ängstlich sie uns zu Bett zu bringen suchte, wie sie uns alle Mittelabschnitt wach und beisammen zu bleiben? Sie meint wahrscheinlich, wir werden uns jetzt niederlegen und dann werden sie umso leichteres Spiel haben. Aber meint ihr nicht, wir könnten noch entkommen? fragte Felix. Im Wald kann man doch eher auf Rettung denken als hier im Zimmer. Die Fenster sind auch hier vergittert, rief der Student, indem er vergebens versuchte, einen der Eisenstäbe des Gitters loszumachen. Uns bleibt nur ein Ausweg, wenn wir entweichen wollen, durch die Haustüre, aber ich glaube nicht, dass sie uns fortlassen werden. Es käme auf den Versuch an, sprach der Fuhrmann. Ich will einmal probieren, ob ich bis in den Hof kommen kann. Ist dies möglich, so kehre ich zurück und hol euch die Übrigen belegten diesen Vorschlag. Der Fuhrmann legte die Schuhe ab und schlich sich auf den Zehen nach der Treppe. Ängstlich lauschten seine Genossen oben im Zimmer. Schon war die eine Hälfte der Treppe glücklich und unbemerkt hinabgestiegen, aber als er sich dort um einen Pfeiler wandte, richtete sich plötzlich eine ungeheure Dogge vor ihm in die Höhe, legte ihre Tatzen auf seine Zähne. Er wagte weder vor noch rückwärts auszuweichen, denn bei der geringsten Bewegung schnappte der entsetzliche Hund nach seiner Kehle. Zugleich fing er an zu heulen und zu bellen, und also bald erschien der Hausknecht und die Frau mit Lichtern. »Wohin? Was wollt ihr?« rief die Frau. »Ich habe noch etwas in meinem Karren zu holen,« antwortete der Fuhrmann am ganzen Leibe zitternd, denn als die Türe aufgegangen war, hatte er mehrere braune, verdächtige Gesichter, Männer mit Büchsen in der Hand im Zimmer bemerkt. »Ach, das hättet ihr alles auch vorher abmachen können,« sagte die Wirtin mörrisch. »Fassern, der hier, schließt die Hoftüre zu, Jakob, und leuchte dem Mann an seinen Karren.« Der Hund zog seine gräuliche Schnauze und seine Tatzen von der Schulter des Fuhrmanns zurück und lagerte sich wieder quer über die Treppe. Der Hausknecht aber hatte das Hoftor zugeschlossen und leuchtete dem Fuhrmann. An eine Entkommen war nicht zu denken, aber als er nachsahm, was er denn eigentlich aus dem Karren holen sollte, fiel ihm ein Pfund Wachslichter ein, die er in die nächste Stadt überbringen sollte. »Das Stümpfchen Licht oben kann kaum noch eine Viertelstunde dauern,« sagte er zu sich, »und Licht müssen wir dennoch haben.« Er nahm also zwei Wachskerzen aus dem Wagen, verbarg sie in dem Ärmel und holte dann zum Schein seinen Mantel aus dem Karren, womit er sich, wie er dem Hausknicht sagte, heute Nacht bedecken wolle. Glücklich kam er wieder auf dem Zimmer an. Er erzählte von dem großen Hund, der als wach an der Treppe liege, von den Männern, die er flüchtig gesehen, von allen Anstalten, die man gemacht, um sich ihrer zu versichern und schloss damit, dass er seufzend sagte, »Wir werden diese Nacht nicht überleben.« Das glaube ich nicht, erwiderte der Student, »für so töricht kann ich diese Leute nicht halten, dass sie wegen des geringen Vorteils, den sie von uns hätten, vier Menschen ans Leben gehen sollten. Aber verteidigen dürfen wir uns nicht, ich für meinen Teil werde wohl am meisten verlieren, mein Pferd ist schon in ihren Händen, es kostete mich fünfzig Dukaten noch vor vier Wochen. Meine Börse, meine Kleider gebe ich willig hin, denn mein Leben ist mir am Ende doch lieber als all dies. Ach, ihr habt gut reden, erwiderte der Fuhrmann, solche Sachen, wie ihr sie verlieren könnt, ersetzt ihr euch leicht wieder. Aber ich bin der Bote von Aschaffenburg und habe allerlei Güter auf meinem Karren und im Stall zwei schöne Rosse, meinen einzigen Reichtum. Ich kann unmöglich glauben, dass sie euch eines Leides tun werden, bemerkte der Goldschmied. Einen Boten zu berauben, würde schon viel Geschrei und Lärm im Land machen, aber dafür bin ich auch, was der Herr dort sagt. Lieber will ich gleich alles hergeben, was ich habe, und mit einem Eid versprechen, nichts zu sagen, ja, niemals zu klagen, als mich gegen Leute, die Büchsen eine Wachskerzen hervorgezogen. Er klebte sie auf den Tisch und zündete sie an. So lasst uns in Gottes Namen erwarten, was über uns kommen wird, sprach er. Wir wollen uns wieder zusammen niedersetzen und durch Sprechen den Schlaf abhalten. Das wollen wir, antwortete der Student, und weil vorhin die Räder an mir stehen geblieben war, will ich euch etwas erzählen. Das kalte Herz Erste Abteilung Wer durch Schwaben reist, der sollte nie vergessen, auch ein wenig in den Schwarzwald hinein zu schauen. Nicht der Bäume wegen, obgleich man nicht überall solch unermessliche Menge herrlich aufgeschossener Tannen findet, sondern wegen der Leute, die sich von den anderen Menschen rings umher merkwürdig unterscheiden. Sie sind größer als gewöhnliche Menschen, breitschulterig, von starken Gliedern, und es ist, als ob der stärkende Duft, der morgens durch die Tannen strömt, ihnen von Jugend auf einen freieren Atem, ein klareres Auge und einen festeren, wenn auch raueren Mut, als den Bewohnern der Stromtäler und Ebenen gegeben hätte. Und nicht nur durch Haltung und Wuchs, auch durch ihre Sitten und Trachten, sondern sie sich von den Leuten, die außerhalb des Waldes wohnen, streng ab. Am schönsten kleiden sich die Bewohner des Badenschen Schwarzwaldes. Die Männer lassen den Bart wachsen, wie er von Natur dem Mann um Skin gegeben ist. Ihre schwarzen Wämser, ihre ungeheuren eng gefalteten Pluderhosen, ihre roten Strümpfe und die spitzen Hüte von einer weiten Scheibe umgeben, verleihen ihnen etwas Fremdartiges, aber etwas Ernstes, Ehrwürdiges. Dort beschäftigen sich die Leute gewöhnlich mit Glasmachen. Auch verfertigen sie Uhren und tragen sie in der halben Welt umher. Auf der anderen Seite des Waldes wohnt ein Teil desselben Stammes, aber ihre Arbeiten haben ihnen andere Sitten und Gewohnheiten gegeben als den Glasmachern. Sie handeln mit ihrem Wald. Sie fällen und behauen ihre Tannen, flößen sie durch die Nargold in den Neckar und von dem oberen Neckar den Rhein hinab, bis weit hinein nach Holland. Unter Meer kennt man die Schwarzwälder und ihre langen Flöße. Sie halten an jeder Stadt, die am Strom liegt, an und erwarten stolz, ob man ihnen Balken und Bretter abkaufen werde. Ihre stärksten und längsten Balken aber verhandeln sie um schweres Geld an dem Münheers, welche Schiffe daraus bauen. Diese Menschen sind nun an ein raues, wanderndes Leben gewöhnt. Ihre Freude ist es, auf ihrem Holz die Ströme hinab zu fahren, ihr Leid am Ufer wieder herauf zu wandeln. Darum ist ihr Prachtanzug auch so verschieden von dem der Glasmänner im anderen Teil des Schwarzwaldes. Sie Träger über die breite Brust, Beinkleider von schwarzem Leder, aus deren Tasche ein Zollstab von Messing wie ein Ehrenzeichen hervorschaut. Ihr Stolz und ihre Freude aber sind ihre Stiefel, die größten wahrscheinlich, welche auf irgendeinem Teil der Erde Mode sind. Denn sie können zwei Spannen weit über das Knie hinaufgezogen werden und die Flützer können damit in drei Schuh tiefem Wasser herumwandeln, ohne sich die Füße nass zu machen. Noch vor kurzer Zeit glaubten die Bewohner dieses Waldes an Waldgeister und erst in neuerer Zeit hat man ihnen diese törichten Aberglauben benehmen können. Sonderbar ist es aber, dass auch die Waldgeister, die der Sage nach im Schwarzwald Hausen in diese verschiedenen Trachten sich geteilt haben. So hat man versichert, dass das eineinhalb Fuß Höhe sich nie anders zeige als in einem spitzen Hütlein mit großem Rand, mit Wams und Pluderhöschen und roten Strümpfchen. Der Holländer Michiel aber, der auf der anderen Seite des Waldes umgeht, soll ein riesengroßer, breitschultriger Kerl in der Kleidung der Flützer sein, und mehrere, die ihn gesehen haben wollen, versichern, dass sie die Kälber nicht aus ihrem Beutel bezahlen möchten, deren Fellemann zu seinen Stiefeln brauchen würde. So groß, dass ein gewöhnlicher Mann bis an den Hals hineinstehen könnte, sagten sie, und wollten nichts übertrieben haben. Mit diesen Waldgeistern soll einmal ein junger Schwarzwälder eine sonderbare Geschichte gehabt haben, die ich erzählen will. Es lebte nämlich im Schwarzwald eine Witwe, Frau Barbara Munkin. Ihr Gatte war Kohlenbrenner gewesen, und nach seinem Tode hielt sie ihren sechzehnjährigen Knaben nach und nach zu dem selben Geschäft an. Der junge Peter Munk, ein schlanker Bursche, ließ es sich gefallen, weil er es bei seinem Vater auch nicht anders gesehen hatte, als die ganze Woche über am rauchenden Meiler zu sitzen oder schwarz und berust und den Leuten ein Abscheu hinab in die Städte zu fahren und seine Kohlen zu verkaufen. Aber ein Köhler hat viel Zeit zum Nachdenken über sich und andere und wenn Peter Munk an seinem Meiler saß, stimmten die dunklen Bäume umher und die tiefe Waldesstille sein Herz zu Tränen und unbewusster Sehnsucht. Es betrübte ihn etwas, es ärgerte ihn etwas, er wusste nicht reicht was. Endlich merkte er sich ab, was ihn ärgerte und das war sein Stand. Ein schwarzer, einsamer Kohlenbrenner, sagte er sich, es ist ein Elend Leben, wie angesehen sind die Glasmänner, die Uhrmacher, selbst die Musikanten am Sonntag abends. Und wenn Peter Munk, reingewaschen und geputzt, den des Vaters Ehrenwams mit silbernen Knöpfen und mit nagelneuen roten Strümpfen erscheint, und wenn dann einer hinter mir hergeht und denkt, wer ist wohl der schlanke Bursche und lobt bei sich die Strümpfe und meinen stattlichen Gang, sieh, wenn er vorüber geht und schaut sich um, sagt er gewiss, ach, es ist nur der Kohlenmunk Peter. Auch die Flözer auf der anderen Seite waren ein Gegenstand seines Neides. Wenn diese Waldriesen herüber kamen, mit stattlichen Kleidern und an Knöpfen, Schnallen und Ketten einen halben Zentner Silber auf dem Leib trugen, wenn sie mit ausgespreizten Beinen und vornehmen Gesichtern dem Tanz zuschauten, holländisch fluchten und wie die vornehmsten Mühnhers aus ellenlangen kölnischen Pfeifen rauchten, da stellte er sich als das vollendetste Bild eines glücklichen Menschen solch einen Flözer vor. Und wenn diese Glücklichen dann erst in die Taschen fuhren, ganze Hände voll großer Thaler herauslangten und um sechs Betzen erwürfelten, fünf Gulden hin, zehn her, so wollten ihm die Sinne vergehen, und er schlich trübselig nach seiner Hütte. Denn an manchem Feiertagabend hat er einen oder den anderen dieser Holzherren mehr verspielen sehen, als der arme Vater Munk in einem Jahr verdiente. Es waren vorzüglich drei dieser Männer, von welchen er nicht wusste, welchen er am meisten bewundern sollte. Der eine war ein dicker, großer Mann mit rotem Gesicht und galt für den reichsten Mann in der Runde. Man hieß ihn den dicken Ezechiel. Er reiste alle Jahre zweimal mit Bauholz nach Amsterdam und hatte das Glück, es immer um so viel teurer als andere zu verkaufen, dass er, wenn die übrigen zu Fuß heimgingen, stattlich herauffahren konnte. Der andere war der längste und magerste Mensch im ganzen Wald, man nannte ihn den langen Schlurker, und diesen beneidete Munk wegen seiner ausnehmenden Kühnheit. Er widersprach den angesehensten Leuten, brauchte, wenn man noch so gedrängt im Wirtshaus saß, mehr Platz als vier der dicksten, denn er stützte entweder beide Ellbogen auf den Tisch oder zog eines seiner langen Beine zu sich auf die Bank, und doch wagte ihm keiner zu widersprechen, denn er hatte unmenschlich viel Geld. Der dritte war ein schöner junger Mann, der am besten tanzte weit und breit und daher den Namen Tanzbodenkönig hatte. Er war ein armer Mensch gewesen und hatte bei einem Holz ern als Knecht gedient. Da wurde er auf einmal steinreich. Die einen sagten, er habe unter einer alten Tanne einen Topf voll Geld gefunden. Die anderen behaupteten, er habe unweit bingen im Rhein mit der Stechstange, womit die Flözer zuweilen nach den Fischenstechen einen Pack mit Goldstücken herauf gefischt, und der Pack gehöre zu dem großen Nibelungenhort, der dort vergraben liegt. Kurz, er war auf einmal reich geworden und wurde von jung und alt angesehen wie ein Prinz. An diese drei Männer dachte Kohlenmunk Peter oft, wenn er einsam im Tannenwald saß. Zwar hatten alle drei einen Hauptfehler, der sie bei den Leuten verhasst machte, und dies war ihr unmenschlicher Geiz. Ihre Gefühllosigkeit gegen Schuldner und Arme, denn die Schwarzwälder sind ein gutmütiges Völklein. Aber man weiß, wie es mit solchen Dingen geht. Waren sie auch wegen ihres Geizes verhasst, so standen sie doch wegen ihres Geldes in Ansehen. Wer konnte Thaler wegwerfen wie sie, als ob man das Geld von den Tannen schüttelte? So geht es nicht mehr weiter, sagte Peter eines Tages schmerzlich betrübt zu sich, denn tags zuvor war Feiertag gewesen und alles Volk in der Schenke. Wenn ich nicht bald auf den grünen Zweig komme, so tue ich mir etwas zu leid, wäre ich doch nur so angesehen und reich wie der dicke Ezechiel oder so kühn und so gewaltig wie der lange Schlurker oder so berühmt und könnte den Musikanten Thaler Stadtkreuze zuwerfen wie der Tanzboden König. Wo nur der Bursche das Geld her hat. Allerlei Mittel ging er durch, wie man sich Geld erwerben könne, aber keines wollte ihm gefallen. Endlich fielen ihm auch die alten Sagen von Leuten ein, die vor alten Zeiten durch den Holländer Nächel und das Glasmännlein reich geworden waren. Solange sein Vater noch lebte, kamen oft andere arme Leute zu Besuch und da wurde oft und lang und breit von reichen Menschen gesprochen und wie sie reich geworden. Da spähte nun oft das Glasmännlein eine Rolle. Ja, wenn er recht nachsann, konnte er sich beinahe noch des Versleins erinnern, dass man am Tannenbühl in der Mitte des Waldes sprechen musste, wenn es erscheinen sollte. Es fing an, Schatzhauser im grünen Tannenwald bist schon viel hundert Jahre alt, dir gehört all Land. Aber er mochte sein Gedächtnis anstrengen, wie er wollte, weiter konnte er sich keines Verses mehr entsinnen. Er dachte oft, ob er nicht diesen oder jenen alten Mann fragen sollte, wie das Sprüchlein heiße. Aber immer hielt ihn eine gewisse Scheu, seine Gedanken zu verraten, ab. Und auch schloss er, es müsse die Sage vom Glasmännlein nicht sehr bekannt sein, und den Spruch müssen nur wenige wissen. Denn es gab nicht viele reiche Leute im Wald, und warum hatten denn nicht sein Vater und die anderen armen Leute ihr Glück versucht? Er brachte endlich einmal seine Mutter auf das Männlein zu sprechen, und diese erzählte ihm, was er schon wusste, kannte auch nur noch die erste Zeile von dem Spruch, und sagte ihm endlich, nur Leuten, die an einem Sonntag zwischen elf und zwei Uhr geboren seien, zeige sich das Geistchen. Er selbst würde wohl dazu passen, wenn er nur das Sprüchlein wüsste, denn er sei Sonntag mittags um zwölf Uhr geboren. Als dies der Kohlenmunk Peter hörte, war vor Freude und vor Begierde, dies Abenteuer zu unternehmen, beinahe außer sich. Es schien ihm hinlänglich, ein Teil des Sprüchleins zu wissen und am Sonntag geboren zu sein, und Tages seine Kohlen verkauft hatte, zündete er keinen neuen Meiler an, sondern zog seines Vaters Staatswamms und neue rote Strümpfe an, setzte den Sonntagshut auf, fasste seinen fünf Fuß hohen Schwarzdornstock in die Hand und nahm von der Mutter Abschied. Ich muss aufs Amt in die Stadt, denn wir werden bald spielen müssen, wer Soldat wird, und da will ich den Amtmann nur noch einmal einschärfen, dass ihr Witwe seid und ich euer einziger Sohn. Die Mutter lobte seinen Schluss, er aber machte sich auf nach dem Tannenbühl. Der Tannenbühl liegt auf der höchsten Höhe des Schwarzwaldes und auf zwei Stunden im Umkreis stand damals kein Dorf, ja, nicht einmal eine Hütte, denn die abergläubischen Leute meinten, es sei dort unsicher. Man schlug auch, so hoch und prachtvoll dort die Tannen standen, ungern Holz in jenem Revier, denn oft waren den Holzauern, wenn sie dort arbeiteten, die Äxte vom Stiel gesprungen und in den Fuß gefahren, oder die Bäume waren schnell umgestürzt und hatten die Männer mit umgerissen und beschädigt oder gar getötet. Auch hätte man die schönsten Bäume von dorthe nur einem Floß auf, weil die Sage ging, dass Mann und Holz vor Unglücke, wenn ein Tannenbühler mit dem Wasser sei. Daher kam es, dass im Tannenbühl die Bäume so dicht und so hoch standen, dass es am hellen Tag beinahe Nacht war, und Peter Munk wurde es ganz schaurig dort zumute, denn er hörte keine Stimme, kein Tritt als den Seinigen, keine Axt. Selbst die Vögel schienen diese dichte Tannennacht zu vermeiden. Kohlenmunk Peter hatte jetzt den höchsten Punkt des Tannenbühls erreicht und stand vor einer Tanne von ungeheurem Umfang, um die ein holländischer Schiffsherr an Ort und Stelle viele hundert Gulden gegeben hätte. Hier, dachte er, wird wohl der Schatzhauser wohnen, zog seinen großen Sonntagshut, machte vor dem Baum eine tiefe Verbeugung, häusperte sich und sprach mit zitternder Stimme, wünsche glückseligen Abend, Herr Glasmann. Aber es erfolgte keine Antwort, und alles umher war so still wie zuvor. Vielleicht muss ich doch das Verslein sprechen, dachte er weiter und murmelte, Schatzhauser im grünen Tannenwald bist schon viele hundert Jahre alt, dir gehört all Land. Indem er diese Worte sprach, sah er zu seinem großen Schrecken eine ganz kleine, sonderbare Gestalt hinter der dicken Tanne hervorschauen. Es war ihm, als habe er das Glasmännlein gesehen, wie man es beschrieben, das schwarze Wämschen, die roten Strümpfchen, das Hütchen, alles war so, selbst das blasse, aber feine und kluge Gesichtchen, wovon man erzählte, glaubte er gesehen zu haben. Aber, ach, so schnell es hervorgeschaut hatte, das Glasmännlein, so schnell war es auch wieder verschwunden. Herr Glasmann, rief nach einigem Zögern der Peter Munk, seid so gütig und haltet mich nicht zum Narren. Herr Glasmann, wenn ihr meint, ich habe euch nicht gesehen, so täuscht ihr euch sehr, ich sah euch wohl hinter dem Baum hervorgucken. Immer keine Antwort. Nur zuweilen glaubte er, leises, heiseres Kichern hinter dem Baum zu vernehmen. Endlich überwand seine Ungeduld die Furcht, die ihn bis jetzt noch abgehalten hatte. Warte, du kleiner Bursche, rief er, dich will ich bald haben, sprang mit einem Satz hinter die Tanne, aber da war kein Schatzhauser im grünen Tannenwald, und nur ein kleines zierliches Eichhörnchen jagte an dem Baum hinauf. Peter Munk schüttelte den Kopf. Er sah ein, dass sie die Beschwörung bis auf einen gewissen Grad gebracht habe, und dass ihm vielleicht nur noch ein Reim zu dem Sprüchlein fehle, so könne er das Glasmännlein hervorlocken. Aber er sah hin, er sah her und fand nichts. Das Eichhörnchen zeigte sich an den untersten Ästen der Tanne und schien ihn aufzumuntern oder zu verspotten. Es putzte sich, es rollte den schönen Schweif, es schaute ihn mit klugen Augen an. Aber endlich fürchtete er sich doch beinahe, mit diesem Tier allein zu sein. Bald schien das Eichhörnchen einen Menschenkopf zu haben und einen dreispitzigen Hut zu tragen. Bald war es ganz wie ein anderes Eichhörnchen und hatte nur an den Hinterfüßen rote Strümpfe und schwarze Schuhe. Kurz, es war ein lustiges Tier. Aber dennoch graute Kohlen, Peter, denn er meine, es gehe nicht mit rechten Dingen zu. Mit schnelleren Schritten, als er gekommen war, zog Peter wieder ab. Das Dunkel des Tannenwaldes schien immer schwärzer zu werden, die Bäume standen immer dichter, und ihm fing an, so zu grauen, dass er im Trab davonjagte, und erst, als er in der Ferne Hundebellen hörte und bald darauf den Rauch einer Hütte erblickte, wurde er wieder ruhiger. Aber als er näher kam und die Tracht der Leute in der Hütte erblickte, fand er, dass er aus Angst gerade die entgegengesetzte Richtung genommen hatte und statt zu den Glasleuten zu den Flützern gekommen sei. Die Leute, die in der Hütte wohnten, waren Halsfäller. Ein alter Mann, sein Sohn, der Hauswirt und einige erwachsene Enkel. Sie nahmen Kohlenmunk Peter, der um ein Nachtlager bat, gut auf, ohne nach seinem Namen und Wohnort zu fragen, gaben ihm Apfelwein zu trinken, und abends wurde ein großer Auerhahn aufgesetzt. Nach dem Nachtessen setzten sich die Hausfrau und ihre Töchter mit ihren Kunkeln um den großen Lichtspan, den die Jungen mit dem feinsten Tannenharz unterhielten. Der Großvater, der Gast und der Hauswirt rauchten und schauten den Weibern zu. Die Burschen aber waren beschäftigt, Löffel und Gabeln aus Holz zu schnitzen. Draußen im Wald heulte der Sturm und raste in den Tannen. Man hörte da und dort sehr heftige Schläge, und es schien oft, als ob ganze Bäume abgeknickt würden und zusammenkrachten. Die furchtlosen Jungen wollten hinaus in den Wald laufen und dieses furchtbar schöne Schauspiel mit ansehen. Ihr Großvater aber hielt sie mit strengem Wort und Blick zurück. Ich will keinem raten, dass er jetzt vor die Tür geht, rief er ihnen zu. Bei Gott, der kommt nimmer mehr wieder, denn der Holländer Michiel haut sich ein neues Floßgelenk im Wald. Die Kleinen staunten ihn an. Sie mochten von dem Holländer Michiel schon gehört haben, aber sie baten jetzt den Eni, einmal recht schön von jenem zu erzählen. Auch Peter Munk, der vom Holländer Michiel auf der anderen Seite des Waldes nur undeutlich hatte sprechen hören, stimmte mit ein und fragte den Alten, wer und wo er sei. Er ist der Herr dieses Waldes und nach dem zu schließen, dass ihr in eurem Alter dies noch nicht erfahren, müsst ihr drüben über dem Tannenbühl oder wohl gar noch weiter zu Hause sein. Vom Holländer Michiel will ich euch aber erzählen, was ich weiß und wie die Sage von ihm geht. Vor etwa hundert Jahren, so erzählte es wenigstens mein Eni, war weit und breit kein ehrlicheres Volk auf Erden als die Schwarzwälder. Jetzt, seit so viel Geld im Land ist, sind die Menschen unredlich und schlecht. Die jungen Burschen tanzen und johlen am Sonntag und fluchen, dass es ein Schrecken ist. Damals war es aber anders, und wenn er jetzt zum Fenster dort hereinschaute, so sag ich's und hab es oft gesagt, der Holländer Michiel ist schuld an all dieser Verderben ist. Es lebte also vor hundert Jahren und drüber ein reicher Holzherr, der viel Gesinde hatte. Er handelte bis weit in den Rhein hinab, und sein Geschäft war gesegnet, denn er war ein frommer Mann. Kommt eines Abends ein Mann an seine Türe, der gleichen er noch nie gesehen. Seine Kleidung war wie die der Schwarzwälder Burschen, aber er war einen guten Kopf höher als alle, und man hatte noch nie geglaubt, dass es einen solchen Riesen geben könne. Dieser bittete um Arbeit bei dem Holzherrn, und der Holzherr, der ihm ansah, dass er stark und so großen lastentüchtig sei, rechnete mit ihm seinen Lohn, und sie schlagen ein. Der Michiel war ein Arbeiter wie selbiger Holzherr noch keinen gehabt. Beim Baumschlagen galt er für drei, und wenn sechs an einem Ende schleppten, trug er allein das andere. Als er aber ein Halb Jahr Holz geschlagen, trat er eines Tages vor seinen Herrn und begehrte von ihm, »Hob jetzt lang genug Ihr Holz gehackt, und so möchte ich auch sehen, wohin meine Stämme kommen, und wie wär's, wenn ihr mich auch mal auf einen Floß ließet. Der Holzherr beantwortete, »Ich will dir nicht im Weg sein, Michiel, wenn du ein wenig hinaus willst in die Welt. Und zwar beim Holzfällen brauche ich starke Leute, wie du bist, auf dem Floß aber kommt es auf Geschicklichkeit an, aber es sei für diesmal. Und so war es. Das Floß, mit dem er abgehen sollte, hatte acht Glieder und waren im letzten von den größten Zimmerbalken. Aber was geschah, am lang, als man keinen je sah, und jeden trug er so leicht auf der Schulter wie eine Flözerstange, so dass sich alles entsetzte. Wo er sie gehauen, weiß bis heute noch niemand. Dem Holzherrn lachte das Herz, als er dies sah, denn er berechnete, was diese Balken kosten könnten. Michiel aber sagte, »So, die sind für mich zum Fahren, auf den kleinen Spänen dort kann Stiefel schenken, aber er warf sie auf die Seite und brachte ein paar hervor, wie es sonst keine gab. Mein Großvater hat versichert, sie haben hundert Pfund gewogen und seien fünf Fuß lang gewesen. Das Floß fuhr ab, und hatte der Michiel früher die Holzhauer in Verwunderung gesetzt, so staunten jetzt die Flözer, denn statt, dass das Floß, wie man wegen der ungeheuren Balken geglaubt hatte, langsamer auf dem Floß ging, flog es, sobald sie in den Neckar kam, wie ein Pfeil. Machte der Neckar eine Wendung und hatten sonst die Flözer Mühe gehabt, das Floß in der Mitte zu halten, um nicht auf Kies oder Sand zu stoßen, so sprang jetzt Michiel allemal ins Wasser, rückte mit einem Zug das Floß links oder rechts, sodass es ohne Gefahr vorüberglitt, und kam dann eine gerade Stelle, so lief er aufs erste Gelenk vor, ließ alle ihre Stangen beisetzen, steckte seinen ungeheuren Weberbaum in den Kies und mit einem Druck flog das Floß dahin, das das Land und Bäume und Dörfer vorbeizujagen schien. So waren sie in der Hälfte der Zeit, die man sonst brauchte, nach Köln am Rhein gekommen, wo sie sonst ihre Ladung verkauft hatten. Aber hier sprach Michiel, ihr seid mir rechte Kaufleute und versteht euren Nutzen. Meinet ihr denn, die Kölner brauchen Aldis Holz, das aus dem Schwarzwald kommt für sich? Nein, um den halben Wert kaufen sie es euch ab und verhandeln es teuer nach Holland. Lasst uns die kleinen Balken hier verkaufen und mit den großen nach Holland gehen. Was wir über den gewöhnlichen Preis lösen, ist unser eigener Profit. So sprach der arglistige Michiel und die anderen waren es zufrieden. Die einen, weil sie gerne nach Holland gezogen wären, es zu sehen, die anderen des Geldes wegen. Nur ein einziger war redlich und mahnte sie ab, das Gut ihres Herrn der Gefahr auszusetzen oder ihn, um den höheren Preis zu betrügen. Aber sie hörten nicht auf ihn und vergaßen seine Worte. Aber der Holländer Michiel vergaß sie nicht. Sie fuhren auch mit dem Holz den Rhein hinab, und Michiel leitete das Floß und brachte sie schnell bis nach Rotterdam. Dort bot man ihnen das Vierfache von dem früheren Preis, und besonders die ungeheuren Balken des Michiel wurden mit schwerem Geld bezahlt. Als die Schwarzwälder so viel Geld sahen, wussten sie sich vor Freude nicht zu fassen. Michiel teilte ab, einen Teil dem Holzherrn, die drei anderen unter die Männer. Und nun setzten sie sich mit Matrosen und anderem schlechten Gesindel in die Wirtshäuser verschlemmten und verspielten ihr Geld. Den braven Mann aber, der ihnen abgeraten, verkaufte der Holländer Michiel an einen Seelenverkäufer, und man hat nichts mehr von ihm gehört. Von da an war den Burschen im Schwarzwald Holland das Paradies und Holländer Michiel ihr König. Die Holzherren erfuhren lange nichts von dem Handel, und unvermerkt kamen Geld, Flüche, schlechte Sitten, Trunk und Spiel aus Holland herauf. Der Holländer Michiel war, als die Geschichte herauskam, nirgends zu finden, aber tot ist er auch nicht. Seit hundert Jahren treibt er seinen Spuk im Wald, und man sagt, dass er schon vielen behilflich gewesen sei, reich zu werden, aber auf Kosten ihrer armen Seele, und mehr will ich nicht sagen. Aber so viel ist gewiß, dass er noch jetzt in solchen Sturmnächten im Tannenbühl, wo man nicht hauen soll, überall die schönsten Tannen aussucht, und mein Vater hat ihn eine vier Schuh dicke Umbrechen sehen, wie ein Rohr. Mit diesen beschenkt er die, welche sich vom Rechten abwenden und zu ihm gehen. Um Mitternacht bringen sie dann die Gstelle ins Wasser, und er rudert mit ihnen nach Holland. Aber wäre ich Herr und König in Holland, ich ließ ihn mit Kartätschen Schiffe, die von dem Holländer Michiel auch nur einen Balken haben, müssen untergehen. Daher kommt es, dass man von so vielen Schiffbrüchigen hört. Wie könnte denn sonst ein schönes, starkes Schiff so groß als eine Kirche zugrunde gehen auf dem Wasser? Aber so oft Holländer Michiel in einer Sturmnacht dem Schwarzwald eine Tanne fällt, springt eine seiner Alten aus den Fugen des Schiffes. Das Wasser dringt ein und das Schiff ist mit Mann und Maus verloren. Das ist die Sage vom Holländer Michiel und wahr ist es, alles Böse im Schwarzwald schreibt sich von ihm her. Oh, er kann ein Reich machen, setzte der Greis geheimnisvoll hinzu, aber ich möchte nichts von ihm haben, ich möchte um keinen Preis in der Haut des dicken Eselchiel und des langen Schluckers stecken, ja, auch der Tanzbodenkönig soll sich ihm ergeben haben. Der Sturm hatte sich während der Erzählung des Alten gelegt. Die Mädchen zündeten schüchtern die Lampen an und gingen weg. Die Männer aber legten Peter Munk in einen Sack voll Laub als Kopfkissen auf die Ofenbank und wünschten ihm gute Nacht. Kohlenmunk Peter hatte noch nie so schwere Träume gehabt wie in dieser Nacht. Bald glaubte er, der finstere, riesige Holländer Michiel reiße die Stubenfenster auf und reiche mit seinem ungeheuer langen Arm einen Beutel voll Goldstücke herein, die er untereinander schüttelte, dass es hell und lieblich klang. Bald sah er wieder das kleine, freundliche Glasmännchen auf einer ungeheuren grünen Flasche im Zimmer umher reiten, und er meinte, das heisere Lachen wieder zu hören, wie im Tannenbüll. Dann brummte es ihm wieder ins linke Ohr, in Holland gibt's Gold, keine Zaben, wenn ihr wollt, um geringeren sollt, Gold, Gold. Dann hörte er wieder in sein rechtes Ohr das Liedchen vom Schatzhauser im grünen Tannenwald, und eine zarte Stimme flüsterte, Dummer Kohlenpeter, Dummer Peter Munk, kannst kein Sprüchlein reimen aufstehen, und bist doch am Sonntag geboren, schlag zwölf Uhr. Reime, Dummer Peter Reime! Er ächzte, er stöhnte im Schlaf, er mühte sich ab, einen Reim zu finden, aber, da er in seinem Leben noch keinen gemacht hatte, war seine Mühe im Traume vergebens. Als er aber mit dem ersten Frührot erwachte, kam ihm doch sein Traum sonderbar vor. Er setzte sich mit verschränkten Armen hinter den Tisch und dachte über die Einflüsterungen nach, die ihm noch immer im Ohr lagen. Reime, Dummer Kohlenmog Peter Reime! sprach er zu sich selbst und pochte mit dem Finger an seine Stirn, aber es wollte kein Reim hervorkommen. Als er noch so dasaß und trübe vor sich hinschaute und an den Reimen auf Stehen dachte, da zogen drei Burschen vor dem Hause vorbei in den Wald, und einer sang im Vorübergehen »Am Berge tat ich stehen und schaute in das Tal, da hab ich sie gesehen zum allerletzten Mal.« Da fuhr sagen, sagst du was du gesungen hast,« schrie Peter beinahe außer sich und packte ihn noch fester an. Die zwei anderen aber, als sie dies sahen, zögerten nicht lange, sondern fielen mit derben Fäusten über den Arm Peter her und walkten ihn derb, bis er verschmerzend das Gewand des Dritten ließ und erschöpft in die Knie sank. »Jetzt hast du deinen Teil,« sprachen sie lachend, »und merkt, ihr toller Bursche, dass du Leute wie wir sind nimmer anfällst auf offenem Wege. Ach, ich will mir es gewisslich merken,« erwiderte Kohlenpeter seufzend, »aber so ich die Schläge habe, sei zu gut und sage deutlich, was jener gesungen.« Da lachten sie aufs Neue und spotteten ihn aus. Aber der das Lied gesung, sagte es ihm vor, und lachend und singend zogen sie weiter. »Also sehen,« sprach der arme Geschlagene, indem er sich mühsam aufrichtete, sehen, aufstehen. Jetzt, Glasmännlein, wollen wir wieder ein Wort zusammensprechen. Er ging in die Hütte, holte seinen Hut und den langen Stock, nahm Abschied von den Bewohnern der Hütte und trat seinen Rückweg nach dem Tannenbühl an. Er ging langsam und sinnt seine Straße, denn er musste ja ein Vers ersinnen. Endlich, als er schon in den Bereich des Tannenbühls ging und die Tannen höher und dichter wurden, hatte er auch seinen Vers gefunden und machte vor Freude einen Sprung in die Höhe. Da trat ein riesengroßer Mann in Flözer Kleidung und eine Stange so lang wie ein Mastbaum in der Hand hinter den Tannen hervor. Peter Munk sank beinahe in die Knie, als er jenen langsamen Schrittes neben sich wandeln sah. Denn er dachte, das ist der Holländer Michael und kein anderer. Noch immer schwieg die furchtbare Gestalt und Peter schielte zuweilen furchtsam größer als der längste Mann, den Peter je gesehen. Sein Gesicht war nicht mehr jung, doch auch nicht alt, aber voll Furchen und Falten. Er trug ein Wams von Leinwand und die ungeheuren Stiefel über die Lederbeinkleider heraufgezogen, waren Peter aus der Sage wohl bekannt. »Peter Munk, was tust du im Tannenbühl?« fragte der Waldkönig endlich mit tiefer, dröhnender Stimme. »Guten Morgen, Landsmann«, antwortete Peter, indem er sich unerschrocken zeigen wollte, aber heftig zitterte, »ich will durch den Tannenbühl nach Hause zurück.« »Peter Munk«, erwiderte Jena und warf einen stechenden, furchtbaren Blick nach ihm herüber, »dein Weg geht nicht durch diesen Hain.« »Nun, so gerade just nicht«, sagte Jena, »aber es macht heute warm, da dachte ich, es wird hier kühler sein.« »Lüge nicht, du Kohlenpeter«, rief Holländer Michiel mit donnernder Stimme, »oder ich schlag dich mit der Stange zu Boden.« »Meinst du, ich hab dich nicht betteln sehen bei dem Kleinen?«, setzte er sanft hinzu. »Geh, geh, das war ein dummer Streich, und gut ist es, dass du das Sprüchlein nicht wusstest. Er ist ein Knauser, der kleine Kerl, und gibt nicht viel, und wem er gibt, der wird seines Lebens nicht froh. Peter, du bist ein armer Tropf und dauerst mich in der Seele. So ein munterer, schöner Bursche, der in der Welt was anfangen könnte, und sollst Kohlen brennen. Wenn andere große Thaler oder Dukaten aus dem Ärmel schütteln, kannst du kaum ein Paar Sechser aufwenden, es ist ein ärmliches Leben. Wahr ist und recht habt ihr, ein elendes Leben. Na, mir sollst nicht drauf ankommen, fuhr der schreckliche Michiel fort, hab schon manchem braven Kerl aus der Not geholfen, und du wärst nicht der Erste. Sag einmal, wie viele Hundert Thaler brauchst du fürs Erste? Mit diesen Worten schüttelte er das Geld untereinander und es klang wieder wie diese Nacht im Traum. Aber Peters Herz zuckte ängstlich und schmerzhaft bei diesen Worten, es wurde ihm kalt und warm, und der Holländer Michiel sah nicht aus, wie wenn er es aus Mitleid wegschenkte, ohne etwas dafür zu verlangen. Es fehlen ihm die geheimnisvollen Worte des alten Mannes über die reichen Menschen ein, und von unerklärlicher will ich nichts zu schaffen haben, und ich kenne euch schon, und lief, was er laufen konnte. Aber der Waldgeist schritt mit ungeheuren Schritten neben ihm her und murmelte dumpf und drohend, wirst noch bereuen, Peter, auf deiner Stirne stets geschrieben, in deinem Auge ist zu lesen, du entgehst mir nicht, lauf nicht so schnell, höre nur noch ein vernünftiges Wort, dort ist schon meine Grenze. Aber als Peter dies hörte und unweit vor ihm einen kleinen Graben sah, beeilte er sich nur noch mehr über die Grenze zu kommen, so dass Michiel am Ende schneller laufen musste und unter Flüchen und Drohungen ihn verfolgte. Der junge Mann setzte mit einem verzweifelten Sprung über den Graben, denn er sah, wie der Waldgeist mit seiner Stange ausholte jenseits an und die Stange zersplitterte in der Luft wie an einer unsichtbaren Mauer und ein langes Stück fiel zu Peter herüber. Triumphierend hob er es auf, um es dem groben Holländer Michiel zuzuwerfen, aber in diesem Augenblick fühlte er das Stück Holz in seiner Hand sich bewegen und zu seinem Entsetzen sah er, dass es eine ungeheure Schlange sei, was er in der Hand hielt, die sich schon mit greifender Zunge und mit blitzenden Augen an ihm hinaufbäumte. Er ließ sie los, aber sie hatte sich schon fest um seinen Arm gewickelt und kam mit schwankendem Kopf seinem Gesicht immer näher. Da rauschte auf einmal ein ungeheurer Auerhahn nieder, packte den Kopf der Schlange mit dem Schnabel, erhob sich mit ihr in die Lüfte und Holländer Michiel, der dies alles Schlange von einem Gewaltigeren entführt ward. Erschöpft und zitternd setzte Peter seinen Weg fort. Der Pfad wurde steiler, die Gegend wilder und bald befand er sich an der ungeheuren Tanne. Er machte wieder seine Verbeugung gegen das unsichtbare Glasmännlein und hob dann an. Schatzhauser im grünen Tannenwald bist schon viele hundert Jahre alt, dein ist a Land, wo Tannen stehen lässt dich nur Sonntagskindern sehen. Hast zwar nicht ganz getroffen, aber weil du es bist, Kohlenmunk Peter, so soll es hingehen, sprach eine zarte, feine Stimme neben ihm. Erstaunt sah sich um und unter einer schönen Tanne saß ein kleines altes Männlein in einem schwarzen Wams und roten Strümpfen und den großen Hut auf dem Kopf. Er hatte ein feines, freundliches Gesichtchen und ein Bärtchen so zart wie aus Spinnweben. Er rauchte, was sonderbar anzusehen war, aus einer Pfeife von blauem Glas und als Peter näher trat, sah zu seinem Erstaunen, dass auch Kleider, Schuhe und Hut des Kleinen aus gefärbtem Glas bestanden. Aber es war geschmeidig, als ob es noch heiß wäre, denn es schmickte sich wie Tuch nach jeder Bewegung des Männleins. »Du bist dem Fliegel begegnet, dem Holländer Michiel?« sagte der Kleine, indem er zwischen jedem Wort sonderbar hüstelte. »Er hat dich recht ängstigen wollen, aber seinen Kunstprügel habe ich ihm abgejagt, den soll er nimmer wieder kriegen. »Ja, Herr Schatzhauser,« erwiderte Peter mit einer tiefen Verbeugung, »es war mir recht bange. Aber ihr seid wohl der Herr Auerhahn gewesen, der die Schlange tot gebissen. Da bedanke ich mich schönstens. Ich komme aber, um mir zu holen bei euch. Es geht mir gar schlecht und hinderlich. Ein Kohlenbrenner bringt es nicht weit, und da ich noch jung bin, dächte ich doch, es könnte noch etwas Besseres aus mir werden. Und wenn ich oft andere sehe, wie weit die es in kurzer Zeit gebracht haben, wenn ich nur den Ezechiel nehme und den Tanzbodenkönig, die haben Geld wie Heu. »Peter«,« sagte der »Peter, sag mir nichts von diesen. Was haben sie davon, wenn sie ein paar Jahre dem Schein nach glücklich und dann nachher desto unglücklicher sind? Du musst dein Handwerk nicht verachten. Dein Vater und Großvater waren Ehrenleute und haben es auch getrieben, Peter Munk. Ich will nicht hoffen, dass es Liebe zum Müßiggang ist, was dich zu mir führt. Peter erschrak vor dem Ernst des Männleins und errötete. Nein, sagte er, Müßiggang ist aller Laster Anfang, aber das könnt ihr mir nicht übel nehmen, wenn mir ein anderer Stand besser gefällt als der meinige. Ein Kohlenbrenner ist halt so gar etwas Geringes auf der Welt, und die Glasleute und Flözer und Uhrmacher und alle sind angesehener. Hochmut kommt vor dem Fall, erwiderte der kleine Herr vom Tannenwald etwas freundlicher. Ihr seid ein sonderbar Geschlecht, ihr Menschen. Selten ist einer mit dem Stand ganz zufrieden, indem er geboren und erzogen ist, und was gilt's, wenn du ein Glasmann wärst, möchtest du gern ein Holzherr sein, und wärest du Holzherr, so stünde dir das Försters Dienst oder des Amtmanns Wohnung an, aber es sei. Wenn du versprichst, brav zu arbeiten, so will ich dir zu etwas Besserem verhelfen, Peter. Ich pflege jedem Sonntagskind, das sich zu mir zu finden weiß, drei Wünsche zu gewähren. Die ersten zwei sind frei, den dritten kann ich verweigern, wenn er töricht ist. So wünsche dir also jetzt etwas, aber Peter, etwas Gutes und Nützliches. Häuser, ihr denn bei euch sind die Schätze zu Hause. Nun, und also darf ich wünschen, wonach mein Herz begehrt, so will ich denn fürs Erste, dass ich noch besser tanzen kann als der Tanzboden König und jedes Mal noch einmal so viel Geld ins Wirtshaus bringe als Schämst du dich nicht, dummer Peter, dich selbst so um dein Glück zu betrügen? Was nützt es dir und deiner armen Mutter, wenn du tanzen kannst? Was nützt dir dein Geld, das nach deinem Wunsch nur für das Wirtshaus ist und wie das des elenden Tanzboden Königs dort bleibt? Dann hast du die ganze Woche wieder nichts und darfst wie zuvor. Noch einen Wunsch gebe ich dir frei, aber sieh dich vor, dass du vernünftiger wünschest. Peter kratzte sich hinter den Ohren und sprach nach einigem Zögern, nun, so wünsche ich mir die schönste und reichste Glashütte im ganzen Schwarzwald, mit allem Zubehör und Geld sie zu leiten. Sonst nichts? fragte der Kleine mit besorglicher Niene. Peter, sonst nichts? Nun, ihr könntet noch ein Pferd dazu tun und ein Wägelchen. Oh, du dummer Kohlenmunk Peter, rief der Kleine und warf seine gläserne Pfeife im Unmut an eine dicke Tanne, dass sie in hundert Stücke zersprang. Pferde, Wägelchen, Verstand, sag ich dir, Verstand, gesunden Menschenverstand und Einsicht hättest du wünschen sollen, aber nicht Pferdchen und Wägelchen. Nun, werde nur nicht so traurig, wir wollen sehen, dass es auch nicht so zu deinem Schaden ist, denn der zweite Wunsch war im Ganzen nicht töricht. Eine gute Glashütte nährt auch ihren Mann und Meister, nur hättest du Einsicht und Verstand dazu mitnehmen können, Wagen und Pferde wären dann wohl von selbst gekommen. Aber Herr Schatzhauser, erwiderte Peter, ich habe ja noch einen Wunsch übrig, da könnte ich ja Verstand wünschen, wenn er mir so nötig ist, wie er meinet. Nichts da, du wirst noch in manche Verlegenheit kommen, wo du froh sein wirst, wenn du noch einen Wunsch frei hast. Und nun mache dich auf den Weg nach Hause. Hier sind, sprach der kleine Tannengeist, indem er ein kleines Beutellein aus der Tasche zog, hier sind zweitausend Gulden und damit genug und komm mir nicht wieder um Geld zu fordern, denn dann müsste ich dich an die höchste Tanne aufhängen. So habe ich gehalten, seit ich in dem Wald wohne. Vor drei Tagen aber ist der alte Wink Fritz gestorben, der die große Glashütte gehabt hat im Unterwald. Dorthin gehe morgen früh und mache ein Boot auf das Gewerbe, wie es recht ist. Halte dich wohl, sei fleißig und ich will dich zuweilen besuchen und dir mit Tat und Rat Ernstlich, dein erster Wunsch war böse. Nimm dich in Acht vor dem Wurzhaus laufen, Peters hat noch keinem lange gut getan. Das Männlein hatte, während es dies sprach, eine neue Pfeife vom schönsten Beinglas hervorgezogen, sie mit gedörrten Tannenzapfen gestopft und in den kleinen zahnlosen Mund gesteckt. Dann zog es ein ungeheures Brennglas hervor, trat in die Sonne und zündete seine Pfeife an. Als er damit fertig war, bot er dem Peter freundlich die Hand, gab ihm noch ein paar gute Lehren auf den Weg, rauchte und blies immer schneller und verschwand endlich in einer Rauchwolke, die nach echtem holländischen Tabak roch und langsam sich kräuselnd in den Tannenwipfeln vorschwebte. Als Peter nach Hause kam, fand er seine Mutter sehr Entsorgen um ihn, denn die gute Frau glaubte nicht anders, als ihr Sohn sei zum Soldaten ausgehoben worden. Er aber war fröhlich und guter Dinge und erzählte ihr, wie er im Wald einen guten Freund getroffen, der ihm Geld vorgeschossen habe, um ein anderes Geschäft als Kohlenbrennen anzufangen. Obgleich seine Mutter schon seit dreißig Jahren in der Köhlerhütte wohnte und an den Anblick berußter Leute so gewöhnt war, als jede Müllerin an das Mehlgesicht ihres Mannes, so war sie doch eitel genug, sobald ihr Peter ein glänzenderes Los zeigte, ihren früheren Stand zu verachten und sprach. Ja, als Mutter eines Mannes, der eine Glashütte besitzt, bin ich doch was anderes als Nachbarin Grete und bete und setze mich in Zukunft vorne hin in der Kirche, wo rechte Leute sitzen. Ihr Sohn aber wurde mit den Erben der Glashütte bald handelseinig. Er behielt die Arbeiter, die er vorfand, bei sich und ließ nun Tag und Nacht Glas machen. Anfangs gefiel ihm das Handwerk wohl. Er pflegte gemächlich in die Glashütte hinab zu steigen, ging dort mit vornehmen Schritten die Hände in die Taschen gesteckt hin und her, guckte dahin, guckte dorthin, sprach dies und jenes, worüber seine Arbeiter oft nicht wenig lachten. Und seine größte Freude war, das Glas blasen zu sehen. Und oft machte er sich selbst an die Arbeit und formte aus der noch weichen Masse die sonderbarsten Figuren. Aber bald ward ihm die Arbeit entleidet und er kam zuerst nur noch eine Stunde des Tages in die Hütte, dann nur alle zwei Tage, endlich die Woche nur einmal und seine Gesellen machten, was sie wollten. Das alles kam aber nur vom Wirtshaus laufen. Den Sonntag, nachdem er vom Tannenbühl zurückgekommen war, ging er ins Wirtshaus und wer schon auf dem Tanzboden sprang, war der Tanzbodenkönig. Und der dicke Ezechiel saß auch schon hinter der Maaskanne und knöchelte um Kronenthaler. Da fuhr Peter schnell in die Tasche zu sehen, ob ihm das Glasmännlein Wort gehalten, und auch in seinen Beinen zuckte und drückte es, wie wenn sie tanzen und springen wollten, und als der erste Tanz zu Ende war, stellte er sich mit seiner Tänzerin oben an neben den Tanzboden König und sprang dieser drei Schuh hoch, so flog Peter vier. Und machte dieser wunderliche und zierliche Schritte, so verschlang und drehte Peter seine Füße, dass alle Zuschauer vor Lust und Verwunderung beinahe außer sich kam. Als man aber auf dem Tanzboden vernahm, dass Peter eine Glashütte gekauft habe, als man sah, dass er so oft er an den Musikanten vorbeitanzte, ihnen ein Sechsbetzner zuwarf, da war des Stauns kein Ende. Die einen glaubten, er habe einen Schatz im Walde gefunden, die anderen meinten, er habe eine Erbschaft getan. Aber alle hielten ihn jetzt und hielten ihn für einen gemachten Mann, nur weil er Geld hatte. Verspielte er doch noch an dem selben Abend zwanzig Gulden und nichts desto minder rasselte und klang es in seiner Tasche, wie wenn noch hundert Taler drin wären. Als Peter sah, angesehener war, wusste er sich vor Freude und Stolz nicht zu fassen. Er warf das Geld mit vollen Händen weg und teilt es den Armen reichlich mit, wusste er doch, wie ihn selbst einst die Armut gedrückt hatte. Des Tanzbodenkönigs Künste wurden von den übernatürlichen Künsten des neuen Tänzers zu Schanden und Peter führte jetzt den Namen Tanz Kaiser. Die unternehmendsten Spieler am Sonntag wagten nicht so viel wie er, aber sie verloren auch nicht so viel und je mehr er verlor, desto mehr gewann er. Das verhielt sich aber ganz so, wie er es vom kleinen Glasmännlein verlangt hatte. Er hatte sich gewünscht, immer so viel Geld in der Tasche zu haben, wie der dicke Ezechiel. Und gerade dieser war es, an welchem er sein Geld verspielte. Und wenn er zwanzig, dreißig Grün auf einmal verlor, so hatte er sie alsbald wieder in der Tasche, wenn sie Ezechiel einstrich. Nach und nach brachte er es aber im Schlemmen und Spielen weiter als die schlechtesten Gesellen im Schwarzwald, und man nannte ihn öfter Spielpeter als Tanzkaiser. Denn er spielte jetzt auch beinahe an allen Werktagen. Darüber kam aber seine Glashütte nach und nach in Verfall, und daran war Peters Unverstand schuld. Glas ließ er machen, so viel man immer machen konnte, aber er hatte mit der Hütte nicht sogleich das Geheimnis gekauft, wohin man es am besten verschleißen könne. Er wusste am Ende mit der Menge Glas nichts anzufangen und verkaufte es um den halben Preis seiner rumziehenden Händler nur um seine Arbeiter bezahlen zu können. Eines Abends ging er auch wieder vom Wirtshaus heim und dachte trotz des vielen Weines, den er getrunken, um sich fröhlich zu machen, mit Schrecken und Kram an den Verfall seines Vermögens. Da bemerkte er auf einmal, dass jemand neben ihm gehe. Sehe da, es war das Glas Männlein. Da geriet er in Zorn und Eifer, vermaß sich hoch und teuer und schwur, der Kleine sei in all seinem Unglück schuld. »Was tue ich nun mit Pferd und Wägelchen?« rief er. »Was nutzt mir die Hütte unter mein Glas? Selbst als ich noch ein elender Köhlers Bursch war, lebte ich froh und hatte keine Sorgen. Jetzt weiß ich »So?« entgegnete das Glas Männlein. »So? Ich also soll schuld daran sein, wenn du unglücklich bist? Ist dies der Dank für meine Wohltaten? Wer hieß dich so töricht wünschen? Ein Glasmann wolltest du sein und wusstest nicht, wohin ein Glas verkaufen? Sagte ich dir nicht, du solltest behutsam wünschen? Verstand Peter, Klugheit hat dir gefehlt. Was? Verstand und Klugheit, rief Jena, ich bin so ein kluger Bursche als irgendeiner und will es dir zeigen, Glas Männlein. Und bei diesen Worten faßte er das Männlein unsanft am Kragen und schrie, hab ich dich jetzt, Schatz Hauser im grünen Tannenwald, und den dritten Wunsch will ich jetzt tun, den sollst du mir gewähren. Und so will ich hier auf der Stelle zweimal hunderttausend harte Taler und ein Haus und oh weh, schrie er und schüttelte die Hand, denn das Männlein hatte sich in glühendes Glas verwandelt und brannte in seiner Hand wie sprühendes Feuer. Aber von dem Männlein war nichts mehr zu sehen. Mehrere Tage lang erinnerte ihn seine geschwollene Hand an seine Undankbarkeit und Torheit. Dann aber übertäubte er sein Gewissen und sprach »Und wenn sie mir die Glashütte und alles verkaufen, so bleibt mir doch immer der dicke Esechel. Solange der Geld hat am Sonntag kann es mir nicht fehlen. Ja, Peter, aber wenn er keines hat. Und so geschah es eines Tages und war ein wunderliches Rechenexempel. Denn eines Sonntags kam er angefahren ans Wirtshaus und die Leute streckten die Köpfe durch die Fenster und der eine sagte »Da kommt der Spielpeter« und der andere »Ja, der Tanzkaiser, der reiche Glasmann« und ein dritter schüttelte den Kopf und sprach »Mit dem Reichtum kann man es machen, man sagt allerlei von seinen Schulden, und in der Stadt hat einer gesagt, der Amtmann werde nicht mehr lange säumen zum Auspfänden.« Indessen grüßte der reiche Peter die Gäste am Fenster vornehmen und gravitätisch, stieg vom Wagen und schrie »Sonnenwirt, guten Abend, ist der dicke Esechil schon da?« Und »Wir sind schon da und bei den Karten.« So trat Peter Munk in die Wirtsstube, fuhr gleich in die Tasche und merkte, dass Esechil gut versehen sein müsse, denn seine Tasche war bis oben angefüllt. Er setzte sich hinter den Tisch zu den anderen und gewann und verlor hin und her und so spielten sie, bis andere ehrliche Leute nach Hause gingen und spielten bei Licht, bis zwei andere Spieler sagten, jetzt ist's genug und wir müssen heim zu Frau und Kind. Aber Spielpeter forderte den dicken Esechil auf zu bleiben. Dieser wollte lange nicht, endlich aber rief er, gut, jetzt will ich mein Geld zählen und dann wollen wir beide knöchern, den Satz um fünf Gulden. Denn Niederer ist es doch nur ein Kinderspiel. Er zog den Beutel und zählte und fand hundert Gulden bar. Und Spielpeter wusste nun, wie viel er selbst habe und brauchte es nicht erst zu zählen. Aber hatte Esechil vorher gewonnen, so verlor er jetzt Satz für Satz und fluchte gräulich dabei. Warf er einen Pasch, gleich warf Spielpeter auch ein und immer zwei Augen höher. Da setzte er endlich die letzten Hör ich doch nicht auf, dann leihst du mir von deinem Gewinn Peter ein, ehrlicher Kerl hilft dem Anderen. So viel du willst und wenn es hundert Gulden sein sollten, sprach der Tanzkaiser fröhlich über seinen Gewinn und der dicke Esechil schüttelte die Würfel und warf fünfzehn. Posch rief er, jetzt wollen wir sehen. Peter aber warf achtzehn und eine heisere bekannte Stimme sprach hinter ihm, so das war der letzte. Er sah sich um und riesengroß stand der Holländer Michiel hinter ihm. Erschrocken ließ er das Geld fallen, das er schon eingezogen hatte. Aber der dicke Esechil sah den Waldmann nicht, sondern verlangte der Spielpeter soll ihm zehn gulden Vorstrecken zum Spiel. Halb im Traum fuhr dieser mit der Hand in die Tasche, aber da war kein Geld. Er suchte in der anderen Tasche, aber auch da fand sich nichts. Er kehrte den Rock um, aber es fiel kein roter Heller heraus, und jetzt erst gedacht er seines eigenen ersten Wunsches immer so viel Geld zu haben, als der dicke Esechil. Wie Rauch war alles verschwunden. Der Wirt und Esechil sahen ihn staunt an, als er immer suchte und sein Geld nicht finden konnte. Sie wollten ihm nicht glauben, dass er keines habe, aber als sie endlich selbst in seinen Taschen suchten, wurden sie zornig und schworen, der Spielpeter sei ein böser Zauberer und habe all das gewonnene Geld und sein eigenes nach Hause gewünscht. Peter verteidigte sagte, er wolle die schreckliche Geschichte allen Leuten im Schwarzwald erzählen und der Wirt versprach ihm, morgen mit dem Frühsten in die Stadt zu gehen und Peter Munk als Zauberer anzuklagen und er wolle es erleben, setzte er hinzu, dass man ihn verbrenne. Dann fielen sie wütend über ihn her, rissen ihm das Wams vom Leib und warfen ihn zur Tür hinaus. Kein Stern schien am auch konnte er eine dunkle Gestalt erkennen, die neben ihm herschritt und endlich sprach, mit dir es aus, Peter Munk, all deine Herrlichkeit ist zu Ende, und das hätte ich dir schon damals sagen können, als du nichts von mir hören wolltest und zu dem dummen Glaszwerg liefst. Da siehst du jetzt, was man davon hat, wenn man meinen Rat verachtet. Aber versuch es einmal mit mir, ich habe Mitleiden mit deinem Schicksal, noch keinen hat es gerollt, der sich an mich wandte, und wenn du den Weg nicht scheust, morgen den ganzen Tag bin ich am Tannenbühl zu sprechen, wenn du mich rufst. Peter merkte wohl, wer so zu ihm spreche, aber es kam ihm ein Grauen an. Er antwortete nichts, sondern lief seinem Haus zu. Bei diesen Worten wurde der Erzähler durch ein Geräusch vor der Schenke unterbrochen. Man hörte einen Wagen anfahren, mehrere Stimmen riefen nach Licht, es wurde heftig an das Tor gepocht, und dazwischen heulten mehrere Hunde. Die Kammer, die man dem Fuhrmann und den Handwerksburschen angewiesen hatte, ging nach der Straße hinaus. Die vier Gäste sprangen auf und liefen dorthin, um zu sehen, was vorgefallen sei. So viel sie bei dem Schein einer Laterne sehen konnten, stand ein großer Reisewagen vor der Schenke. Soeben war ein großer Mann beschäftigt, zwei verschleierte Frauen aus dem Wagen zu heben, und ein Kutscher in Livree sah man die Pferde abspannen. Ein Bediensteter aber schnallte den Koffer los. Diesen sei Gott gnädig, seufzte der Fuhrmann. Wenn diese mit heiler Haus aus der Schenke kommen, so ist mir für meinen Karren auch nicht mehr bange. Stille, flüsterte der Student, mir ahnet, dass man eigentlich nicht uns, sondern dieser Dame auflauert. Wahrscheinlich waren sie unten schon von ihrer Reise unterrichtet, wenn man sie nur warnen könnte, doch halt, es ist im ganzen Wirtshaus kein anständiges Zimmer für die Dame als das neben dem meinigen, dorthin wird man sie führen. Bleibet ihr ruhig in dieser Kammer, ich will die Bediensteten zu unterrichten suchen. Der junge Mann schlich sich auf sein Zimmer, löschte die Kerzen aus und ließ nur das Licht brennen, das ihm die Wirtin gegeben. Dann lauschte er an der Türe. Bald kam die Wirtin mit den Damen Bald darauf hörte der Student schwere männliche Tritte die Treppe heraufkommen. Er öffnete behutsam die Türe und er blickte durch eine kleine Spalte den großen Mann, welcher die Damen aus dem Wagen gehoben. Er trug ein Jagdkleid und hatte einen Hirschfänger an der Seite und war wohl der Reisestallmeister oder Begleiter der Fremden Damen. Als der Student merkte, dass dieser allein heraufgekommen war, öffnete er schnell die Tür und winkte dem Mann, zu ihm einzutreten. Verwundert trat dieser näher, und noch ehe er fragen konnte, was man von ihm wolle, flüsterte ihm jener zu, »Herr, Sie sind heute Nacht in eine Räuberschenkel geraten.« Der Mann erschrak, der Student zog ihn aber vollends in seine Türe und erzählte ihm, wie verdächtig es in diesem Hause aussehe. Der Jäger wurde sehr besorgt, als er dies hörte. Er belehrte den jungen Mann, dass die Damen, eine Gräfin und ihre Kammerfrau anfänglich die ganze Nacht durch haben fahren wollen. Aber etwa eine halbe Stunde von dieser Schenkel sei ihnen ein und gefragt habe, wohin sie reisen wollten. Als er vernommen, dass sie gesonnen seien, die ganze Nacht durch den Spässer zu reisen, habe er ihnen abgeraten, indem es gegenwärtig sehr unsicher sei. »Wenn ihnen am Rat eines rötlichen Mannes etwas liegt, habe er hinzugesetzt, so stehen sie ab von diesem Gedanken. Es liegt nicht weit von ihr eine Schenke, so schlecht und unbequem sie sein mag, so übernachten sie lieber da selbst, als dass sie sich in dieser dunklen Nacht unnötig der Gefahr preis geben. Der Mann, der ihnen dies geraten, habe sehr ehrlich und rechtlich ausgesehen, und die Gräfin habe in der Angst vor einem Räuberanfall befohlen, an dieser Schenke Stille zu halten. Der Jäger hielt es für seine Pflicht, die Damen von der Gefahr, worin sie schwebten zu unterrichten. Er ging in das andere Zimmer, und bald darauf öffnete er die Türe, welche von dem Zimmer der Gräfin in das des Studenten führte. Die Gräfin, eine Dame von etwa vierzig Jahren, trat vor Schrecken bleich zu dem Studenten heraus und ließ sich alles noch einmal von ihm wiederholen. Dann berät man sich, was in dieser misslichen Lage zu tun sei und beschloss, so behutsam als möglich die zwei Bediensteten, den Fuhrmann und die Handwerksburschen herbeizuholen, um im Falle eines Angriffs wenigstens gemeinsame Sache machen zu können. Als dieses bald darauf geschehen war, wurde das Zimmer der Gräfin gegen den Hausflur hin verschlossen und mit Kommoden und Stühlen verrammelt. Sie setzte sich mit ihrer Kammerfrau aufs Bette und die zwei Bediensteten hielten bei ihr Wache. Die früheren Gäste aber und der Jäger setzten sich im Zimmer des Studenten um den Tisch und beschlossen, die Gefahr zu erwarten. Es mochte jetzt etwa zehn Uhr sein, im Hause war alles ruhig und still, und noch machte man keine Miene, die Gäste zu stören. Da sprach der Zirkelschmied, um wach zu bleiben, wäre es wohl das Beste, wir machten es wieder wie zuvor. Wir erzählten nämlich, was wir von allerlei Geschichten wissen, und wenn der Herr Jäger nichts dagegen hat, so könnten wir weiter fortfahren. Der Jäger aber hatte nicht nur nichts dagegen einzuwenden, sondern um seine Bereitwilligkeit zu zeigen, versprach er, selbst etwas zu erzählen. Er hob an. Zirkelschicksale Zur Zeit Harun al-Raschids, des Beherrschers von Bagdad, lebte ein Mann in Balsora mit Namen Benazah. Er hatte gerade so viel Vermögen, um für sich bequem und ruhig leben zu können, ohne ein Geschäft oder einen Handel zu treiben. Auch als ihm mein Sohn geboren wurde, ginge von dieser Weise nicht ab. Warum soll ich in meinem Alter noch schachern und handeln, sprach er zu seinen Nachbarn. Um vielleicht Said, meinem Sohn tausend Goldstücke mehr hinterlassen zu können, wenn es gut geht, und wenn es schlecht geht, tausend weniger? Wo zwei speisen, wird doch ein dritter Satz, sagt das Sprichwort, und wenn er nur sonst ein guter Junge wird, so soll es ihm an nichts fehlen. So sprach Benazah und hielt Wort. Denn er ließ auch seinen Sohn nicht zu einem Handel oder einem Gewerbe nicht, die Bücher der Weisheit mit ihm zu lesen. Und da nach seiner Ansicht ein jung Mann außer Gelehrsamkeit und Ehrfurcht vor dem Alter nichts mehr zierte als ein gewandter Arm und Mut, so ließ er ihn früher in den Waffen unterweisen. Und Said galt bald unter seinen Altersgenossen, ja, selbst unter älteren Jünglingen, für einen gewaltigen Kämpfer, und im Reiten und Schwimmen tat es ihm keiner zuvor. Als er achtzehn Jahre alt war, schickte ihn sein Vater nach Neckar zum Grab des Propheten, um an Ort und Stelle sein Gebet und seine religiösen Übungen zu verrichten, so wie es Sitte und Gebot erfordern. Ehe er abreiste, ließ ihn sein Vater noch einmal vor sich kommen, lobte seine Aufführung, gab ihm gute Lehren, verseih mit Geld und sprach dann, noch etwas mein Sohn Said, ich bin ein Mann, der über die Vorurteile des Pöbels erhaben ist. Ich höre zwar gerne Geschichten von Feen und Zauberern erzählen, weil mir die Zeit angenehm dabei vergeht, doch bin ich weit entfernt daran zu glauben, wie so viele unwissende Menschen tun, dass diese Genien oder wer sie sonst sein mögen, Einfluss auf das Leben und Treiben der Menschen haben. Deine Mutter aber, sie ist jetzt zwölf Jahre tot, deine Mutter glaubte so fest daran als an den Koran. Ja, sie hat mir in einer einsamen Stunde, nachdem ich ihr geschworen, es niemand als ihrem Kinde zu entdecken, vertraut, dass sie selbst von ihrer Geburt an mit einer Feen Berührung gestanden habe. Ich habe sie deswegen ausgelacht und doch muss ich gestehen, Said, dass bei deiner Geburt einige Dinge vorfielen, die mich selbst in Erstaunen setzten. Es hatte den ganzen Tag geregnet und gedonnert und der Himmel war so schwarz, dass man nichts lesen konnte ohne Licht. Aber um vier Uhr nachmittags sagte man mir an, es sei mir ein Knäblein geboren. Ich eilte nach den Gemächern deiner Mutter, um meinen Erstgeborenen zu sehen und zu segnen. Aber alle ihre Zofen standen vor der Türe und auf meine Fragen antworteten sie, dass jetzt niemand in das Zimmer treten dürfe. Sumira, deine Mutter habe alle hinausgehen heißen, weil sie allein sein wolle. Ich pochte an die Türe, aber umsonst, sie blieb verschlossen. Während ich so halb unwillig unter den Zofen vor der Türe stand, klärte sich der Himmel so plötzlich auf, wie ich es nie gesehen hatte, und das Wunderbarste war, dass nur über unserer lieben Stadt Balsura eine reine blaue Himmelswölbung erschien. Ringsum aber lagen die Wolken schwarz aufgerollt und Blitze zuckten und schlängelten sich in diesem Umkreis. Während ich noch dieses Schauspiel neugierig betrachtete, flog die Türe meiner Gattin auf. Ich aber ließ die Mägde noch außen harren und trat allein in das Gemach, deine Mutter zu fragen, warum sie sich eingeschlossen habe. Als ich eintrat, quoll mir ein so betäubender Geruch von Rosen, Nelken und Hyazinthen entgegen, dass ich beinahe verwirrt wurde. Deine Mutter brachte mir dich da und deutete zugleich auf ein silbernes Pfeilchen, das du um den Hals an einer goldenen Kette so fein wie Seide trugst. Die gütige Frau, von welcher ich dir einst erzählte, ist da gewesen, sie hat deinem Knaben dieses Angebinde gegeben. Das war also die Hexe, die das Wetter schön machte und diesen Rosen und Nelkenduft hinterließ, sprach ich lachend und ungläubig. Aber sie hätte etwas Besseres bescheren können als dieses Pfeifchen, etwa einen Beutel voll Gold, ein Pferd oder dergleichen. Deine Mutter beschwor mich nicht zu spotten, weil die Feen leicht erzürnt, ihren Segen in Unsegen verwandeln. Ich tat es ihr zu gefallen und schwieg, weil sie krank war. Wir sprachen auch nicht mehr von dem sonderbaren Vorfall, bis sechs Jahre nachher, als sie fühlte, dass sie, so jung sie noch war, sterben müsse. Da gab sie mir das Pfeifchen, trug mir auf, es einst, wenn du zwanzig Jahre alt seist, dir zu geben. Denn keine Stunde zuvor dürfte ich dich von mir lassen. Sie starb. Er ist nun das Geschenk, fuhr Bena sofort, indem er ein silbernes Pfeifchen an einer langen, goldenen Kette aus seinem Kästchen hervorsuchte. Und ich gebe es dir in deinem achtzehnten, statt in deinem zwanzigsten Jahre, weil du abreisen und ich vielleicht, ehe du heimkehrst, zu meinen Vätern versammelt werde. Ich sehe keinen vernünftigen Grund ein, warum du noch zwei Jahre hier bleiben sollst, wie es deine besorgte Mutter wünschte. Du bist ein guter und gescheiter Junge. Du führst die Waffen so gut als einer von vierundzwanzig Jahren, daher kann ich dich heute ebenso gut für mündig erklären, als wärest du schon zwanzig. Und nun ziehe in Frieden und denke im Glück und Unglück, vor welchem der Himmel dich bewahren wolle, an deinen Vater. So sprach Benazah von Balsora, als er seinen Sohn entließ. Saeed nahm bewegt von ihm Abschied, hing die Kette um den Hals, steckte das Pfeifchen in den Gürtel, schwang sich aufs Pferd und tritt nach dem Ort, wo sich die Karawane nach Mekka versammelte. In kurzer Zeit waren dann achtzig Kamele und viele hundert Reiter beisammen. Die Karawane setzte sich in Marsch und Saeed rette aus dem Tor von Balsora, seiner Vaterstadt, die er in langer Zeit nicht mehr sehen sollte. Das Neue einer solchen Reise und die mancherlei nie gesehenen Gegenstände, die sich ihm aufdrängten, zerstreuten ihn anfangs. Als man sich aber der Wüste näherte und die Gegend immer öder und einsamer wurde, da fing er an, über manches nachzudenken und unter anderem auch die Worte, womit ihn Benazah seinen Vater entlassen hatte. Er zog das Pfeifchen hervor, beschaute es hin und her und setzte es endlich an den Mund, um einen Versuch zu machen, ob es vielleicht einen recht hellen und schönen Ton von sich gebe. Aber siehe, es tönte nicht. Er blähte die Backen auf und blies aus Leibeskräften, aber er konnte keinen Ton hervorbringen und unwillig über das nutzlose Geschenk steckte er das Pfeifchen wieder in den Gürtel. Aber bald richteten sich alle seine Gedanken wieder auf die geheimnisvollen Worte seiner Mutter. Er hatte von Feen manches gehört, aber nie hatte er erfahren, dass dieser oder jener Nachbar in Balsura mit einem übernatürlichen Genius in Verbindung gestanden sei, sondern man hatte die Sagen von diesen Geistern immer in weit entfernte Länder und alte Zeiten versetzt und so glaubte er, es gebe heutzutage keine solchen Erscheinungen mehr. Oder die Feen haben aufgehört, die Menschen zu besuchen und an ihren Schicksalen teilzunehmen. Obgleich er aber also dachte, so war er doch immer wieder von neuem versucht, an irgendetwas Geheimnisvolles und Übernatürliches zu glauben, was mit seiner Mutter vorgegangen sein und so kam es, dass er beinahe einen ganzen Tag wie ein Träumender zu Pferde saß und weder an den Gesprächen der Reisenden teilnahm, noch auf ihren Gesang oder ihr Gelächter achtete. Saeed war ein sehr schöner Jüngling. Sein Auge war mutig und kühn, sein Mund voll Anmut und so junger war, er hatte doch in seinem ganzen Wesen schon eine gewisse Würde, die man in diesem Alten nicht so oft trifft. Und der Anstand, womit er leicht, aber sicher und in vollem kriegerischem Schmuck zu Pferde saß, zog die Blicke manches der Reisenden auf sich. Ein alter Mann, der an seiner Seite ritt, fand wohlgefallen an ihm und versuchte, durch manche Fragen auch seinen Geist zu prüfen. Saeed, welchem Ehrfurcht gegen das Alter eingeprägt worden war, antwortete bescheiden, aber klug und umsichtig, so dass der Alte eine große Freude an ihm hatte. Da aber der Geist des jungen Mannes schon den ganzen Tag nur mit einem Gegenstand beschäftigt war, so geschah es, dass man bald auf das geheimnisvolle Reich der Feen zu sprechen kam. Und endlich fragte Saeed den Alten geradezu, ob er Glaube, dass es Feen gute oder böse Geister geben könne, welche den Menschen beschützen oder verfolgen. Der alte Mann strich sich den Bart, neigte seinen Kopf hin und her und sprach dann, leignen lässt es sich nicht, dass es solche Geschichten gegeben hat, obgleich ich bis heute weder einen Geisterzwerg noch ein Genius als Riesen, weder einen Zauberer noch eine Fee gesehen habe. Der alte hob dann an und erzählte dem jungen Mann so viele und wunderbare Geschichten, dass ihm der Kopf schwindelte und er nicht anders dachte, als alles, was bei seiner Geburt vorgegangen, die Änderung des Wetters, der süße Rosen- und Hyazinthenduft, sei von großer und glücklicher Vorbedeutung. Er selbst stehe unter dem besonderen Schutz seiner mächtigen, gütigen Fee und das Pfeifchen worden, als der Fee im Fall der Not zu pfeifen. Er träumte die ganze Nacht von Schlössern, Zauberpferden, Genien und dergleichen und lebte in einem wahren Feenreich. Doch leider musste er schon am folgenden Tag die Erfahrung machen, wie nichtig all seine Träume im Schlafen oder Wachen seien. Die Karawane war schon den größten Teil des Tages im gemächlichen Schritt fortgezogen, Said immer an der Seite seines alten Gefährten, als man dunkle Schatten am fernsten Ende der Wüste bemerkte. Die einen hielten sie für Sandhügel, die anderen für Wolken, wieder andere für eine neue Karawane, aber der Alte, der schon mehrere Reisen gemacht hatte, rief mit lauter Stimme, sich vorzusehen, denn es sei eine Horde räuberischer Araber im Anzug. Die Männer griffen zu den Mitte genommen und alles war auf einen Angriff gefasst. Die dunkle Masse bewegte sich langsam über die Ebene her und war anzusehen wie eine große Schar Stärche, wenn sie in ferne Länder ausziehen. Nach und nach kamen sie schneller heran, und kaum hatte man Männer und Lanzen unterschieden, als sie auch schon mit Windeseile herangekommen waren und auf die Karawane einstürmten. Die Männer wehrten sich tapfer, aber die Räuber waren über vierhundert Mann stark, umschwärmten sie von allen Seiten, töteten viele aus der Ferne her und machten dann einen Angriff mit der Lanze. In diesem furchtbaren Augenblick fiel Said, der immer unter den vordersten Wacker gestritten hatte, sein Pfeifchen ein. Er zog es schnell hervor, setzte es an den Mund, blies und ließ es schmerzlich wieder sinken, denn es gab auch nicht den leisesten Ton von sich. Wütend über diese grausame Enttäuschung zielte er und schoss einen Araber, der sich durch seine prachtvolle Kleidung auszeichnete durch die Brust. Jener wankte und fiel vom Pferd. Allah, was habt ihr gemacht, junger Mensch, rief der Alter an seiner Seite, jetzt sind wir alle verloren. Und so schien es auch, denn kaum sahen die Räuber diesen Mann fallen, als sie ein schreckliches Geschrei erhoben und mit solcher Wut eindrang, dass die wenigen noch unverwundeten Männer bald zersprengt wurden. Said sah sich in einem Augenblick von fünf oder sechs umschwärmt, er führte seine Lanze so gewandt, dass keiner sich heranzunahen wagte. Endlich hielt einer an, legte einen Pfeil auf, zielte und wollte eben die Sehne schnellen lassen, als ihm ein anderer winkte. Der junge Mann machte sich auf einen neuen Angriff gefasst, aber ehe er sich dessen versah, hatte ihm einer der Araber eine Schlinge über den Kopf geworfen, und so sehr er sich bemühte, das Seil zu zerreißen, so war Erwane war endlich entweder ganz aufgerieben oder gefangen worden, und die Araber, welche nicht zu einem Stamm gehörten, teilten jetzt die Gefangenen und die übrige Beute und zogen dann der eine Teil nach Süden, der andere nach Osten. Neben Said ritten vier Bewaffnete, welchen ihn oft mit bitterem Grimm anschauten und Verwünschungen über ihn ausstießen. Er merkte, dass es ein vornehmer Mann, getötet hatte. Die Sklaverei, welche er entgegensah, war noch härter als der Tod. Darum wünschte er sich im stillen Glück, den Grimm der ganzen Horde auf sich gezogen zu haben, denn er glaubte nicht anders, als in ihrem Lager getötet zu werden. Die Bewaffneten bewachten alle seine Bewegungen, und so oft er sich umschaute, drohten sie ihm mit ihren Spießen. Einmal aber, als das Pferd des einen strauchelte, wandte er den Kopf schnell um, und er blickte zu seiner Freude den Alten, seinen Reisegefährten, welchen er unter den Toten geglaubt hatte. Endlich sah man in der Ferne Bäume und Zelte. Als sie näher kamen, strömte ein ganzer Schwall von Kindern und Weibern entgegen. Aber kaum hatten diese einige Worte mit den Räubern gewechselt, als sie in ein schreckliches Geheul ausbrachen und alle nach »Jener ist es«, schrien sie, »der den großen Almanso erschlagen hat, den tapfersten aller Männer. Er muss sterben, wir wollen sein Fleisch dem Schakal der Wüste zur Beute geben.« Dann drang sie mit Holzstückchen, Erdschollen und alles, was sie zur Hand hatten, so furchtbar auf Said ein, dass sich die Räuber selbst ins Mittel legen mussten. »Hinweg, ihr unmündigen fort, ihr sehten auseinander. Er hat den großen Almanso erschlagen im Gefecht und er muss sterben, aber nicht von der Hand eines Weibes, sondern vom Schwert der Tapferen. Als sie unter den Zelten auf einem freien Platz angelangt waren, machten sie Halt. Die Gefangenen wurden je zwei und zwei zusammen gebunden, die Beute in die Zelte gebracht, Said aber wurde einzeln gefesselt und in ein großes Zelt geführt. Dort saß ein alter, prachtvoll gekleideter Mann, dessen ernste, stolze Miene verkündete, dass er das Oberhaupt dieser Horde sei. Die Männer, welche Said führten, traten traurig und mit gesenktem Haupt vor ihn hin. »Das Geheul der Weiber sagt mir, was geschehen ist«, sprach der majestätische Mann, indem er die Räuber der Reihe nach anblickte. Bestätigen es. Almansur ist gefallen. Almansur ist gefallen, antworteten die Männer, aber hier, Selim, Beherrscher der Wüste, ist sein Mörder, und wir bringen ihn, damit du ihn richtest. Welcher Todesart soll er sterben? Sollen wir ihn aus der Ferne mit Pfeilen erschießen? Sollen wir ihn durch eine Gasse von Lanzen jagen, oder willst du, dass an einem Strick aufgehängt oder von den Pferden zerrissen werde? Wer bist du? fragte Selim, düster auf den Gefangenen blickend, der zum Tod bereit, aber mutig vor ihm stand. Said beantwortete seine Frage kurz und offen. Hast du meinen Sohn Meuchlings umgebracht? Hast du ihn von hinten mit einem Pfeil oder einer Lanze durchbohrt? Nein, Herr, entgegnete Said. Ich habe ihn in offenem Kampf beim Angriff auf unsere Reihen von vorne getötet, weil er schon acht meiner Genossen vor meinen Augen erschlagen hatte. Ist es also, wie er sprach? fragte Selim die Männer, die ihn gefangen hatten. Ja, ja, er hat ein Mann so im offenen Kampf getötet, sprach einer von den Gefragten. Dann hat er nicht mehr und nicht minder getan, als wir selbst getan haben würden, versetzte Selim. Er hat seinen Feind, der ihm Freiheit und Leben rauben wollte, bekämpft und erschlagen. Drum löset schnell seine Bande. Die Männer sahen ihn staunend an und gingen nur zaudernd und mit Widerwillen ans Werk. So soll der Mörder deines Sohnes, des tapferen Almansur nicht sterben? fragte einer, indem er wütende Blicke auf Said warf. Hätten wir ihn lieber gleich umgebracht. Er soll nicht sterben, rief Selim, und ich nehme ihn sogar in mein eigenes Zelt auf, ich nehme ihn als meinen gerechten Anteil an der Beute. Er sei mein Diener. Said fand keine Worte dem Alten zu danken, die Männer aber verließen murrend das Zelt. Und als sie den Weibern und Kindern, die draußen versammelt waren und auf Saids Hinrichtung warteten, den Entschluss des alten Seele mithalten, erhoben sie ein schreckliches Geheul und Geschrei und riefen, eigener Vater die Blutrache nicht üben wolle. Die übrigen Gefangenen wurden an die Horden verteilt. Einige entließ man, um Lösegeld für die Reicheren einzutreiben, andere wurden zu den Herden als Hirten geschickt, und manche, die vorher von zehn Sklaven sich bedienen ließen, mussten die niedrigsten Dienste in diesem Lager versehen. Nicht so Said. War es sein mutiges, heldenmäßiges Aussehen oder der geheimnisvolle Zauber einer gütigen Fee, was den alten Seelim für den Jüngling einnahm? Man wusste es nicht zu sagen, aber Said lebte in seinem Zelt mehr als der Sohn denn als Diener. Aber die unbegreifliche Zuneigung des alten Mannes zog ihm die Feindschaft der übrigen Diener zu. Er begegnete überall nur feindlichen Blicken, und wenn er allein durchs Lager ging, so hörte er ringsumher Schimpfworte und Verwünschungen ausstoßen, ja, einige Mal flogen Pfeiler in seiner Brust vorüber, die offenbar ihm gegolten hatten, und dass sie ihn nicht trafen, schrieb er nur dem geheimnisvollen Pfeifchen zu, und welchem er diesen Schutz zuschrieb. Oft beklagte er sich bei Selim über diese Angriffe auf sein Leben, aber vergebens suchte diese die Meuchelmörder ausfindig zu machen, denn die ganze Horde schien gegen den begünstigten Fremdling verbunden zu sein. Da sprach eines Tages Selim zu ihm, »Ich hatte gehofft, du werdest mir vielleicht den Sohn ersetzen, der durch deine Hand umgekommen ist. An dir und mir liegt nicht die Schuld, dass es nicht sein konnte. Alle sind gegen dich erbittert, und dich selbst kann dich in Zukunft nicht mehr schützen, denn was hilft es dir oder mir, wenn sie dich heimlich getötet haben, den Schuldigen zur Strafe zu ziehen? Darum, wenn die Männer von ihrem Streifzug heimkehren, werde ich sagen, dein Vater habe mir Lösegeld geschickt, und ich werde dich durch einige treue Männer durch die Wüste geleiten lassen. Aber kann ich irgendeinem außer dir trauen? fragte Said bestürzt. Werden sie mich nicht unterwegs töten? Davor schützt dich der Eid, den sie mir schwören müssen, und den noch keiner gebrochen hat, erwiderte Selem mit großer Ruhe. Einige Tage nachher kehrten die Männer ins Lager zurück, und Selem hielt sein Versprechen. Er schenkte dem Jüngling Waffen, Kleider und ein Pferd, versammelte die streitbaren Männer, wählte fünf zur Begleitung Saids aus, ließ sie einen furchtbaren Eid ablegen, dass sie ihn nicht töten wollten, und entließ ihn dann mit Tränen. Die fünf Männer ritten finster und schweigend mit Said durch die Wüste. Der Jüngling sah, wie ungern sie den Auftrag erfüllten, und es machte ihm nicht wenig Besorgnis, dass zwei von ihnen bei jenem Kampf zugegen waren, wo er Almansor tötete. Als sie etwa acht Stunden zurückgelegt hatten, hörte Said, dass sie untereinander flüsterten und bemerkte, dass ihre Mähnen noch düsterer wurden als vorher. Er strengte sich an aufzuhorchen und vernahm, dass sie sich in einer Sprache unterhielten, die nur von dieser Horde und immer nur bei geheimnisvollen oder gefährlichen Unternehmung gesprochen wurde. Selim, der den Plan gehabt hatte, den jungen Mann auf immer in seinem Zelte zu behalten, hatte sich manche Stunde damit abgegeben, ihm diese geheimnisvollen Worte zu lehren. Aber es war nichts Erfreuliches, was er jetzt vernahm. »Hier ist die Stölle«, sprach eine. »Hier griffen wir die Karawane an, und hier fiel der tapferste Mann von der Hand eines Knaben.« »Der Wind hat die Spuren seines Pferdes verweht«, fuhr ein anderer fort, »aber ich habe sie nicht vergessen.« »Und zu unserer Schande soll der noch Leben und frei sein, der Hand an ihn legte?« »Wann hat jemand gehört, dass sein Vater den Tod seines einzigen Sohnes nicht richte, aber Selem wird alt und kindisch?« »Und wenn es der Vater unterlässt«, sagte ein Vierter, »so ist es Freundes Pflicht, den der Stelle sollten wir ihn niederhauen. So ist es Recht und Brauch seit den ältesten Zeiten.« »Aber wir haben dem Alten geschworen«, rief ein Fünfter, »wir dürfen ihn nicht töten. Unser Ei darf nicht gebrochen werden.« »Es ist wahr«, sprachen die anderen, »wir haben geschworen, und der Mörder darf frei ausgehen aus den Händen seiner Feinde.« »Halt«, rief einer, der Finsteste unter allen. »Der alte Seele ist ein kluger Kopf, aber doch nicht so klug, als man glaubt. Haben wir ihm geschworen, diesen Burschen da oder dort hin zu bringen? Nein. Er nahm uns den Schwur auf sein Leben ab, und dieses wollen wir ihm schenken. Aber die brennende Sonne und die scharfen Zähne des Schakals werden unsere Rache übernehmen. Hier an dieser Stelle wollen wir ihn gebunden liegen lassen. So sprach der Räuber. Aber schon seit einigen Minuten hatte sich Said auf das Äußerste gefasst gemacht, und indem jener noch die letzten Worte sprach, riss er sein Pferd auf die Seite, trieb es mit einem tüchtigen Hieb an und flog wie ein Vogel über die Ebene hin. Die fünf Männer standen einen Augenblick, aber wohlbewandert in solchen Verfolgungen teilten sie sich, jagten rechts und links nach, und weil sie die Art und Weise, wie man in der Wüste reiten muss, besser kannten, hatten zwei von ihnen den Flüchtling bald überholt. Sie wandten sich gegen ihn um, und als er auf die Seite floh, fand er auch dort zwei Gegner und den fünften in seinem Rücken. Der Ei, den nicht zu töten, hielt Pferd, schlugen unbarmherzig auf ihn los, banden ihn dann an Händen und Füßen und legten ihn in den glühenden Sand der Wüste. Said flehte sie um Barmherzigkeit an, er versprach ihnen schreiend ein großes Lösegeld, aber lachend schwang sie sich auf und jagten davon. Noch einige Augenblicke lauschte er auf die leichten Tritte ihrer Rosse, dann aber gab er sich verloren. Er dachte an seinen Vater, an den Gram des alten Mannes, wenn sein Sohn nicht mehr heimkehre. Er dachte an sein eigenes Elend, dass er so früh sterben müsse. Denn nichts war ihm gewisser, als dass er in dem heißen Sand den matervollen Tod des Verschmachtens sterben müsse, oder dass er von einem Schakal zerrissen werde. Die Sonne stieg immer höher es ihm endlich sich aufzuwälzen, aber es gab ihm wenig Erleichterung. Das Pfeifchen an der Kette war durch diese Anstrengung aus seinem Kleid gefallen. Er mühte sich so lange, bis er es mit dem Mund fassen konnte. Endlich berührte es seine Lippen, er versuchte zu blasen, aber auch in dieser schrecklichen Not versagte es den Dienst. Verzweiflungsvoll ließ er den Kopf zurücksenken und endlich beraubte ihn die stechende Sonne der Sinne. Er fiel in eine tiefe Betäubung. Nach vielen Stunden erwachte Said von einem Geräusch in seiner Nähe. Er fühlte zugleich, dass seine Schulter gepackt wurde, und er stieß einen Schrei des Entsetzens aus, denn er glaubte, nichts anderes, als ein Schakal sei herangekommen, um ihn zu zerreißen. Jetzt wurde er auch an den Beinen gefasst, aber er fühlte, dass es nicht die Krallen eines Raubtieres seien, die ihn umfassten, sondern die Hände eines Mannes, der sich sorgsam mit ihm beschäftigte und mit zwei oder drei anderen sprach. Er lebt, flüsterten sie, aber er hält uns für Feinde. Endlich schlug Said die Augen auf und er blickte über sich das Gesicht eines kleinen dicken Mannes mit kleinen Augen und langem Bart. Dieser sprach ihm freundlich zu, half ihm sich aufzurichten, reichte ihm Speise und trank und erzählte ihm, während er sich stärkte, er sei ein Kaufmann aus Bagdad, heiße Kalumbek und handle mit Schals und Feinschleiern für die Frauen. Er habe eine Handelsreise gemacht, sei jetzt auf der Rückkehr nach Hause begriffen und habe ihn elend und halb im Sand liegen sehen. Sein prachtvoller Anzug und die blitzenden Steine seines Dolches hätten ihn aufmerksam gemacht. Er habe alles angewandt, ihn zu beleben und es sei ihm also gelungen. Der Jüngling dankte ihm für sein Leben, denn er sah wohl ein, dass er ohne die Dazwischenkunft dieses Mannes elend hätte sterben müssen. Und da er weder Mittel hatte, sich selbst vorzuhelfen, noch willens war, zu Fuß und alleine durch die Wüste zu wandern, so nahm er dankbar einen Sitz auf einem der schwer beladenen ziehen. Vielleicht könnte er dort sich an eine Gesellschaft, die nach Balsora reiste, anschließen. Unterwegs erzählte der Kaufmann seinem Reisegefährten manches von dem trefflichen Beherrscher der Gläubigen, Harun al-Rashid. Er erzählte ihm von seiner Gerechtigkeitsliebe und seinem Scharfsinn, wie er die wunderbarsten Prozesse auf einfache und bewundernswürdige Weise zu schlichten wisse. Unter anderem führte er die Geschichte von dem Seiler, die Geschichte von dem Topf mit Oliven an, Geschichten, die jedes Kind weiß, die aber Said sehr bewunderte. Unser Herr, der Beherrscher der Gläubigen, fuhr der Kaufmann fort, unser Herr ist ein wunderbarer Mann. Wenn ihr meinet, er schlafe, wie andere gemeine Leute, so täuscht ihr euch sehr. Zwei, drei Stunden in der Morgendämmerung ist alles. Ich muss das wissen, denn Messur, sein erster Kämmerer ist mein Vetter und obgleich er so verschwiegen ist wie das Grab, was die Geheimnisse seines Herrn anbelangt, so lässt er doch der guten Verwandtschaft zulieb in und wieder einen Wink fallen, wenn er es sieht, dass einer aus Neugierde beinahe vom Verstand kommen könnte. Statt nun wie andere Menschen zu schlafen, schleicht der Kalif nachts durch die Straßen schüßt. Denn ihr müsst wissen, wie er auch aus der Geschichte mit dem Oliventopf erhält, die so wahr ist als das Wort des Propheten, dass er nicht mit der Wache zu Pferd in vollem Putz und mit hundert Fackelträgern seine Runde macht, wie er wohl tun könnte, wenn er wollte, sondern angezogen bald als Kaufmann, bald als Schiffer, bald als Soldat, bald als Mufti geht er umher und schaut, ob alles recht und in Ordnung sei. Daher kommt es aber auch, dass man in keiner Stadt nacht so höflich gegen jeden Narren ist, auf den man stößt, wie in Bagdad. Denn es könnte ebenso gut der Kalif wie ein schmutziger Araber aus der Wüste sein, und es wächst Holz genug, um allen Menschen in und um Bagdad die Bastonade zu geben. So sprach der Kaufmann und Said, so sehr ihn hin und wieder die freute sich doch, Bagdad und den berühmten Harun al-Rashid zu sehen. Nach zehn Tagen kam sie in Bagdad an, und Said staunte und bewunderte die Herrlichkeit dieser Stadt, die damals gerade in ihrem höchsten Glanz war. Der Kaufmann lud ihn ein, mit ihn in sein Haus zu kommen, und Said nahm es gerne an. Denn jetzt erst unter dem Gewühl der Menschen fiel es ihm ein, dass hier wahrscheinlich außer der Luft und dem Wasser des Tigris und einem Nachtlager auf den Stufen einer Moschee nichts umsonst zu haben sein werde. Den Tag nach seiner Ankunft, als er sich eben angekleidet hatte und sich gestand, dass er in diesem prachtvollen kriegerischen Aufzug sich in Bagdad wohl sehen lassen könne und vielleicht manchen Blick auf sich ziehe, trat der Kaufmann in sein Zimmer. Er betrachtete den schönen Jüngling mit schelmischem Lächeln, strich sich den Bart und sprach dann, das ist alles recht schön, junger Herr, aber was soll denn nun aus euch werden? Ihr seid, kommt es mir vor, ein großer Träumer und denkt nicht an den folgenden Tag, oder habt ihr so viel Geld bei euch, um dem kleid gemäß zu leben, das ihr sprach der Jüngling verlegen und errötend, Geld habe ich freilich nicht, aber vielleicht strecket ihr mir etwas vor, womit ich heimreisen kann? Mein Vater wird es gewiss richtig erstatten. Dein Vater, Bursche? rief der Kaufmann laut lachend. Ich glaube, die Sonne hat dir das Hirn verbrannt. Meinst du, ich glaube dir so aufs Wort das ganze Märchen, dass du mir in der Wüste erzähltest, dass dein Vater ein reicher Mann in Balsora sei, du sein einziger Sohn und den Anfall der Araber und dein Leben in ihrer Horde und dieses und jenes. Schon damals ärgerte ich mich über deine frechen Lügen und deine Unverschämtheit. Ich weiß, dass in Balsora alle reichen Leute Kaufleute sind, habe schon mit allen gehandelt und müsste von einem Benazah gehört haben und wenn er nur sechstausend Tomans im Vermögen hätte. Es ist also entweder erlogen, dass du aus Balsora bist, oder dein Vater ist ein armer Schlucker, dessen hergelaufenem Jungen ich keine Kupfermünze leihen mag. So dann der Überfall in der Wüste. Wann hat man gehört, seit der weise Kalif Harun die Handelswege durch die Wüste gesichert hat, dass es Räuber gewagt haben, eine Karawane zu plündern und sogar Menschen hinweg zu führen. Auch müsste es bekannt geworden sein, aber auf meinem ganzen Weg und auch hier in Bagdad, wo Menschen aus allen Gegenden der Welt zusammenkommen, hat man nichts davon gesprochen. Das ist die zweite Lüge, junger unverschämter Mensch. Gleich vor Zorn und Unmut wollte Said dem kleinen bösen Mannen die Rede fallen, jener aber schrie stärker als er und focht dazu mit den Armen. Und die dritte Lüge, du frecher Lügner, ist die Geschichte im Lager Selims. Selims Name ist wohl bekannt unter allen, die jemals einen Araber gesehen haben, aber Selim ist bekannt als der schrecklichste und grausamste Räuber und du wagst zu erzählen, du habest seinen Sohn getötet schreibest die Frechheit so weit, dass du das Unglaubliche sagst, Selim habe dich gegen seine Horde beschützt, in sein eigenes Zelt aufgenommen und ohne Lösegeld entlassen, statt dass er dich aufgehängt hätte an den nächsten besten Baum? Er, der oft Reisende gehängt hat, nur um zu sehen, welche Gesichter sie machen, wenn sie aufgehängt sind. Oh, du abscheulicher Lügner! Und ich kann nichts weiter sagen, rief der Jüngling, als das alles wahr ist, bei meiner Seele und beim Bad des Propheten. Was, bei deiner Seele willst du schwören? rief der Kaufmann, bei deiner schwarzen lügenhaften Seele? Wer soll da glauben? Und beim Bad des Propheten du, der du selbst keinen Bad hast? Wer soll da trauen? Ich habe freilich keinen Zeugen, fuhr Said fort, aber habt ihr mich nicht gefesselt und Elend gefunden? Das beweist mir gar nichts, sprach jener, du bist gekleidet wie ein stattlicher Räuber und leicht hast du einen angefallen, der stärker war als du, dich überwand und band. Den Einzelnen oder sogar zwei möchte ich sehen, entgegnete Said, die mich niederstrecken und binden, wenn sie mir nicht von hinten eine Schlinge über den Kopf werfen. Ihr mögt in eurem Bazar freilich nicht wissen, was ein Einzelner vermag, wenn er in den Waffen geübt ist, aber ihr habt mir das Leben gerettet und ich danke euch. Was wollt ihr denn aber jetzt mit mir beginnen? Wenn ihr mich nicht unterstützt, so muss ich betteln und ich mag kein meinesgleichen um eine Gnade anfliehen. An den Kalifen will ich mich wenden. So, sprach der Kaufmann höhnisch lächelnd. An niemand anders wollt ihr euch wenden als an unseren allergnädigsten Herrn? Das heiße ich vornehm betteln. Ei, ei, bedenkt aber junger vornehmer Herr, dass der Weg zum Kalifen an meinem Vetter Messur vorbeigeht und dass es mich ein Wort kostet, den Oberkämmerer darauf aufmerksam zu machen, wie trefflich ihr lügen könnt. Aber mich seid. Du kannst dich bessern, es kann noch etwas aus dir werden. Ich will dich in mein Gewölbe im Bazar nehmen. Dort sollst du mir ein Jahr lang dienen und ist dies vorbei und willst du nicht mehr bei mir bleiben, so bezahle ich dir deinen Lohn aus und lasse dich gehen, wohin du willst, nach Aleppo oder Medina, nach Stambul oder nach Balsora, meinetwegen zu den Ungläubigen. Bis Mittag gebe ich dir Bedenkzeit. Willst du, so ist es gut, willst du nicht, so berechne ich dir nach billigem Anschlag die Reisekosten, die du mir machtest, und den Platz auf dem Kamel mache ich mit deinen Kleidern und allem, was du hast bezahlt und werfe dich auf die Straße. Dann kannst du beim Kalifen oder beim Mufti an der Moschee oder im Bazar betteln. Mit diesen Worten verließ der böse Mann den unglücklichen Jüngling. Said blickte ihm voll Verachtung nach. Er war so empört über die Schlechtigkeit dieses Menschen, der ihn absichtlich mitgenommen und in sein Haus gelockt hatte, damit er ihn in seine Gewalt bekäme. Er versuchte, ob er nicht entfliehen könnte, aber sein Zimmer war vergittert und die Türe verschlossen. Endlich, nachdem sein Sinn sich lange dagegen gesträubt hatte, beschloss er fürs Erste den Vorschlag des Kaufmanns anzunehmen und ihm in seinem Gewölbe zu dienen. Er sah ein, dass ihm nichts Besseres zu tun übrig bliebe, denn, wenn er auch entfloh, so konnte er ohne Geld doch nicht bis Balsora kommen. Aber er nahm sich vor, so bald als möglich den Kalifen selbst um Schutz anzuflehen. Den folgenden Tag führte Kalum Beck seinen neuen Diener in sein Gewölbe im Bazar. Er zeigte Said alle Schals und Schleier und andere Waren, womit er handelte bestand darin, dass Said, angekleidet wie ein Kaufmannsdiener und nicht mehr im kriegerischen Schmuck, in der einen Hand einen Schal, in der anderen einen prachtvollen Schleier unter der Türe des Gewölbes stand, die vorübergehenden Männer oder Frauen anrief, seine Ware vorzeigte, ihren Preis nannte und die Leute zum Kaufen einlud. Und jetzt konnte sich Said auch erklären, warum ihn Kalum Beck zu diesem Geschäft bestimmt habe. Er war ein kleiner, hässlicher Alter, und wenn er selbst unter dem Laden stund und anrief, oder auch einer der vorübergehenden ein witziges Wort über ihn, oder die Knaben spotteten seiner und die Frauen nannten ihn eine Vogelscheuche. Aber jeder Mann sah gerne den jungen, schlanken Said, der mit Anstand die Kunden anrief und Schale und Schleier gestickt und zierlich zu halten wusste. Als Kalombek sah, dass sein Laden im Basar an Kunden zunahm, seitdem Said unter der Türe stand, wurde er freundlicher gegen den jungen Mann, speiste ihn besser als zuvor und war darauf bedacht, ihn in seiner Kleidung immer schön und stattlich zu halten. Aber Said wurde durch solche Beweise der milderen Gesinnungen seines Herrn wenig gerührt und sann den ganzen Tag und selbst in seinen Eines Tages war im Gewölbe vieles gekauft worden und alle Packnächte, welche die Waren nach Hause trugen, waren schon versandt, als seine Frau eintrat und noch einiges kaufte. Sie hatte bald gewählt und verlangte dann jemand, der gegen ein Trinkgeld die Waren nach Hause trage. In einer halben Stunde kann ich euch alles schicken, antwortete Kalombek, nur so lange müsst ihr euch gedulden oder irgendeinen anderen Packer nehmen. Seid ihr ein Kaufmann und wollt euren Kunden fremde Packer mitgeben? rief die Frau. Kann nicht ein solcher Bursche im Gedränge mit meinem Pack davon laufen und an wen soll ich mich dann wenden? Nein, eure Pflicht ist es nach Marktrecht mir meinen Pack nach Hause tragen zu lassen und an euch kann und will ich mich halten. Aber nur eine halbe Stunde erwartet werte Frau sprach der Kaufmann sich immer ängstlicher drehend alle meine Packnächte sind verschickt das ist ein schlechtes Gewölbe das nicht immer einige Knechte übrig hat entgegnete das böse Weib aber dort steht hier noch ein junger Müßiggänger komm junger Bursche nimm meinen Pack und trag ihn mir nach halt halt schrie Kalum Beck das ist mein Aushängeschild mein Ausrufer mein Magnet der darf die Schwelle nicht verlassen ach was da erwiderte die Dame und steckte Said ohne weiteres ihren Pack unter den Armen das sind ein schlechter Kaufmann und elende Waren die sich nicht selbst loben und erst noch einen müßigen Bengel zum Schild brauchen geh Bursche du sollst heute ein Trinkgeld verdienen so lauf im Namen Arimans und aller Bösen Geister murmelte Kalum Beck seinem Magnet zu und siehe zu dass du bald wieder kommst die alte Hexe könnte mich ins Geschrei bringen auf dem ganzen Bazar wollte ich mich länger weigern Said folgte der Frau die leichteren Schritte als man ihrem Alter zutrauen sollte durch den Markt und die Straßen eilte sie stand endlich vor einem prachtvollen Hause still pochte an die Flügeltüren sprangen auf und sie stieg eine Marmortreppe hinan und winkte Said zu folgen sie gelangten endlich in einen hohen weiten Saal der mehr Pracht und Herrlichkeit enthielt als Said jemals geschaut hatte dort setzte sich die alte Frau erschöpft auf ein Polster winkte dem jungen Mann seinen Pack niederzulegen reichte ihm ein kleines Silberstück und hieß ihn gehen Er war schon an der Türe als seine helle feine Stimme rief Said verwundert dass man ihn hier kenne schaute er sich um und eine wunderschöne Dame umgeben von vielen Sklaven und Dienerinnen saß statt der Alten auf dem Polster Said ganz stumm vor Verwunderung kreuzte seine Arme und machte eine tiefe Verbeugung Saeed mein lieber Junge sprach die Dame so sehr ich die Unfälle bedauere die dich nach Bagdad führten so war doch dies der einzige vom Schicksal bestimmte Ort wo sich wenn du vor dem zwanzigsten Jahr dein Vaterhaus verließ ist dein Schicksal lösen würde Saeed hast du noch dein Pfeifchen wohl hab ich es noch rief er freudig indem er die goldene Kette hervor dieses Angebinde gab als ich geboren wurde ich war die Freundin deiner Mutter antwortete die Fee und bin auch deine Freundin solange du gut bleibst ach dass dein Vater der leichtsinnige Mann mein Rat befolgt hätte du würdest vielen Leiden entgangen sein nun es hat wohl so kommen müssen erwiderte Saeed aber gnädigste Fee lasse deinen tüchtigen Nordost Wind an euren Wolkenwagen spannen nehmt mich auf und fahrt mich in ein paar Minuten nach Balsora zu meinem Vater ich will dann die sechs Monate bis zu meinem zwanzigsten Jahre geduldig dort ausharren die Fee lächelte du hast eine gute Weise mit uns zu sprechen antwortete sie aber armer Saeed es ist nicht möglich ich vermag jetzt wo du außer deinem vaterhause bist nichts wunderbares für dich zu tun mag ich dich zu befreien er steht unter dem Schutze deiner mächtigen Feindin also nicht nur eine gute Freundin habe ich fragte Saeed auch eine Feindin nun ich glaube ihren Einfluss schon öfter erfahren zu haben aber mit Rat dürft ihr mich doch unterstützen soll ich nicht zum Kalifen gehen und ihn um Schutz bitten er ist ein weiser Mann er wird mich gegen Kalumbek beschützen Ja Harun ist ein weiser Mann erwiderte die Fee aber leider ist er auch nur ein Mensch er traut seinem Großkämmerer Messur so viel als sich selbst und er hat recht denn er hat Messur erprobt und treu gefunden Messur aber traut deinem Freund Kalumbek auch wie sich selbst und darin hat er Unrecht denn Kalum ist ein schlechter Mann wenn er schon Messurs Verwandter ist Kalum ist zugleich ein verschlagener Kopf und hat sobald er hierher kam seinem Vetter Großkämmerer eine Fabel über dich erdichtet und angeheftet und dieser hat sie wieder dem Kalifen erzählt so dass du kämest du auch jetzt gleich in den Palast Haruns schlecht empfangen werden würdest denn er traute dir nicht aber es gibt andere Mittel und Wege sich ihm zu nahen und es steht in den Sternen geschrieben dass du seine Gnade erwerben sollst das ist freilich schlimm sagte Said wehmütig da werde ich schon noch einige Zeit der Ladenhüter des elenden Kalum Beck sein müssen aber eine Gnade verehrte Frau könntet ihr mir doch gewähren ich bin zum Waffenwerk erzogen und meine höchste Freude ist ein Kampfspiel wo recht tüchtig gefochten wird mit Lanze Bogen und stumpfem Schwert nun halten die edelsten Jünglinge dieser Stadt alle Wochen ein solches Kampfspiel ab aber nur Leute im höchsten Schmuck und überdies nur freie Männer dürfen in die Schranken reiten namentlich aber kein Diener aus dem Bazar wenn ihr nun bewirken könntet dass ich alle Wochen ein Pferd Kleider und Waffen haben könnte und dass man mein Gesicht nicht junger Mann wohl wagen darf sprach die Fee der Vater deiner Mutter war der tapferste Mann in Syrien und sein Geist scheint sich auf dich vererbt zu haben merke dir dies Haus du sollst jede Woche hier ein Pferd und zwei berittene Knappen ferner Waffen und Kleider finden und ein Waschwasser für dein Gesicht das dich für alle Augen unkenntlich machen soll und nun Said lebe wohl harre aus und sei klug und tugendhaft in sechs Monaten wird dein Pfeifchen tönen und Sulimas Ohr wird für seine Töne offen sein Der Jüngling schied von seiner wunderbaren Beschützerin mit Dank und Verehrung Er merkte sich das Haus und die Straße genau und ging dann wieder nach dem Bazar Als Said in den Bazar zurückkehrte kam er gerade noch zur rechten Zeit um seinen Herrn und Meister Kalumbek zu unterstützen und zu retten Ein großes Gedränge war um den Laden Knaben tanzten um den Kaufmann her und verhöhnten ihn und die alten lachten Er selbst stand vor Wut zitternd und in großer Verlegenheit vor dem Laden in der einen Hand einen Schal in der anderen den Schleier Diese sonderbare Szene kam aber von einem Vorfall her der sich nach Saids Abwesenheit ereignet hatte Kalum hatte sich statt seines schönen Dieners unter die Türe gestellt und ausgerufen aber niemand mochte bei dem alten hässlichen Burschen kaufen Da gingen zwei Männer den Bazar herab und wollten für ihre Frauen Geschenke kaufen Sie waren suchend schon einige Mal auf und nieder gegangen und eben jetzt sah man sie mit umherirrenden Blicken wieder herabsehen Kalum Beck der dies bemerkte wollte sich zu Nutzen machen und rief hier meine Herren hier was suchet ihr schöne Schleier schöne Ware guter Alter erwiderte einer deine Waren mögen recht gut sein aber unsere Frauen sind wunderlich und es ist Sitte in der Stadt geworden die Schleier bei niemand zu kaufen als bei dem schönen Ladendiener Said wir gehen schon eine halbe Stunde umher ihn zu suchen und finden ihn nicht aber kannst du uns sagen wo wir in etwa treffen so kaufen wir dir ein andermal ab na allah rief kalum beck freundlich grinsend euch hat der prophet vor die rechte tür geführt zum schönen Ladendiener wollet ihr um Schleier zu kaufen nun tretet nur ein hier ist sein gewölbe der eine dieser Männer lachte über kalums kleine und hässliche Gestalt und seine Behauptung dass er der schöne Ladendiener sei der andere aber glaubte kalum wolle sich über ihn lustig machen blieb ihm nichts schuldig sondern schimpfte ihn weidlich dadurch kam kalum beck außer sich er rief seinen nachbarn zu zeugen auf dass man keinen anderen laden als den seinigen das gewölbe des schönen ladendieners nenne aber die Nachbarn welche ihn wegen des zulaufs den er seit einiger Zeit hatte beneideten wollten hiervon nichts wissen und die beiden Männer ging nun dem alten Lügner wie sie ihn nannten ernstlich zu Leib kalum verteidigte sich mehr durch geschrei und schimpfworte als durch seine faust und so lockte er eine menge menschen vor sein gewölbe die halbe stadt kannte ihn als und seine pantoffeln weit hinweg flogen die menge welches wahrscheinlich gerne gesehen hätte wenn kalum beck misshandelt worden wäre murrte laut der gefährte des niedergeworfenen sah sich nach dem um der es gewagt hatte seinen freund niederzuwerfen als er aber einen hohen kräftigen jüngling mit blitzenden augen und mutiger miene vor sich stehen sah wagte er es nicht ihn anzugreifen da überdies kalum dem seine rettung wie ein wunder erschien auf den jungen mann deutete und schrie nun was wollt ihr denn mehr da steht er ja ihr herren das ist saeed der schöne ladendiener die leute umher lachten weil sie wussten dass kalum beck vorhin unrecht geschehen war der niedergeworfene mann stand beschämt auf und hinkte mit seinem genossen weiter ohne weder schal noch schleier zu kaufen oh du stern aller ladendiener du krone des bazars rief kalum als er seinen diener in den laden führte wahrlich das heiße ich zur rechter zeit gekommen das nenne ich die hand ins mittel legen lag doch der bursche auf dem boden als ob er nie auf den beinen gestanden wäre und ich ich hätte keinen barbier mehr gebraucht um mir den bart kämmen und salben zu lassen wenn du nur zwei minuten später kämst womit kann ich es dir vergelten es war nur das schnelle gefühl des mitleids gewesen was saids hand und herz regiert hatte jetzt als dieses gefühl sich legte reute es ihn fast dass er die gute züchtigung dem bösen manne erspart hatte ein dutzend barthaare weniger dachte er hätten ihn auf zwölf tage sanft und geschmeidig gemacht er suchte aber dennoch die günstige stimmung des kaufmanns zu benutzen und er bat sich von ihm zum dank die gunst alle wochen einmal einen abend für sich benutzen zu dürfen zu einem spaziergang oder zu was es auch sonst sei kalum gab es zu denn er wusste wohl dass sein gezwungener diener zu vernünftig sei um ohne geld und am nächsten mittwoch dem tag wo sich die jungen leute aus den vornehmsten ständen auf einem öffentlichen platz der stadt versammelten um ihre kriegerischen übungen zu halten sagte er zu kalum er wolle diesen abend für sich benutzen und als dieser es erlaubt hatte ging er in die Straße wo die fee wohnte pochte an und sogleich sprang die Pforte auf die Diener schienen auf seine Ankunft schon vorbereitet gewesen zu sein denn ohne ihn erst noch seinem Begehren zu fragen führten sie ihn die Treppe hinan in ein schönes Gemach dort reichten sie ihm zuerst das Waschwasser das ihn unkenntlich machen sollte er benetzte sein Gesicht damit schaute dann in einen Metall Spiegel und kannte sich beinahe selbst nicht mehr denn er war jetzt von der Sonne gebräunt trug einen schönen schwarzen Bart und sah mindestens zehn Jahre älter aus als er in der Tat zählte hierauf führten sie ihn ein zweites Gemach wo er eine vollständige und prachtvolle Kleidung fand in welcher sich der Kalif von Bagdad selbst nicht hätte schämen dürfen an dem Tag wo er im vollen Glanze seiner Herrlichkeit sein her musterte außer einem Turban Kleid von schwerem roten Seidenzeug mit silbernen Blumen durchwirkt fand Said einen Brustpanzer von silbernen Ringen der so fein gearbeitet war dass er sich nach jeder Bewegung des Körpers schmiegte und doch zugleich so fest dass ihn weder die Lanze noch das Schwert durchdringen konnten Eine Damascener Klinge in reich verzierter Scheide mit einem Griff dessen Steine Said unschätzbar Als er völlig gerüstet wieder aus der Türe trat überreichte ihm einer der Diener ein seidenes Tuch und sagte ihm dass die Gebeterin des Hauses ihm dieses Tuch schicke Wenn er damit sein Gesicht abwische so werden der Bart und die braune Farbe verschwinden In dem Hofe des Hauses standen drei schöne Pferde Das schönste bestieg Said die beiden anderen seine Diener und dann trabte er freudig dem Platze zu wo die Kampfspiele gehalten werden sollten Durch den Glanz seiner Kleider und die Pracht seiner Waffen zog er alle Augen auf sich und ein allgemeines Geflüster des Staunens entstand als er in den Ring welchen die Menge umgab eintritt Es war eine glänzende Versammlung der tapfersten und edelsten Jünglinge Bagdards Selbst die Brüder des Kalifen sah man ihre Rosse tummeln und die Lanzen schwang Als Said heranritt und niemand ihn zu erkennen schien ritt der Sohn des Groß Viziers mit einigen Freunden auf hinzu grüßte ihn ehrerbietig lud ihn ein an ihren Spielen teilzunehmen und fragte ihn nach seinem Namen und seinem Vaterland Said gab vor er heiße Al-Mansur und komme von Kairo sei auf einer Reise begriffen und habe von der Tapferkeit und Geschicklichkeit der jungen Edlen von Bagdad so vieles gehört dass er nicht gesäumt habe sie zu sehen und kennen zu lernen den jungen Leuten gefiel der Anstand und das mutige Wesen Said Al-Mansurs sie ließen ihm eine Lanze reichen und seine Partei wählen denn die ganze Gesellschaft hatte sich in zwei Parteien geteilt um einzeln und in Scharen gegeneinander zu fechten aber hatte schon Said Äußeres die Aufmerksamkeit auf ihn gelenkt so staunte man jetzt noch mehr über seine ungewöhnliche Geschicklichkeit und Behändigkeit sein Pferd war schneller als ein Vogel und sein Schwert schwirrte noch Behänder umher er warf die Lanze so leicht weit und sicher als wäre sie ein Pfeil den er von einem sicheren Bogen abgeschnellt hätte die tapfersten seiner Gegenpartei besiegte er und am Schluss der Spiele war so allgemein als Sieger anerkannt dass einer der Brüder des Kalifen und der Sohn des Groß Vesiers die auf Said Seite gekämpft hatten ihn baten auch mit ihnen zu streiten Ali der Bruder des Kalifen wurde von ihm besiegt aber der Sohn des Groß Vesiers widerstand ihm so tapfer dass sie es nach langem Kampfe für besser hielten die Entscheidung für das nächste Mal aufzusparen den Tag nach diesen Spielen sprach man in ganz Bagdad von nichts anderem als dem schönen reichen und tapferen Fremdling alle die ihn gesehen hatten ja selbst die von ihm besiegt waren waren entzückt von seinen edlen Sitten und sogar vor seinen eigenen Ohren im Gewölbe Kalumbex wurde über ihn gesprochen Das nächste Mal fand er im Hause der Fee ein noch schöneres Kleid und noch köstlicheren Waffenschmuck Diesmal hatte sich halb Bagdad zugedrängt Selbst der Kalif sah von einem Balkon herab dem Schauspiel zu Auch er bewunderte den Fremdling Al-Mansur und hing ihm als die Spiele geendet hatten eine große Denkmünze von Gold an einer goldenen Kette um den Hals um ihm seine noch glänzendere Sieg den Neid der jungen Leute von Bagdad aufregte Ein Fremdling sprachen sie untereinander soll hierher kommen nach Bagdad uns Ruhm Ehre und Sieg zu entreißen Er soll sich an anderen Orten damit brüsten können dass unter der Blüte von Bagdads Jünglingen keiner gewesen sei der es entfernt hätte mit ihm aufnehmen können So sprachen sie und beschlossen beim nächsten Kampfspiel als wäre es durch Zufall geschehen zu fünf oder sechs über ihn her zu fallen Saids scharfen blicken entgingen diese Zeichen des Unmuts nicht er sah wie sie in der Ecke zusammen standen flüsterten und mit bösen Mienen auf ihn deuteten er ahnte dass außer dem Bruder des Kalifen und dem Sohn des Groß Viziers keiner sehr freundlich gegen ihn gesinnt sein möchte und diese selbst wurden ihm durch ihre Fragen lästig wo sie ihn aufsuchen könnten womit er sich beschäftige was ihm in Bagdad wohl gefallen habe und der gleichen Es war ein sonderbarer Zufall dass derjenige der jungen Männer welcher Said Al-Mansur mit den grinnigsten Blicken betrachtete und am feindseligsten gegen ihn gesinnt schien niemand anderes war als der Mann den er vor einiger Zeit bei Kalumbecks Bude niedergeworfen hatte dieser Mann betrachtete ihn immer aufmerksam und neidisch Said hatte ihn zwar schon einige Male besiegt aber dies war kein Grund zu solcher Feindseligkeit und Said fürchtete schon jener möchte ihn an seinem Wuchs oder an der Stimme des Kalumbecks Ladendiener erkannt haben eine Entdeckung die ihn dem Spott und der Rache welchen seine Neide auf ihn gemacht hatten scheiterte sowohl an seiner Vorsicht und Tapferkeit als auch an der Freundschaft womit ihm der Bruder des Kalifen und der Sohn des Groß Vesiers zugetan waren Als diese sahen dass er von wenigstens sechs umringt sei die ihn vom Pferd zu werfen oder zu entwaffnen suchten sprengten sie herbei jagten den ganzen Trupp auseinander und drohten den jungen Leuten welche sich so verräterisch verhalten hatten sie aus der Kampfbahn zu stoßen Mehr denn vier Monate hatte Said auf diese Weise zum Erstaunen Bagdad seine Tapferkeit erprobt als er eines Abends beim Nachhause Gehen von dem Kampfplatz einige Stimmen vernahm die ihm bekannt schienen Vor ihm gingen vier Männer die sich langsam Schrittes über etwas zu beraten schienen Als Said leise näher trat hörte er dass sie den Dialekt der Horde Selims in der Wüste sprachen und ahnte dass die vier Männer auf irgendeine Räuberei ausgingen Sein erstes Gefühl war sich von diesen Vieren zurückzuziehen Als er aber bedachte dass er irgendetwas Böses verhindern könnte schlich er sich noch näher herzu diese Männer zu behorchen Der Türsteher hat ausdrücklich gesagt die Straße rechts vom Bazar sprach der eine dort werde und müsse er heute Nacht mit dem Groß Visier durchkommen gut antwortete ein anderer den Groß Visier fürchte ich nicht er ist alt und wohl kein sonderlicher Held aber der Kalif soll ein gutes Schwert führen und ich traue ihm nicht es schleichen ihm gewiss zehn oder zwölf von der Leibwache nach Keine Seele entgegnete ihm ein dritter wenn man ihn je gesehen und erkannt hat bei Nacht war er immer nur allein mit dem Visier oder mit dem Oberkämmerling heute Nacht muss er unser sein aber es darf ihm kein Leid geschehen ich denke das beste ist sprach der erste wir werfen ihm eine Schlinge über den Kopf töten dürfen wir ihn nicht denn für seinen Leichnam würden sie ein geringes Lösegeld geben und über dies wären wir nicht sicher es zu bekommen also eine Stunde vor Mitternacht sagten sie zusammen und schieden der eine hierhin der andere dorthin Said war von diesem Anschlag nicht wenig erschrocken er beschloss sogleich zum Palast des Kalifen zu eilen und ihn von der Gefahr die ihm drohte zu unterrichten aber als er schon durch mehrere Straßen gelaufen war fielen ihm die Worte der Fee ein die ihm gesagt hatte wie schlecht er bei dem Kalifen angeschrieben sei er bedachte dass man vielleicht seine Angabe verlachen oder als ein Versuch bei dem Beherrscher von Bagdad sich einzuschmeicheln ansehen könnte und so hielt er seine Schritte an und achtete es für das Beste sich auf sein gutes Schwert zu verlassen und den Kalifen persönlich aus den Händen der Räuber zu retten er ging daher nicht in Kalumbecks Haus zurück sondern setzte sich auf die Stufen einer Moschee und wartete dort bis die Nacht völlig angebrochen war dann ging er am Bazar vorbei in jene Straße welche die Räuber bezeichnet hatten und verbarg sich hinter dem Vorsprung eines Hauses er mochte ungefähr eine Stunde dort gestanden sein als er zwei Männer langsam die Straße herabkommen hörte anfänglich glaubte er es seien der Kalif und sein Groß Visier aber einer der Männer klatschte in die Hand und sogleich eilten zwei andere sehr leise die Straße herauf vom Bazar her sie flüsterten eine Weile und verteilten sich dann drei versteckten sich nicht weit von ihm und einer ging in der Straße auf und ab die Nacht war sehr finster aber stille und so musste sich Said auf sein scharfes Ohr beinahe ganz allein verlassen Wieder war etwa eine halbe Stunde vergangen als man gegen den Bazar hin Schritte vernahm Der Räuber mochte sie auch gehört haben erschlich an Said vorüber zu dem Bazar zu Die Schritte kamen näher und schon konnte Said einige dunkle Gestalten erkennen als der Räuber in die Hand klatschte und in demselben Augenblicke stürzten die drei aus dem Hinterhalt hervor Die Angegriffenen mussten übrigens bewaffnet sein denn er vernahm den Klang von aneinander geschlagenen Schwertern sogleich zog er seine Damascener Klinge und stürzte sich mit dem Ruf nieder mit den Feinden des großen Harun auf die Räuber streckte mit dem ersten Hieb einen zu Boden und sprang dann auf zwei andere ein die eben im Begriff waren einen Mann um welchen sie einen Strick geworfen hatten zu entwaffnen er hebt blind links auf den Strick ein um ihn zu zerschneiden aber er traf dabei einen der Räuber so heftig über den Arm dass er ihm die Hand abschlug der Räuber stürzte mit fürchterlichem Geschrei auf die Knie jetzt wandte sich der vierte der mit einem anderen Mann gefochten hatte gegen Said der noch mit dem dritten im Kampf war aber der Mann um welchen man die Schlinge geworfen hatte sah sich nicht so bald frei als er seinen Dolch zog und ihn dem Angreifenden von der Seite in die Brust stieß als dies der noch übrig geblieben sah warf er seinen Säbel weg und floh Said blieb nicht lange in Ungewissheit wen er gerettet habe denn der größere der beiden Männer trat zu ihm und sprach das eine ist so sonderbar wie das andere dieser Angriff auf mein Leben oder meine Freiheit wie die unbegreifliche Hilfe und Rettung wie wusstet ihr wer ich bin habt ihr von dem Anschlag dieser Menschen gewusst beherrscher der Gläubigen antwortete Said denn ich zweifle nicht dass du es bist ich ging heute Abend durch die Straße einmal hinter einigen Männern deren fremden und geheimnisvollen Dialekt ich einst gelernt habe sie sprachen davon dich gefangen zu nehmen und den würdigen Mann deinen Visier zu töten weil es nun zu spät war dich zu warnen beschloss ich an den Platz zu gehen wo sie dir auflauern wollten um dir beizustehen danke dir sprach Herr Ruhn an dieser Städte ist übrigens nicht gut weilen nimm diesen Ring und komm damit morgen in meinen Palast wir wollen dann mehr über dich und deine Hilfe reden und sehen wie ich dich am besten belohnen kann komm Visier hier ist nicht gut bleiben sie können wieder kommen er sprach es und wollte den Groß Visier fortziehen nachdem er dem Jüngling einen Ring an den Finger gesteckt hatte dieser aber bat ihn noch ein wenig zu verweilen wandte sich um und reichte dem überraschten Jüngling seinen schweren Beutel junger Mann sprach er mein Herr der Kalif kann dich zu allem machen wozu er will selbst zu meinem Nachfolger ich selbst kann wenig tun und was ich tun kann geschieht heute besser als morgen drum nimm diesen Beutel das soll kommt getrost zu mir ganz trunken vor Glück eilte Said nach Hause aber hier wurde er übel empfangen Kalumbek wurde über sein langes Ausbleiben zuerst unwillig und dann besorgt denn er dachte er könnte leicht das schöne Aushängeschild seines Gewölbes verlieren er empfing ihn mit Schmähworten und tobte und raste wie ein Wahnsinniger aber Said der einen Blick in den Beutel getan und gefunden hatte dass er lauter Goldstücke enthalte bedachte dass er jetzt nach seiner Heimat reisen könne auch ohne die Gnade des Kalifen die gewiss nicht geringer war als der Dank seines Vesiers und so blieb er ihm kein Wort schuldig sondern erklärte ihm rund und deutlich dass er keine Stunde länger bei ihm bleiben werde am Anfang erschrak Kalumbek hierüber sehr dann aber lachte er höhnisch und sprach du Lump und Landläufer du ärmlicher Wicht wohin willst du denn deine Zuflucht nehmen wenn ich meine Hand von dir abziehe wo willst du ein Mittagessen bekommen und wo ein Nachtlager das soll euch nicht bekümmern Herr Kalumbek antwortete Said gehabt euch wohl mich seht ihr nicht wieder er sprach es und lief zur Türe hinaus und Kalumbek schaute ihm sprachlos vor Staunen nach den anderen Morgen aber nachdem er sich den Fall recht überlegt hatte schickte er seine Packnächte aus und ließ überall nach dem Flüchtling spähen lange suchten sie umsonst endlich aber kam einer zurück und sagte er habe Said den Ladendiener aus einer Moschee kommen und in eine Karawanserei gehen sehen er sei aber ganz verändert trage ein schönes Torbahn als Kalum Bektis hörte schwur er und rief bestohlen hat er mich und sich dafür gekleidet oh ich geschlagener Mann dann lief er zum Aufseher der Polizei und da man wusste dass er ein Verwandter von Messur dem Oberkämmerling sei so wurde es ihm nicht schwer einige Polizeidiener von ihm zu erlangen um Said zu verhaften Saeed saß vor einer Karawanserei und besprach sich ganz ruhig mit einem Kaufmann den er da gefunden über eine Reise nach Balsora seiner Vaterstadt da fielen plötzlich einige Männer über ihn her und banden ihm trotz seiner Gegenwehr die Hände auf den Rücken er fragte sie was sie zu dieser Gewalttat berechtige und sie antworteten es geschehe im Namen der Polizei und seines rechtmäßigen Gebietes Kalum Zugleich trat der kleine hässliche Mann herzu verhöhnte und verspottete Saeed griff in seine Tasche und zog zum Staun der Umstehenden und mit Triumph Geschrei einen großen Beutel mit Gold heraus Sehet das alles hat er mir nach und nach gestohlen der schlechte Mensch rief er und die Leute sahen mit Abscheu auf den Gefangenen und riefen wie noch so jung so schön und doch so schlecht zum Gericht zum Gericht damit er die Bastonade erhalte so schleppten sie ihn fort und ein ungeheurer Zug Menschen aus allen Ständen schloss sich an sie riefen Seht das ist der schönste Ladendiener vom Bazar er hat seinen Herrn bestohlen und ist entflohen 200 Goldstücke hat er gestohlen Der Aufseher der Polizei empfing den Gefangenen mit finsterer Miene Said wollte sprechen aber der Beamte gebot ihm zu schweigen und verhörte nur den kleinen Kaufmann er zeigte ihm den Beutel und fragte ihn ob ihm dieses Gold gestohlen worden sei Kalumbek beschwor es aber sein Meinheit verhalf ihm zwar zu dem Gold doch nicht zu dem schönen Ladendiener der ihm tausend Goldstücke wert war denn der Richter sprach nach einem Gesetz das mein großmächtigster Herr der Kalif erst vor wenigen Tagen geschärft hat wird jeder Diebstahl der hundert Goldstücke übersteigt und auf dem Bazar begangen wird mit ewiger Verbannung auf eine Wüste Insel bestraft dieser Dieb kommt gerade zur rechten Zeit er macht die Zahl von zwanzig solcher Burschen voll morgen werden sie auf eine Barke gepackt und in die See gefühlt Said war in Verzweiflung er beschwor den Beamten ihn anzuhören ihn nur ein Wort mit dem Kalifen sprechen zu lassen aber er fand keine Gnade Kalumbek der jetzt sein Schwur bereute sprach ebenfalls für ihn aber der Richter antwortete du hast ein Gold und kannst zufrieden sein gehe nach Hause und verhalte dich ruhig sonst strafe ich dich für jeden Widerspruch und zehn Goldstücke Kalum schwieg gestürzt der Richter aber winkte und der unglückliche Said wurde abgeführt Man brachte ihn in ein finsteres und feuchtes Gefängnis neunzehn elende Menschen lagen dort auf Strom her und empfingen ihn als ihren Leidensgefährten mit rohem Gelächter und Verwünschungen gegen den Richter und den Kalifen So schrecklich sein Schicksal vor ihm lag so fürchterlich der Gedanke war auf eine Wüste Insel verbannt zu werden so fand er doch noch einigen Trost darin schon am folgenden Tag aus diesem schrecklichen Gefängnis erlöst zu werden aber er täuschte sich sehr als er glaubte sein Zustand auf dem Schiff würde besser sein in den untersten Raum wo man nicht aufrecht stehen konnte wurden die zwanzig Verbrecher hinabgeworfen und dort stießen und schlugen sie sich um die besten Plätze die Anker wurden gelichtet und Said weinte bittere Tränen als das Schiff Lande entfahren sollte sich zu bewegen anfing nur einmal des Tages teilte man ihnen ein wenig Brot und Früchte und einen Trunk süßen Wassers aus und so dunkel war es in dem Schiffsraum dass man immer Lichter herabbringen musste wenn die Gefangenen speisen sollten beinahe alle zwei drei Tage fand man einen Toten unter ihnen so ungesund war vier Tage waren sie schon auf dem Wasser als eines Tages die Wellen heftiger rauschten und ein ungewöhnliches Treiben und Rennen auf dem Schiffe entstand Said ahnte dass ein Sturm im Anzug sei es war ihm sogar angenehm denn er hoffte dann zu sterben heftiger wurde das Schiff hin und her geworfen und endlich saß es mit schrecklichem krachen fest geschrei und geheul scholl von dem Verdeck herab und mischte sich mit dem Brausen des Sturmes endlich wurde es wieder stille aber zu gleicher Zeit entdeckte auch einer der Gefangenen dass das Wasser in das Schiff eindringe sie pochten an der Falltüre nach oben aber man antwortete ihnen nicht als daher das Wasser immer heftiger eindrang drängten sie sich mit vereinigten Kräften gegen die Türe und sprengten sie auf sie stiegen die Treppe hinan aber oben fanden sie keinen Menschen mehr die ganze Schiffsmannschaft hatte sich in Booten gerettet jetzt gerieten die meisten Gefangenen in Verzweiflung denn der Sturm wütete immer heftiger das Schiff krachte und senkte sich noch einige Stunden saßen sie auf dem Verdeck und hielten ihre letzte Mahlzeit von den Vorräten die sie im Schiff gefunden dann erneuerte sich auf einmal der Sturm und das Schiff wurde von der Klippe worauf es fest saß hinweg gerissen und brach zusammen Said hatte sich am Mast angeklammert und hielt ihn als das Schiff geborsten war noch immer fest die Wellen warfen ihn hin und her aber er hielt sich mit den Füßen rudernd immer wieder oben so schwamm er in immer während der Todesgefahr eine halbe Stunde da fiel die Kette mit dem Pfeifchen wieder aus seinem Kleid und noch einmal wollte er versuchen ob es nicht töne mit der einen Hand klammerte er sich fest mit der anderen setzte er es an seinen Mund blies ein heller klarer Ton erscholl und augenblicklich legte sich der Sturm und die Wellen glätteten sich als hätte man Öl darauf gegossen kaum hatte er sich mit leichterem Atem umgesehen ob er nicht irgendwo Land erspähen könnte als der Mast unter ihm sich auf eine sonderbare Weise auszudehnen und zu bewegen anfing und zu seinem nicht geringen Schrecken nahm er wahr dass er nicht mehr auf Holz sondern auf einem ungeheuren Delfin reite nach einigen Augenblicken aber kehrte Delfin zwar schnell aber ruhig und gelassen seine Bahn fortschwimme er schrieb seine wunderbare Rettung dem silbernen Pfeifchen und der gütigen Fee zu und rief seinen feurigsten Dank in die Lüfte pfeilschnell trug ihn sein wunderbares Pferd durch die Wogen und noch ehe es Abend wurde sah Land und erkannte er einen breiten Fluss in welchen der Delfin auch sogleich einbog strom aufwärts ging es langsamer und um nicht verschmachten zu müssen nahm Said der sich aus alten Zaubergeschichten erinnerte wie man zaubern müsse das Pfeifchen heraus pfiff laut und herzhaft und wünschte sich dann ein gutes Mal sogleich hielt der Fisch stille und hervor aus dem Wasser tauchte ein Tisch so wenig nass als ob er acht Tage an der Sonne gestanden wäre und reich besetzt mit köstlichen Speisen Said griff weidlich zu denn seine Kost während seiner Gefangenschaft war schmal und elend gewesen und als er sich hinlänglich gesättigt hatte sagte er Dank der Tisch tauchte nieder er aber stauchte den Delfin in die Seite und sogleich schwamm dieser weiter den Fluss hinauf die Sonne fing schon an zu sinken als Said in dunkler Ferne mit denen von Bagdad zu haben schien der Gedanke an Bagdad war ihm nicht sehr angenehm aber sein Vertrauen auf die gütige Fee war so groß dass er fest glaubte sie werde ihn nicht wieder in die Hände des schändlichen Kalum back fallen lassen zur Seite etwa eine Meile von der Stadt und nah am Fluss erblickte er ein prachtvolles Landhaus und zu seiner großen Verwunderung lenkte der Fisch nach diesem Hause hin auf dem Dach des Hauses stunden mehrere schön gekleidete Männer und am Ufer sah Saeed eine große Menge Diener und alle schauten nach ihm und schlugen vor Verwunderung die Hände zusammen an einer Marmortreppe die vom Wasser nach dem Lust Schloss hinauführte hielt der Delfin an und kaum hatte Saeed einen Fuß auf die Treppe gesetzt so war auch schon der Fisch spurlos verschwunden Zugleich eilten einige Diener die Treppe hinab und baten ihm im Namen ihres Herren zu ihm hinauf zu kommen und boten ihm trockene Kleider an Er kleidete sich schnell um und folgte dann den Dienern auf das Dach wo er drei Männer fand von welchen der größte und schönste ihm freundlich und huldreich entgegen kam Wer bist du wunderbarer Fremdling sprach er der du die Fische des Meeres zähmst und links und rechts leitest wie der beste Reiter sein Streitroß bist du ein Zauberer oder ein Mensch wie wir Hör antwortete Said mir ist es in den letzten Wochen schlecht ergangen wenn ihr aber Vergnügen daran findet so will ich es euch erzählen und nun hup er an und erzählte den drei Männern seine Geschichte von dem Augenblicke an wo er seines Vaters Haus verlassen hatte bis zu seiner wunderbaren Rettung oft wurde er von ihnen mit Zeichen des Stauns und der Verwunderung unterbrochen als er aber geendet hatte sprach der Herr des Hauses der ihn so freundlich empfangen hatte ich traue deinen Worten Said aber du erzähltest uns dass du im Wettkampf eine Kette gewonnen und dass dir der Kalif einen Ring geschenkt kannst du uns diese wohl zeigen hier auf meinem Herzen habe ich beide verwahrt sprach der Jüngling und nur mit meinem Leben hätte ich so teure Geschenke hergegeben denn ich achte es für die ruhmvollste und schönste Tat dass ich den großen Kalifen aus den Händen seiner Mörder befreite zugleich zog er Kette und Ring hervor und übergab beides den Männern beim Bad des Propheten er ist es ist mein Ring rief der hohe schöne Mann Groß Visier lass ihn uns umarmen denn hier steht unser Retter Said war es wie ein Traum als diese zwei ihn um schlangen aber also bald warf sich nieder und sprach verzeihe Beherrscher der Gläubigen dass ich so vor dir gesprochen habe denn du bist kein anderer als Harun Al-Raschid der große Kalif von Bagdad der bin ich und dein Freund antwortete Harun und von dieser Stunde an sollen sich alle deine trüben Schicksale wenden folge mir nach Bagdad bleibe in meiner Umgebung und sei einer meiner vertrautesten Beamten denn wahrlich du hast in jener Nacht gezeigt dass dir Harun nicht gleichgültig sei und nicht jeden meiner treuesten Diener möchte ich auf gleiche Probe stellen Said dankte dem Kalifen er versprach ihm auf immer bei ihm zu bleiben wenn er zuvor eine Reise zu seinem Vater der in großen Sorgen um ihn sein müsse gemacht haben werde und der Kalif fand dies gerecht und billig sie setzten sich bald zu Pferd und kam noch vor Sonnenuntergang in Bagdad an der Kalif ließ Said eine lange Reihe prachtvoll geschmückter Zimmer in seinem Palast anweisen und versprach ihm noch überdies ein eigenes Haus für ihn erbauen zu lassen auf die erste Kunde von diesem Ereignis eilten die alten Waffenbrüder Saids der Bruder des Kalifen und der Sohn des Groß Viziers herbei sie umarmten ihn als Retter dieser teuren Männer und baten ihn er möchte ihr Freund werden aber sprachlos wurden sie vor Erstaun als er sagte euer Freund bin ich längst als er die Kette die als Kampfpreis erhalten hervorzog und sie an dieses und jenes erinnerte sie hatten ihn immer nur schwarzlich braun und mit langem Bart gesehen und erst als er erzählte wie und warum er sich entstellt habe als er zu seiner Rechtfertigung stumpfe Waffen herbeibringen ließ mit ihnen fort und ihnen den Beweis gab dass er Al-Mansur der Tapfere sei erst dann umarmten sie ihn mit Jubel von Neuem und priesen sich glücklich einen solchen Freund zu haben den folgenden Tag als eben Said mit dem Großvisier bei Harun saß trat Messur der Oberkämmerer herein und er sprach Beherrscher der Gläubigen so es anders sein kann möchte ich dich um eine Gnade bitten ich will zuvor hören antwortete Harun draußen steht mein lieber leiblicher Vetter Kalum Beck ein berühmter Kaufmann auf dem Bazar sprach er der hat einen sonderbaren Handel mit einem Mann aus Balsora dessen Sohn bei Kalum Beck diente nachher gestohlen hat dann entlaufen ist und niemand weiß wohin nun will aber der Vater seinen Sohn von Kalum haben und dieser hat ihn doch nicht er wünscht daher und bittet um die Gnade du möchtest Kraft einer großen Erleuchtung und Weisheit sprechen zwischen dem Mann aus Balsora und ihm ich will richten erwiderte der Kalif in einer halben Stunde mögen dein Herr Vetter mit seinem Gegner in den Gerichtssaal treten als Messur dankend gegangen war sprach Harun das Es ist niemand anders als dein Vater Said und da ich nun glücklicherweise alles wie es ist erfahren habe will ich richten wie Salomo Du Said verbirgst dich hinter dem Vorhang meines Thrones bis ich dich rufe und du Groß Visier lässt mir sogleich den schlechten und voreiligen Polizeirichter holen Ich werde ihn im Verhör brauchen Sie taten beide wie er befohlen Saids Herz pochte stärker als er seinen Vater bleich und abgehärmt mit wankenden Schritten in den Gerichtssaal treten sah und Kalumbecks feines zuversichtiges Lächeln womit er zu seinem Vetter Oberkämmerer flüsterte machte ihn so grimmig dass er gerne hinter dem Vorhang hervor auf ihn losgestürzt wäre denn seine größten Leiden und Kümmernisse hatte er diesem schlechten Menschen zu danken Es waren viele Menschen im Saal die den Kalifen recht sprechen hören wollten Der Groß Visier gebot nachdem der Herrscher von Bagdad auf seinem Thron Platz genommen hatte Stille und fragte wer hier als Kläger vor seinem Herrn erscheine Kalum Beck trat mit frecher Stimme vor und sprach Vor einigen Tagen stand ich unter der Türe meines Gewölbes im Bazar als ein Ausrufer ein Beutel in der Hand und diesen Mann hier neben sich durch die Boden schritt und rief ein Beutel Gold dem der Auskunft geben kann über Said aus Ich kann den Beutel verdienen Dieser Mann der jetzt so feindlich gegen mich ist kam freundlich und fragte was ich wüsste Ich antwortete Ihr seid wohl Benazah seinen Vater und als er dies freudig bejahte erzählte ich ihm wie ich den jungen Menschen in der Wüste gefunden gerettet und gepflegt und nach Bagdad gebracht habe In der Freude seines Herzens schenkte er mir gedient habe Dass er schlechte Streiche gemacht gestohlen habe und davongegangen sei will er es nicht glauben Hadert schon seit einigen Tagen mit mir fordert seinen Sohn und sein Geld zurück und beides kann ich nicht geben denn das Geld gebührt mir für die Nachricht die ich ihm gab und seinen ungeratenen Burschen kann ich nicht herbeischaffen Jetzt sprach auch Benazah Er schilderte seinen Sohn wie edel und tugendhaft er sei und dass er nie habe so schlecht sein können zu stehlen Er forderte den Kalifen auf streng zu untersuchen Ich hoffe sprach Harun du hast wie's Pflicht ist den Diebstahl angezeigt Kalum Beck Ei freilich rief jener lächelnd Vor den Polizeirichter hab ich ihn geführt Man bringe den Kalif Zum allgemeinen Erstaunen erschien dieser sogleich wie durch Zauberei herbeigebracht Der Kalif fragte ihn ob er sich dieses Handelns erinnere und dieser gestand den Fall zu Hast du den jungen Mann verhört hat er den Diebstahl eingestanden fragte Harun Nein er war so verstockt dass er niemand als euch selbst gestehen wollte erwiderte der Richter Aber ich erinnere mich nicht den Gesinn zu haben sagte der Kalif warum auch da müsste ich alle Tage einen ganzen Pack solches Gesindel zu euch schicken die euch sprechen wollen Du weißt dass mein Ohr für jeden offen ist antwortete Harun aber wahrscheinlich waren die Beweise über den Diebstahl so klar dass es nicht nötig war den jungen Mann vor mein Angesicht zu bringen Du hattest wohl Zeugen dass das Geld das dir gestohlen wurde dein gehört Kalum Zeugen fragte dieser erbleichend Nein Zeugen hatte ich nicht und ihr wisset ja Beherrscher der Gläubigen dass ein Goldstück aussieht wie das andere woher sollte ich denn Zeugen nehmen dass diese hundert Stücke in meiner Kasse fehlen an was erkanntest du denn dass jene Summe gerade dir gehöre fragte der Kalif an dem Beutel in welchem sie war erwiderte Kalum hast du den Beutel hier forschte jener weiter hier ist der sprach der Kaufmann zog einen Beutel hervor und reichte ihn dem Groß Visier damit er ihn dem Kalifen gebe doch dieser rief mit verstelltem Erstaun Bombard des Propheten der Beutel soll dein sein du Hund mir gehörte dieser Beutel und ich gab ihn mit hundert Goldstücken gefüllt einem braven jungen Mann der mich aus einer großen Gefahr befreite kannst du darauf schwören fragte der Kalif so gewiss als ich einst ins Paradies kommen will antwortete der Visier denn meine Tochter hat ihn selbst verfertigt ei ei rief Harun so wurdest du also falsch berichtet Polizeirichter warum hast du denn geglaubt dass der Beutel diesem Kaufmann gehöre er hat geschworen antwortete der Polizeirichter furchtsam so so hast du falsch geschworen donnerte der Kalif den Kaufmann an der bleichend und zitternd vor ihm stand Allah Allah rief jener ich will gewiss nichts gegen den Herrn Groß wie sie sagen er ist ein glaubwürdiger Mann aber ach der Beutel gehörte doch mir und der nichts würdige Said hat ihn gestohlen tausend Homan wollte ich geben wenn er jetzt zur Stelle wäre was hast du denn mit diesem Said angefangen fragte der Kalif sag an wohin man schicken muss damit er vor mir Bekenntnis ablege ich habe ihn auf eine wüste insel geschickt sprach der Polizeirichter oh Said mein Sohn mein Sohn rief der unglückliche Vater und weinte so hat er also das Verbrechen bekannt fragte Harun der Polizeirichter erbleichte errollte seine Augen hin und her und endlich sprach er wenn ich mich noch recht erinnern kann ja du weißt es also nicht gewiss fuhr der Kalif mit schrecklicher Stimme fort so wollen wir ihn selbst fragen tritt hervor Said und du Kalum Beck zahlst vor allem tausend Goldstücke weil er jetzt hier zur Stelle ist Kalum und der Polizeirichter glaubten ein Gespenst zu sehen sie stürzten nieder und riefen Gnade Gnade Benazah vor Freude halb ohnmächtig eilte in die Arme seines verlorenen Sohnes aber aber mit eiserner Strenge fragte jetzt der Kalif Polizeirichter hier steht Said hat er eingestanden nein nein heulte der Polizeirichter ich habe nur Kalums Zeugnis gehört weil er ein angesehener Mann ist habe ich dich darum als Richter über alle bestellt dass du nur den vornehmen hörest rief Harun Al-Rashid mit edlem Zorn auf zehn Jahre verbanne ich dich auf eine Wüste Insel mitten im Meere da kannst du über Gerechtigkeit nachdenken und du elender Mensch der du Sterbende erwächst nicht um sie zu retten sondern um sie zu deinen Sklaven zu machen du zahlst wie schon gesagt tausend Tomans weil du sie versprochen wenn Said käme um für dich zu zeugen Kalum freute sich sowohl feil aus dem bösen Handel doch dieser fuhr fort für den falschen Eid wegen der hundert Goldstücke bekommst du hundert Hieber auf die Fußsohlen ferner hat Said zu wählen ob er dein ganzes Gewölbe und dich als Last träger nehmen will oder ob er mit zehn Goldstücken für jeden Tag welchen er dir diente zufrieden ist lasse den elenden laufen Kalif rief der Jüngling ich will nichts das ihm gehörte nein antwortete Harun ich will dass du entschädigt werdest ich wähle statt deiner die zehn Goldstücke für den Tag und du magst berechnen wie viele Tage du in seinen Klauen warst jetzt fort mit diesen Elenden sie wurden abgeführt und der Kalif führte Benazah und Said in einen anderen Saal dort erzählte ihm selbst seine wunderbare Rettung durch Said und wurde nur zuweilen durch das Geheul Kalum Becks unterbrochen den man soeben im Hof seine hundert voll wichtigen Goldstücke auf die Fußsohlen zählte Der Kalif lud Benazah ein mit Said bei ihm in Bagdad zu leben Er sagte es zu und reiste nur noch einmal nach Hause um sein großes Vermögen abzuholen Said aber lebte in dem Palast den ihm der dankbare Kalif erbaut hatte wie ein Fürst Der Bruder des Kalifen und der Sohn des Groß Visiers waren seine Gesellschafter und es war in Bagdad zum Sprichwort geworden Ich möchte so gut und so glücklich sein als Said der Sohn Benazah Bei als wir einmal große Arbeit hatten und er ganz gegen seine Gewohnheit so knickerig als möglich erschien Es wurde in die neue Kirche eine Glocke gegossen und wir Jungen und Gesellen mussten die ganze Nacht am Herd sitzen und das Feuer hüten Wir glaubten nicht anders als der Meister werde sein Mutterfässchen anstechen und uns den besten Wein vorsetzen Aber nicht also Er ließ nur alle Stunden ein Umtrank tun und fing an von seiner Wanderschaft von seinem Leben allerlei Geschichten zu erzählen Dann kam es an den Obergesellen und so nach der Reihe und keiner von uns wurde schläfrig denn begierig heuchten wir alle zu Ehe wir uns dessen versahen war es Tag Daher kannten wir die List des Meisters dass er uns durch Reden habe wach halten wollen Denn als die Nacht versäumte Es ist ein vernünftiger Mann erwiderte der Student Gegen den Schlaf das ist gewiss hilft nichts als reden Darum möchte ich diese Nacht nicht einsam bleiben weil ich mich gegen elf Uhr hin des Schlafes nicht erwehren könnte Das haben auch die Bauers Leute wohl bedacht sagte der Jäger Wenn die Frauen und Mädchen in den langen Winter arbeiten bei Licht spinnen so bleiben sie nicht einsam zu Hause weil sie da wohl mitten unter der Arbeit einschliefen sondern sie kommen zusammen in den sogenannten Lichtstuben setzen sich in großer Gesellschaft zur Arbeit und erzählen Ja fiel der Fuhrmann ein da geht es oft recht gräulich zu dass man sich ordentlich fürchten möchte denn sie erzählen von feurigen Geistern die auf der Wiese gehen von Kobolden die nachts in den Kammern poltern und von Gespenstern die Menschen und Viehängstigen da haben sie nun freilich nicht die beste Unterhaltung entgegnete der Student mir gestehe ich ist nicht so verhasst als Gespenster Geschichten ei da denke ich gerade das Gegenteil rief der Zirkel Schmied mir ist es recht behaglich bei einer rechten Schauer Geschichte es ist gerade wie beim Regenwetter wenn man unter dem Dach schläft man hört die Tropfen tick tack tick tack auf die Ziegel herunter rauschen und fühlt sich recht warm im Trockenen so wenn man bei Licht und in Gesellschaft von Gespenstern hört fühlt man sich sicher und behaglich aber nachher sagte der Student wenn einer zugehört hat glächerlichen Glauben an Gespenster ergeben ist wird er sich nicht grauen wenn er allein ist und im Dunkeln wird er nicht an all das schauerliche denken was er gehört ich kann mich noch heute über diese Gespenster Geschichten ärgern wenn ich an meine Kindheit denke ich war ein munterer aufgeweckter Junge und mochte vielleicht etwas unruhiger sein als meine ame lieb war da wusste sie nun kein allerlei schaurige Geschichten von Hexen und bösen Geistern die im Hause spuken sollten und wenn eine Katze auf dem Boden ihr Wesen trieb flüsterte sie mir ängstlich zu hörst du Sehnchen jetzt geht er wieder die Treppe auf Trepp ab der tote Mann er trägt seinen Kopf unter dem Arm aber seine Augen glänzen noch wie Laternen krallen hat er statt der Finger und wenn er einen im Dunkeln erwischt drehte ihm den Hals um Die Männer lachten über diese Geschichten aber der Student fuhr fort ich war zu jung als dass ich hätte einsehen können dies alles sei unwahr und erfunden ich fürchtete mich nicht vor dem größten Jagdhund warf jeden meiner Gespielen in den Sand aber wenn ich ins Dunkel kam drückte ich vor Angst die Augen zu denn ich glaubte jetzt werde der tote Mann heranschleichen es ging so weit dass ich nicht mehr allein und ohne Licht aus der Türe gehen wollte wenn es dunkel war und wie manchmal hat mich mein Vater nachher gezüchtigt als er diese Unart bemerkte aber lange Zeit konnte ich diese kindische Furcht nicht loswerden und allein meine törichte Amme trug die Schuld Ja das ist ein großer Fehler bemerkte der Jäger wenn man die kindlichen Gedanken mit solchem Aberwitz füllt ich kann versichern dass ich brave beherzte Männer gekannt habe Jäger die sich sonst vor drei Feinden nicht fürchteten aber wenn sie nachts im Wald auf Wild lauern sollten oder auf Wilddiebe da gebrach es ihnen oft plötzlich an Mut denn sie sahen einen Baum für ein schreckliches Gespenst ein Busch für eine Hexe und ein paar Glühwürmer für die Augen eines Ungetüms an das im Dunkeln auf sie lauere und nicht nur für Kinder entgegnete der Student halte ich Unterhaltungen dieser Art für höchst schädlich und töricht sondern auch für jeden denn welcher vernünftige Mensch wird sich über das Treiben und Wesen von Dingen unterhalten die eigentlich nur im Hirn eines Toren wirklich sind dort spukt es sonst nirgends doch am allerschädlichsten sind diese Geschichten unter dem Landvolk dort glaubt man fest und unabweichlich an Torheiten dieser Art und dieser Glaube wird in den Spinnstuben und in der Schenkel geniert wo sie sich enge zusammensetzen und mit furchtbarer Stimme die allergräulichsten Geschichten erzählen Ja Herr erwiderte der Fuhrmann ihr möget nicht Unrecht haben schon manches Unglück ist durch solche Geschichten entstanden ist ja doch sogar meine eigene Schwester dadurch elendiglich ums Leben gekommen wie das an solchen Geschichten riefen die Männer erstaunt jawohl an solchen Geschichten sprach jener weiter In dem Dorf unser Vater wohnte ist auch die Sitte dass die Frauen und die Mädchen in den Winterabenden zum Spinnen sich zusammensetzen die jungen die jungen burschen kommen dann auch und erzählen mancherlei so kam es eines abends dass man von gespenstern und erscheinungen sprach und die jungen burschen erzählten von einem alten krämer der schon vor zehn jahren gestorben sei aber im Grab keine Ruhe finde jede Nacht werfe er die Erde von sich ab steige aus dem Grab schleiche langsam und hustend wie er im Leben getan nach seinem Laden und wäge dort Zucker und Kaffee ab indem er vor sich hin murmle drei vierling drei vierling um Mitternacht haben bei Tage ein Pfund gemacht viele behaupten ihn gesehen zu haben und die Mädchen und Weiber fingen an sich zu fürchten meine Schwester aber ein Mädchen von 16 Jahren wollte klüger sein als die anderen und sagte das glaube ich alles nicht wer einmal tot ist kommt nicht wieder sie sagte es aber leider ohne Überzeugung denn sie hatte sich schon oft gefürchtet da sagte einer von den jungen Leuten wenn du dies glaubst so wirst du dich auch nicht vor ihm fürchten sein Grab ist nur zwei Schritte von Kältchens die letzten gestorben wage es einmal gehe hin auf den Kirchhof brich von Kältchens Grabe eine Blume und bringe sie uns so wollen wir glauben dass du dich vor dem Krämer nicht fürchtest meine Schwester schämte sich von den anderen verlacht zu werden darum sagte sie oh das ist mir ein leichtes was wollt ihr denn für eine Blume es blüht im ganzen Dorf keine weiße Rose als dort darum bring uns einen Strauß von diesen antwortete ein ihrer Freundin sie stand auf und ging und alle Männer lobten ihren Mut aber die Frauen schüttelten den Kopf und sagten wenn das nur gut abläuft meine Schwester ging dem Kirchhof zu der Mond schien hell und sie fing an zu schaudern als es zwölf Uhr schlug und sie die Kirchpforte öffnete sie stieg über manchen Grabhügel weg den sie kannte und ihr Herz wurde bange und immer bange je näher sie zu Kältchens weißen Rosen und zum Grab des gespenstigen Krämers kam jetzt war sie da zitternd kniete sie nieder und knickte die Blumen ab da glaubte sie ganz in der Nähe ein Geräusch zu vernehmen sie sah sich um zwei Schritte von ihr flog die Erde von einem Grabe hinweg und langsam richtete sich eine Gestalt daraus empor es war ein alter bleicher Mann mit einer weißen Schlafmütze auf dem Kopf meine Schwester erschrak sie schaute noch einmal hin um sich aber der im Grabe mit näselnder Stimme anfängt zu sprechen guten Abend Jungfer woher so spät da erfasste sie ein grauen des Todes sie raffte sich auf sprang über die Gräber hin nach jenem Hause erzählte beinahe atemlos was sie gesehen und wurde so schwach dass man sie nach Hause tragen musste was nützte es uns dass wir am anderen Tage erfuhren dass es der Toten Gräber gewesen sei der dort ein Grab gemacht und zu meiner armen Schwester gesprochen habe sie verfiel noch ehe sie dies erfahren könnte in ein hitziges Fieber an welchem sie noch drei Tagen starb die Rosen zu ihrem Totenkranz hatte sie selbst gebrochen der Fuhrmann schwieg und eine Träne hing in seinen Augen die anderen aber sahen teilnehmend auf ihn zu so hat das arme Kind auch an diesem Köhler glauben sterben müssen sagte der junge Gold Arbeiter mir fällt da eine Sage bei die ich euch wohl erzählen möchte und die leider mit einem Seuchen Trauerfall zusammenhängt die Höhle von Stehenvoll eine schottländische Sage Auf einer der Felseninseln Schottlands lebten vor vielen Jahren zwei Fischer in glücklicher Eintracht sie waren beide unverheiratet hatten auch sonst keine Angehörigen und ihre gemeinsame Arbeit obgleich verschieden angewendet nährte sie beide im Alter kamen sie einander ziemlich nah aber von Person und an Gemütsart glichen sie einander nicht mehr als ein Adler und ein Seekalb Kaspar Strumpf war ein dicker kurzer Mann mit einem breiten fetten Vollmondsgesicht und gutmütig lachenden Augen deren Gram und Sorge fremd zu sein schienen er war nicht nur fett sondern auch schläfrig und faul und ihm fielen und die Arbeiten des Hauses kochen und backen durch stricken der netze zum eigenen fischfang und zum verkaufe auch ein großer teil der bestellung ihres kleinen feldes anheim ganz im gegenteil war sein gefährte lang und hager mit kühner habichtsnase und scharfen augen war er als der tätigste und glücklichste fischer der unternehmendste kletterer nach vögeln und daunen der fleißigste feldarbeiter auf den inseln und dabei als der geldgierigste händler auf dem markte zu kirchwall bekannt aber da seine waren gut und sein wandel frei von betrug war so handelte jeder gerne mit ihm und wim falke so nannten ihn seine landsleute und kaspar strumpf mit welchem ersterer trotz seiner Habsucht gerne seinen schwer errungenen gewinn teilte hatten nicht nur eine gute Nahrung sondern waren auch auf gutem Wege einen gewissen Grad von Wohlhabenheit zu erlangen aber Wohlhabenheit allein war es nicht was Falkes habsüchtigem Gemüte zusagte er wollte reich sehr reich werden und da er bald einsehen lernte dass auf dem gewöhnlichen Wege des Fleißes das Reich werden nicht sehr schnell vor sich ging so verfiel er zuletzt auf den Gedanken einen außerordentlichen Glücksfall erlang und da nun dieser Gedanke einmal von seinem heftig wallenden Geiste Besitz genommen fand er für nichts anderes Raum darin und er fing an mit Kaspar Strumpf davon als von einer gewissen Sache zu reden dieser dem alles was Falkes sagte für Evangelium galt erzählte es seinen Nachbarn und bald verbreitete sich das Gerücht Wim Falke hätte sich entweder wirklich dem Bösen für Gold verschrieben oder hätte doch ein Anerbieten dazu von dem Fürsten der Unterwelt bekommen Anfangs zwar verlachte Falke diese Gerüchte aber allmählich gefiel er sich in dem Gedanken dass irgendein Geist ihm einmal einen Schatz verraten könne und er widersprach nicht länger wenn ihn seine Landsleute damit aufzogen Er trieb zwar noch immer sein Geschäft fort aber mit weniger Eifer und verlor oft einen großen Teil der Zeit die er sonst mit Fischfang oder anderen nützlichen Arbeiten zuzubringen pflegte in zwecklosem Suchen irgendeines Abenteuers wodurch er plötzlich reich werden sollte Auch wollte es sein Unglück dass er als er eines Tages am einsamen Ufer stand und in unbestimmter Hoffnung auf das bewegte Meer hinaus blickte als solle ihm von dort her sein großes Glück kommen eine große Welle unter einer Menge losgerissen Moses und Gesteins eine gelbe Kugel eine Kugel von Gold zu seinen Füßen reute Wim stand wie bezaubert so waren denn seine Hoffnungen nicht leere Träume gewesen das Meer hatte ihm Gold schönes reines Gold geschenkt wahrscheinlich die Überreste eines schweren Barrens welchen die Wellen auf dem Meeresgrund bis zur Größe einer Flintenkugel abgerieben und nun stand es klar vor seiner Seele dass einmal irgendwo an dieser Küste ein reich beladenes Schiff gescheitert sein müsse und dass er dazu ersehen sei die im Schoße des Meeres begrabenen Schätze zu heben dies dies von nun an sein einziges streben sein fund sorgfältig selbst vor seinem freunde verbergend damit nicht auch andere seiner Entdeckung auf die Spur kämen versäumte er alles andere und brachte Tage und Nächte an dieser Küste zu wo er nicht sein Netz nach Fischen sondern eine eigens dazu verfertigte Schaufel nach Gold auswarf aber er fand nichts als Armut denn er selbst verdiente nichts mehr und Kaspars schläfrige Bemühungen reichten nicht hin sie beide zu ernähren im Suchen größerer Schätze verschwand nicht nur das gefundene Gold sondern allmählich auch das ganze Eigentum der Junggesellen aber so wie Strumpf früher stillschweigend von Falke den besten Teil seiner Nahrung hatte erwerben lassen so ertrug er es auch jetzt schweigend und ohne murrend dass die zwecklose Tätigkeit desselben sie ihm jetzt entzog und gerade dieses sanftmütige Dulden seines Freundes war es was jen nur noch stärker ansporte sein rastloses Suchen nach Reichtum weiter fortzusetzen was ihn aber noch tätiger machte war dass so oft er sich zur Ruhe niederlegte und seine Augen sich zum Schlummern schlossen etwas ihm ein Wort ins Ohr raunte dass er zwar sehr deutlich zu vernehmen glaubte und dass ihm jedes Mal dasselbe schien das er aber niemals behalten konnte zwar wusste er nicht was dieser Umstand so sonderbar auch war mit seinem jetzigen Streben zu tun haben könne aber auf ein Gemüt wie Wim Falkes musste alles wirken und auch dieses geheimnisvolle Flüstern half ihn in dem Glauben bestärken dass ihm ein großes Glück bestimmt sei dass er nur in einem Goldhaufen zu finden hoffte eines Tages überraschte ihn ein Sturm am Ufer wo er den Goldbarren gefunden hatte und die Heftigkeit desselben trieb ihn an in einer nahen Höhle Zuflucht zu suchen Diese Höhle welche die Einwohner die Höhle von Stehenvoll nennen besteht aus einem langen unterirdischen Gange welcher sich mit zwei Mündungen gegen das Meer öffnet und den Wellen einen freien Durchgang lässt die sich beständig mit lautem Brüllen schäumend durch denselben hinarbeiten Diese Höhle war nur an einer Stelle zugänglich und zwar durch eine Spalte von oben her welche aber selten von jemand anderem als mutwilligen Knaben betreten ward in dem zu den eigenen Gefahren des Ortes sich noch der Ruf eines Geisterspuks gesellte Mit Mühe ließ Wim sich in denselben hinab und nahm ungefähr zwölf Fuß tief von der Oberfläche auf einem vorspringenden Stein und unter einem überhängenden Felsenstück Platz wo er mit den brausenden Wellen unter seinen Füßen und dem wütenden Sturm über seinem Haupte in seinen gewöhnlichen Gedanken Zug verfiel nämlich von dem gescheiterten Schiff und was für ein Schiff es wohl gewesen sein mochte denn trotz aller seiner Erkundigung hatte er selbst von den ältesten Einwohnern von keinem an dieser Stelle gescheiterten Fahrzeuge Nachricht erhalten können Wie lange er so gesessen das wusste er selbst nicht Als er endlich aus seinen Träumereien erwachte entdeckte er dass der Sturm vorüber war und er wollte eben wieder empor steigen als seine Stimme sich aus der Tiefe vernehmen ließ und das Wort Kamilan ganz deutlich in sein Ohr drang Erschrocken fuhr in die Höhe und Großer Gott schrie er Das ist das Wort das mich in meinem Schlafe verfolgt Was um Himmels Willen mag es bedeuten Kamilan seufzte es noch einmal aus der Höhle herauf als er schon mit einem Fuße die Spalte verlassen hatte und er floh wie ein gescheutes Reh seiner Hütte zu Wim war indessen keine Memme Die Sache war ihm nur unerwartet gekommen und sein Geldgeiz war auch überdies zu mächtig in ihm als dass ihn irgendein Anschein von Gefahr hätte abschrecken können auf seinem Pfade fortzuwandern Einst als er spät in der Nacht beim Mondschein der Höhle von Steenvoll gegenüber mit seiner Schaufel nach Schätzen fischte blieb dieselbe auf einmal an etwas hängen Er zog aus Leibes Kräften aber die Masse blieb unbeweglich Inzwischen erhob sich der Wind dunkle Wolken überzogen den Himmel heftig schaukelte das Boot und drohte umzuschlagen aber Wim ließ sich in nichts irren er zog und zog bis der Widerstand aufhörte und da kein Gewicht fühlte glaubte er sein Seil wäre gebrochen aber gerade als die Wolken sich über dem Mond zusammenziehen wollten erschien eine runde schwarze Masse auf der Oberfläche und es erklang das ihn verfolgende Wort Kamilan Hasstig wollte er nach ihr greifen aber ebenso schnell als er den Arm danach ausstreckte verschwand sie in der Dunkelheit der Nacht und der eben losbrechende Sturm zwang ihn unter den nahen Felsen Zuflucht zu suchen er schlief er vollmüdung ein um im schlafe von einer ungezügelten Einbildungskraft gepeinigt aufs Neue die Qualen zu erdulden die ihn sein rastloses Streben nach Reichtum am Tage erleiden ließ die ersten Strahlen der aufgehenden Sonne fielen jetzt auf den ruhigen Spiegel des Meeres als Falke erwachte er wollte wieder hinaus an die gewohnte Arbeit als er von Ferne etwas auf sich zukommen sah er kannte es bald für ein Boot und in demselben meine menschliche Gestalt was aber sein größtes Erstaunen erregte war dass das Fahrzeug sich ohne Segel oder Ruder fortbewegte und zwar mit dem Schnabel gegen das Ufer gekehrt und ohne dass die darinsitzende Gestalt sich im geringsten um das Steuer zu kümmern schien das Boot kam immer näher und hielt endlich neben Wims Fahrzeug Stille Die Person in demselben zeigte sich jetzt als ein kleines verschrumpeltes altes Männchen das in gelbe Leinwand gekleidet war und mit roter in die Höhe stehender Nachtmütze mit geschlossenen Augen und unbeweglich wie ein getrockneter Leichnam dasaß nachdem er es vergebens angerufen und gestoßen hatte wollte er eben einen Strick an dem Boot befestigen und es wegfuhren als das Männchen die Augen aufschlug und sich zu bewegen anfing auf eine Weise welche selbst den kühnen Fischer mit Grausen erfüllte Och wo bin ich wo bin ich fragte es nach einem tiefen seufzer auf holländisch Falke welcher von den holländischen Heringsfängern etwas zu ihrer Sprache gelernt hatte nannte ihm den Namen der Insel und fragte wer denn sei und was ihn hierher gebracht ich komme um nach der Kamillan zu sehen der Kamillan um Gottes Willen was ist das rief der begierige Fischer ich gebe keine Antwort auf Fragen die man mir auf diese Weise tut erwiderte das Männchen mit sichtbarer Angst nun schrie Falke was ist die Kamillan die Kamillan ist jetzt nichts aber einst war sie ein schönes Schiff mit mehr Gold beladen als je ein anderes Fahrzeug getragen wo ging es zugrunde und und wann es war vor hundert Jahren wo weiß ich nicht genau ich komme um die Stelle aufzusuchen und das verlorene Gold aufzufischen willst du mir helfen so wollen wir den Fund miteinander teilen mit ganzem Herzen sag mir nur was muss ich tun was du tun musst erfordert Mut du musst dich gerade vor Mitternacht in die wildeste und einsamste Gegend auf der Insel begeben begleitet von einer Kuh die du dort schlachten und dich von jemand in ihre frische Haut einwickeln lassen musst dein Begleiter muss dich dann niederlegen und allein lassen und ehe es ein Ohr schlägt weißt du wo die Schätze der Kamilan liegen auf diese Weise fiel des alten Engroll Sohn mit Leib und Seele ins Verderben rief der Fischer mit Entsetzen du bist der böse Geist fuhr fort indem er hastig davonruderte geh zur Hölle ich mag nichts mit dir zu tun haben das Männchen knirschte schimpfte und fluchte ihm nach aber der Fischer welcher zu beiden Rudern gegriffen hatte war ihm bald außer Gehör und nachdem um ein Felsen gebogen auch aus dem Gesicht Aber die Entdeckung dass der Böse Geist sich seinen Geiz zunutze zu machen und mit Gold in seine Schlinge zu locken suchte heilte den verblendeten Fischer nicht Im Gegenteil er meinte die Mitteilung des gelben Männchens benutzen zu können ohne sich dem Bösen zu überliefern und indem er fortfuhr an der öden Küste nach Gold zu fischen vernachlässigte er den Wohlstand dem die reichen Fischzüge in anderen Gegenden des Meeres darboten sowie alle anderen Mittel auf die er ehemals sein Fleiß verwendet und er versank von Tag zu Tage nebst seinem Gefährten in tieferer Armut bis es endlich oft an den notwendigsten Lebensbedürfnissen zu fehlen anfing Aber obgleich dieser Verfall gänzlich Falkes Halsstarrigkeit und falscher Begierde zugeschrieben werden musste und die Ernährung beider jetzt Kaspar Strumpf allein anheim fiel so machte ihm doch dieser niemals den geringsten Vorwurf Ja er bezeugte ihm immer noch dieselbe Unterwürfigkeit dasselbe Vertrauen in seinen besseren Verstand als zur Zeit wo ihm seine Unternehmungen alle Zeit geglückt waren Dieser Umstand vermehrte Falkes Leiden um ein großes aber trieb ihn noch mehr nach Gold zu suchen weil er dadurch für sein gegenwärtiges Entbehen schadlos halten zu können Dabei verfolgte ihn das teuflische Geflüster des Wortes Kamillan noch immer in seinem Schlummer Kurz Not getäuschte Erwartung und Geiz trieben ihn zuletzt zu einer Art von Wahnsinn so dass er wirklich beschloss das zu tun was ihm das Männchen angeraten obgleich er nach der alten Sage wohl wusste dass er sich damit den Mächten der Finsternis übergab Alle Gegenvorstellungen Kaspars waren vergebens Falke ward nur um so heftiger je mehr jener ihn anflehte von seinem verzweifelten Vorhaben abzustehen und der gute schwache Mensch willigte endlich ein ihn zu begleiten und ihm seinen Plan ausfahren zu helfen Beide Herzen zogen sich schmerzhaft zusammen als sie ein Strick um die Hörner einer schönen Kuh ihr letztes Eigentum legten die sie vom Kalbe aufgezogen und die sie sich immer zu verkaufen geweigert hatten weil sie es nicht übers Herz bringen konnten sie in fremden Händen zu sehen Aber der böse Geist welcher sich Wilms bemeisterte erstickte jetzt alle besseren Gefühle in ihm und Kaspar wusste ihm nichts zu widerstehen Es war im September und die langen Nächte des schottländischen Winters hatten angefangen Die Nachtwolken wälzten sich schwer vor dem rauen Abendwinde und türmten sich wie Eisberge im Mählström Tiefer Schatten füllten die Schluchten zwischen dem Gebirge und den feuchten Torsümpfen und die trüben Bette der Ströme blickten schwarz und furchtbar wie Höllenschlunde Falke ging voran und Strumpf folgte schaudernd über seine eigene Kühnheit und Tränen füllten sein mattes Auge so oft er das arme Tier ansah welches so vertrauensvoll und bewusstlos seinem baldigen Tode entgegen ging dem von der Hand werden sollte die ihm bisher seine Nahrung gereicht mit Mühe kamen sie in das enge sumpfige Bergteil welches hier und da mit Moos und Heidekraut bewachsen mit großen Steinen übersät war und von einer wilden Gebirgskette umgeben lag die sich im grauen Nebel verlor und wohin der Fuß eines Menschen sich selten verstieg sie näherten sich auf wankendem Boden einem großen Stein welcher in der Mitte stand und von welchem ein verscheuchter Adler krächzend in die Höhe flog die arme Kuh brüllte dumpf als erkenne sie die Schrecknisse des Ortes und ihr bevorstehendes Schicksal Kaspar wandte sich weg um sich die schnell fließenden Tränen abzuwischen er blickte hinab durch die Felsenöffnung durch welche sie heraufgekommen waren von woraus man die ferne Brandung des Meeres hörte und dann hinauf nach den Bergwipfeln auf welche sich ein kohlschwarzes Gewölk gelagert hatte aus welchem man von Zeit zu Zeit ein dumpfes Murmeln vernahm als er sich wieder nach Wilm umsah hatte diese bereits die arme Kuh an den Stein gebunden und stand mit aufgehobener Axt im Begriff das gute Tier zu fällen dies war zu viel für seinen Entschluss sich in den Willen seines Freundes zu fügen mit gesunkenen Händen stürzte er sich auf die Knie um Gottes Willen Wim Falke schrie er mit der Stimme der Verzweiflung schone dich schone die Kuh schone dich und mich schone deine Seele schone dein Leben und musst du Gott so versuchen so warte bis morgen und opfere lieber ein anderes Tier als unsere liebe Kuh Kaspar bist du toll schrie Wim wie ein Wahnsinniger in dem er noch immer die Axt in die Höhe geschwungen hielt soll ich die Kuh schonen und verhungern du sollst nicht verhungern antwortete Kaspar entschlossen solange ich Hände habe sollst du nicht verhungern ich will vom Morgen bis in die Nacht für dich arbeiten nur bring dich nicht um deine Seele Seligkeit und lass mir das arme Tier leben dann nimm die Axt und spalte mir den Kopf schrie Falke mit verzweifeltem Tone ich gehe nicht von diesem Fleck bis ich habe was ich verlange kannst du die Schätze der Kamilan für mich heben können deine Hände mehr erwerben als die elendsten Bedürfnisse des Lebens aber sie können meinen Jammer enden komm und lass mich das Opfer sein Wilm töte die Kuh töte mich es liegt mir nichts daran es ist mir nur um deine Seligkeit zu tun ach dies ist ja der Picken alter und das Opfer das du bringen willst gehört der Finsternis ich weiß nichts von der gleichen rief Falke wild lachend wie einer der entschlossen ist nichts wissen zu wollen was ihn von seinem Vorsatz abbringen könnte Kaspar du bist toll und machst mich toll aber da fuhr fort indem er das Beil von sich warf und das Messer vom Steine aufnahm wie wenn er sich durchstoßen wollte da behalte die Kuh statt meiner riefst Kaspar war in einem Augenblicke bei ihm riss ihm das Mordwerkzeug aus der Hand er fasste das Beil schwang es hoch in der Luft und ließ es mit solcher Gewalt auf des geliebten Tieres Kopfe fallen dass es ohne zu zucken und tot zu seines Herren Füßen niederstürzte ein Blitz begleitet von einem Donnerschlage folgte dieser raschen Handlung und Falke starrte seinen Freund mit den Augen an womit ein Mann ein Kind anstauen würde dass sich das zugetraut was er selbst nicht gewagt Strumpf schien aber weder von dem Donner erschreckt noch durch das starre Erstaun seines Gefährten aus Erfassung gebracht sondern fiel ohne ein Wort zu reden über die Wim sich ein wenig erholt hatte half er in diesem Geschäft aber mit so sichtbarem Widerwillen als er vorher begierig gewesen war das Opfer vollendet zu sehen während dieser Arbeit hatte sich das Gewitter zusammengezogen der Donner brüllte laut im Gebirge und furchtbare Blitze schlängelten sich um den Stein und über das Moos der Schlucht hin während der Wind welcher diese Höhe noch nicht erreicht hatte die unteren Täler und das Gestade mit wildem Heulen erfüllte und als die Haut endlich abgezogen war fanden beide Fische sich schon bis auf die Haut durchnässt sie breiteten jene auf dem Boden aus und Kaspar wickelte und band Falken so wie dieser es ihn geheißen in derselben fest ein dann erst als dies geschehen war brach der arme Mensch das lange stillschweigen und indem er mitleidig auf seinen betörten Freund hinabblickte fragte er mit zitternder Stimme kann ich noch etwas für dich tun Wim nichts mehr erwiderte der andere lebe wohl leb wohl erwiderte Kaspar Gott sei mit dir und vergebe dir wie ich es tue dies waren die letzten Worte welche Wim noch von ihm hörte denn im nächsten Augenblicke war er in der immer zunehmenden Dunkelheit verschwunden und in demselben Augenblicke brach auch einer der fürchterlichsten Gewitterstürme die Wim nur je gehört hatte aus er fing an mit einem Blitze welcher falken nicht nur die Berge und Felsen in seiner unmittelbaren Nähe sondern auch das Tal unter ihm mit dem schäumenden Meere und den in der Bucht zerstreut liegenden Felseninseln zeigte zwischen welcher die Erscheinung eines großen fremdartigen und entmasteten Schiffes zu erblicken glaubte welches auch im Augenblicke wieder in der schwärzesten Dunkelheit verschwand die Donnerschläge wurden ganz betäubend eine Masse Felsenstücke rollte vom Gebirge herab und drohte ihn zu erschlagen Der Regen ergoss sich in solcher Menge dass er in einem Augenblicke das enge Sumpftal mit einer hohen Flut überströmte welche bald bis zu Wimms Schultern hinaufreichte Denn glücklicherweise hat ihn Kaspar mit dem oberen Teile des Körpers auf eine Erhöhung gelegt sonst hätte er auf einmal ertrinken müssen Das Wasser stieg immer höher und je mehr Wimmsich anstrengte sich aus seiner gefahrenvollen Lage zu befreien desto fester umgab ihn die Haut Umsonst rief er nach Kaspar Kaspar war weit weg Gott in seiner Not anzurufen wagte er nicht anfliehen wollte deren Gewalt er sich hingegeben fühlte Schon drang ihm das Wasser in die Ohren schon berührte es den Rand der Lippen Gott ich bin verloren schrie er indem er einen Strom über sein Gesicht hinstürzen fühlte aber in demselben Augenblick drang ein Schall wie von einem nahenden Wasserfall schwach in sein Gehör und sogleich war auch sein Mund wieder unbedeckt Die Flut hatte sich durch das Gestein Bahn gebrochen zu gleicher Zeit der Regen etwas nachließ und das tiefe Dunkel des Himmels sich etwas verzog so ließ auch seine Verzweiflung nach und es schien ihm ein Strahl der Hoffnung zurückzukehren aber obgleich er sich wie von einem Todeskampf erschöpft fühlte und sehnlich wünschte aus seiner Gefangenschaft erlöst zu sein so war doch der Zweck seines verzweifelten Strebens noch nicht erreicht und mit der verschwundenen unmittelbaren Lebensgefahr kam auch die Habsucht mit all ihren Furien in seine Brust zurück aber überzeugt dass er in seiner Lage ausharren müsse um sein Ziel zu erreichen hielt er sich ruhig und fiel vor Kälte und Ermüdung in einen festen Schlaf er mochte ungefähr zwei Stunden geschlafen haben als ihn ein kalter Wind der ihm übers Gesicht fuhr und ein Rauschen wie von herannahenden Meereswogen aus seiner glücklichen Selbstvergessenheit aufrüttelten der Himmel hatte sich aufs Neue verfinstert ein Blitz wie der welcher den ersten Sturm herbeigeführt erhellte noch einmal die Gegend umher und er glaubte abermals das fremde Schiff zu erblicken das jetzt dicht und dann jählings in den Abgrund zu schießen schien er starrte noch immer nach dem Phantom denn ein unaufhörliches Blitzen hielt jetzt das Meer leuchtet als sich auf einmal eine berghohe Wasserhose aus dem Tal erhob und ihn mit solcher Gewalt gegen ein Felsen schleuderte dass ihm alle Sinne verging als er wieder zu sich selbst kam hatte sich das Wetter verzogen der Himmel war heiter aber das Wetterleuchten dauerte noch immer fort er lag dicht am Fuße des Gebirges welches dieses Tal umschloss und er fühlte sich so zerschlagen dass er sich kaum zu rühren vermochte er hörte das stillere Brausen der Brandung und mittendrin eine feierliche Musik wie Kirchengesang diese Töne waren anfangs so schwach dass er sie für Täuschung hielt aber sie ließen sich immer wieder aufs Neue vernehmen und jedes Mal deutlicher und näher und es schien ihm zuletzt als kann er darin die Melodie eines Psalmes unterscheiden die er im vorigen Sommer an Bord eines holländischen Heringsfängers gehört hatte endlich unterschied er sogar Stimmen und es deuchte ihm als vernehme er sogar die Worte jenes Liedes die Stimmen waren jetzt in dem Tale und als er sich mit Mühe zu einem Steine hingeschoben auf den er den Kopf pflegte erblickte er wirklich einen Zug von menschlichen Gestalten von welchem diese Musik ausging und der sich gerade auf ihn zubewegte Kummer und Angst lagen auf den Gesichtern der Leute deren Kleider von Wasser zu triefen schienen jetzt waren sie dicht bei ihm und der Gesang schwig An ihrer Spitze waren mehrere Musikanten dann mehrere Seeleute und hinter diesen kam ein großer starker Mann in altväterlicher reich mit goldbesetzter Tracht mit einem Schwert an der Seite und einem langen dicken spanischen Rohr mit goldenem Knopf in der Hand ihm zur Seite ging ein schwarzer Knabe welcher seinem Herrn von Zeit zu Zeit eine lange Pfeife reichte aus der einige feierliche Züge tat Er blieb kerzengerade vor Wilm stehen und ihm zu beiden Seiten stellten sich andere minder prächtig gekleidete Männer welche alle Pfeifen in den Händen hatten die aber nicht so kostbar schien als die Pfeife welche dem dicken Manne nachgetragen wurde hinter diesen traten andere Personen auf worunter mehrere Frauen Personen von denen einige Kinder in den Arm oder an der Hand hatten alle in kostbarer aber fremdartiger Kleidung ein Haufen holländischer Matrosen schloss den Zug deren jeder den Mund voll Tabak und zwischen den Zähnen ein braunes Pfeifchen hatte das sie in düsterer Stille rauchten Der Fischer blickte mit Grausen auf diese sonderbare Versammlung aber die Erwartung dessen was da kommen werde hielt seinen Mut aufrecht Lange standen sie um ihn her und der Rauch ihrer Pfeifen erhob sich wie eine Wolke über sie zwischen welcher die Sterne hindurch blinkten Der Kreis zog sich immer enger um Wilm her Das Rauchen ward immer heftiger und dicker die Wolke die aus Mund und Pfeifen hervorstieg Falke war ein kühner verwegener Mann er hatte sich auf Außerordentliches vorbereitet aber als er diese unbegreifliche Menge immer näher auf sich eindringen sah als wolle sie ihn mit ihrer Masse erdrücken dahin sank ihm der Mut dicker Schweiß trat ihm vor die Stirne und er glaubte vor Angst vergehen zu müssen aber man denke sich erst seinen Schrecken als er von ungefähr die Augen wandte und dicht an seinem Kopf das gelbe Männchen steif und aufrecht sitzen sah als wie er es zum ersten Mal erblickt nur dass es jetzt als wie zum Spotte der ganzen Versammlung auch eine Pfeife im Mund hatte in Todesangst die ihn jetzt ergriff rief er zu der Hauptperson gewendet im Namen dessen dem ihr dienet wer seid ihr und was verlangt ihr von mir der große Mann rauchte drei Züge feierlich als je gab dann die Pfeife seinem Diener und antwortete mit schreckhafter Kälte ich bin Aldred Franz von der Schwelder Befehlshaber des Schiffes Kamilan von Amsterdam welches auf dem Heimwege von Batavia mit Mann und Maus an dieser Felsenküste zugrunde ging dies sind meine Offiziere dies meine Passagiere und jenes meine braven Seeleute welche alle mit mir ertranken warum hast du uns aus unserer tiefen Wohnung im Meer hervorgerufen warum störtest du unsere Ruhe ich möchte wissen wo die Schätze der Kamilan liegen am Boden des Meeres wo in der Höhle von Stehen voll wie soll ich sie bekommen eine Gans taucht in den Schlund nach einem Hering sind die Schätze der Kamilan nicht ebenso viel wert wie viel werde ich davon bekommen mehr als du je verzehren wirst das gelbe Männchen grinste und die ganze Versammlung lachte laut auf bist du zu Ende fragte der Hauptmann weiter ich bin's gehabt dich wohl leb wohl bis aufs Wiedersehen erwiderte der Holländer und wandte sich zum Gehen die Musikanten traten aufs Neue an die Spitze und der ganze Zug entfernte sich in derselben Ordnung in welche er gekommen war und mit demselben feierlichen Gesang welcher mit der Entfernung immer leiser und undeutlicher wurde bis er sich nach einiger Zeit gänzlich im Geräusche der Brandung verlor jetzt strengte Wim seine letzten Kräfte an sich aus seinen Banden zu befreien und es gelang ihm endlich einen Arm los zu bekommen womit er die ihn um windenden Stricke löste und sich endlich ganz aus der Haut wickelte ohne sich umzusehen eilte er nach seiner Hütte und fand den armen Kaspar Strumpf in starrer Bewusstlosigkeit am Boden liegen mit Mühe brachte er ihn wieder zu sich selbst und der gute Mensch weinte vor Freude als er den verloren geglaubten Jugendfreund wieder vor sich sah aber dieser beglückende Strahl verschwand schnell wieder als er von diesem vernahm welch verzweifeltes Unternehmen er jetzt vorhatte ich wollte mich lieber in die Hölle stürzen als diese nackten Wände und dieses Elend länger ansehen folge mir oder nicht ich gehe mit diesen Worten fasste Will meine Fackel ein Feuerzeug und ein Seil und heilte davon Kaspar heilte ihm nach so schnell den auf welchem er vormals gegen den Sturmschutz gefunden und bereit sich an dem Strick in den brausenden schwarzen Schlund hinab zu lassen als er fand dass alle seine Vorstellungen nichts über den rasenden Menschen vermochten bereitete er sich ihm nach zu steigen aber Falke befahl ihm zu bleiben und den Strick zu halten mit furchtbarer Anstrengung wozu nur die mindeste Habsucht den Mut und die Stärke geben konnte kletterte Falke in die Höhle hinab und kam endlich auf ein vorspringendes Felsenstück zu stehen unter welchem die Wogen schwarz und mit weißem Schaum bekräuselt brausend dahin eilten er blickte begierig umher und sah endlich etwas gerade unter ihm im Wasser schimmern er legte die Fackel nieder stürzte sich hinab und erfasste etwas schweres das er auch Goldstücke er verkündete seinem Gefährten was er gefunden wollte aber durchaus nicht auf sein Fliehen hören sich damit zu begnügen und wieder herauf zu steigen Falke meinte dies wäre nur die erste Frucht seiner langen Bemühungen er stürzte sich noch einmal hinab es erscholl ein lautes Gelächter aus dem Meere und Wim Falke ward nie wieder gesehen Kaspar ging allein nach Hause aber als ein anderer Mensch die seltsame Erschütterung die sein schwacher Kopf und sein empfindsames Herz erlitten zerrütteten ihm die Sinne er ließ alles um sich her verfallen und wanderte Tag und Nacht gedankenlos vor sich starrend umher von allen seinen vorigen Bekannten bedauert und gemieden ein Fischer will Wim Falke in einer stürmischen Nacht mitten unter der Mannschaft der Camillan am Ufer erkannt haben und in derselben Nacht verschwand auch Kaspar Strumpf man suchte ihn allenthalben aber nirgends hat man eine Spur von ihm finden können aber die Sage geht dass er oft nebst Falke mitten unter der Mannschaft des Zauberschiffes gesehen worden sei welches seitdem zu regelmäßigen Zeiten an der Höhle von Stehen voll erschien Mitternacht ist längst vorüber sagte der Student als der junge Goldarbeiter seine Erzählung geendigt hatte jetzt hat es wohl keine Gefahr mehr und ich für meinen Teil bin so schläfrig dass ich allen raten möchte niederzuliegen und getrost einzuschlafen vor zwei Uhr morgens möchte ich doch nicht trauen entgegnete der Jäger das Sprichwort sagt von elf bis zwei Uhr ist Diebes Zeit das glaube ich auch bemerkte der Zirkelschmied denn wenn man uns etwas anhaben will ist wohl keine Zeit gelegener als die nach Mitternacht darum meine ich der Studiosus könnte an seiner Erzählung fortfahren die er noch nicht ganz voll endet hat ich sträube mich nicht sagte dieser obgleich unser Nachbar der Herr Jäger den Anfang nicht gehört hat ich muss ihn mir nur hinzudenken fanget nur an rief der Jäger nun denn wollte eben der Student beginnen als sie durch das Anschlagen eines Hundes unterbrochen wurden alle hielten den Atem an und horchten zugleich stürzte einer der Bediensteten aus dem Zimmer der Gräfin und rief dass wohl zehn bis zwölf bewaffnete Männer von der Seite her auf die Schenke zukämen der Jäger griff nach seiner Büchse der Student nach seiner Pistole die Handwerksburschen nach ihren Stöcken und der Fuhrmann zog ein langes Messer aus der Tasche So So standen sie und sahen ratlos einander an Lasst uns an die Treppe gehen Zwei oder drei dieser Schurken sollen doch ihren Tod finden ehe wir überwältigt werden Zugleich gab er dem Zirkelschmied seine zweite Pistole und riet dass sie nur einer nach dem anderen schießen sollten sie stellten sich an die Treppe der Student und der Jäger nahmen gerade ihre ganze Breite ein Seitwärts neben dem Jäger stand der mutige Zirkelschmied und beugte sich über das Geländer in dem er die Mündung seiner Pistole auf die Mitte der Treppe hielt Der Goldarbeiter und der Fuhrmann standen hinter ihnen bereit wenn es zu einem Kampf Mann kommen sollte das ihrige zu tun so standen sie einige Minuten in stiller Erwartung endlich hörte man die Haustüre aufgehen und sie glaubten auch das Flüstern mehrerer Stimmen zu vernehmen Jetzt hörte man Tritte vieler Menschen der Treppe nahen Man kam die Treppe herauf und auf der ersten Hälfte zeigten sich drei Männer die wohl nicht auf den Empfang gefasst waren der ihnen bereitet war denn als sie sich um die Pfeiler der Treppe wandten schrie der Jäger mit starker Stimme Halt noch einen Schritt weiter und ihr seid des Todes Spannet die Hahnen Freunde und gut gezielt Die Räuber erschraken zogen sich eilig zurück und berieten sich mit den übrigen Nach einer Weile kam einer davon zurück und sprach Ihr Hören es wäre Torheit von euch um sonst euer Leben aufopfern zu wollen denn wir sind unserer genug um euch völlig aufzureiben aber zieht euch zurück es soll keinem das geringste zuleide geschehen wir wollen keinen graschen wert von euch nehmen was wollt ihr denn sonst rief der student meint ihr wir werden solchem gesindelt trauen nimmermehr wollt ihr etwas holen in gottes namen so kommet aber den ersten der sich um die ecke wagt brenne ich auf die stirne dass er auf ewig keine kopfschmerzen mehr haben soll gebt uns die dame heraus gut will ich antwortete der räuber es soll ihr nichts geschehen wem ort führen ihre leute können zurück reiten und den Herrn grafen bitten er möge sie mit zwanzig tausend gulden auslösen solche vorschläge sollen wir uns machen lassen entgegnete der jäger knuschend vor wut und spannte den hahn ich zähle drei und wenn du da unten nicht bei drei weg bist so drücke ich eins zwei halt rief der räuber mit donnernder stimme ist das sitte auf einen wehrlosen Mann zu schießen der mit euch friedlich unterhandelt törichter bursche du kannst mich totschießen und dann hast du erst keine große heldentat getarnt aber hier stehen zwanzig meiner kameraden die mich rächen werden was nützt es dann deiner frau gräfin wenn ihr tot oder verstümmelt auf dem flur lieget glaube mir wenn sie freiwillig mitgeht soll sie mit achtung behandelt werden aber wenn du bis ich drei zähle nicht den hahn in ruhe setz ist so soll es ihr übel ergehen hahn in ruhe eins zwei drei mit diesen unten ist nicht zu spaßen flüsterte der jäger indem er den befehl des räubers befolgte wahrhaftig an meinem Leben liegt nichts aber wenn ich einen niederschieße können sie meine dame umso härter behandeln ich will die gräfin um rat fragen gebt uns fuhr mit lauter stimme fort gebt uns eine halbe stunde waffen stillstand um die gräfin vorzubereiten sie würde wenn sie es so plötzlich erfährt den tot davon haben zugestanden antwortete der räuber und ließ zugleich den ausgang der treppe mit sechs männern besetzen bestürzt und verwirrt folgten die unglücklichen reisenden dem jäger in das zimmer der gräfin es lag dieses so nah und so laut hatte man verhandelt dass ihr kein wort entgangen war sie war bleich und zitterte heftig aber dennoch schien sie fest entschlossen sich in ihr schicksal zu ergeben warum soll ich nutzlos das leben so vieler braver leute aufs spiel setzen fragte sie warum euch zu einer vergeblichen verteidigung auffordern euch die ihr mich ja gar nicht kennet nein ich sehe dass keine andere rettung ist als den elenden zu folgen man war allgemein von dem Mut und dem Unglück der Dame ergriffen der Jäger weinte und schwur dass er diese Schmach nicht überleben könne der Student aber schmähte auf sich und seine Größe von sechs Fuß wäre ich nur meinen halben Kopf kleiner rief er und hätte ich keinen Bart so wüsste ich wohl was ich zu tun hätte ich ließe mir von der Frau Gräfin Kleider geben und diese Elenden sollten spät genug erfahren welchen Missgriff sie getan auch auf Felix hatte das Unglück dieser Frau großen Eindruck gemacht ihr ganzes Wesen kam ihm so rührend und bekannt vor es war ihm als sei seine früh verstorbene Mutter die sich in dieser schrecklichen Lage befände er fühlte sich so gehoben so mutig dass er gerne sein Leben für das ihrige gegeben hätte doch als der Student jene Worte sprach da blitzte auf einmal ein Gedanke in seiner Seele auf er vergaß alle Angst alle Rücksichten und er dachte nur an die Rettung dieser Frau ist es nur dies sprach er indem er schüchternd und errötend hervortrat gehört nur ein kleiner Körper ein badloses Kinn und ein mutiges Herz dazu die gnädige Frau zu retten so bin ich vielleicht auch nicht zu schlecht dazu zieht in Gottes Namen meinen Rock an setzet mein Hut auf euer schönes Haar und nehmt mein Bündel auf den Rücken und zieht als Felix der Goldarbeiter eure Straße Alle waren erstaunt über den Mut des Jünglings der Jäger aber fiel ihm freudig um den Hals Goldjunge rief er das wolltest du tun wolltest dich in meiner gnädigen Frau Kleider stecken lassen und sie retten das hat dir Gott eingegeben aber allein sollst du nicht gehen ich will mich mitgefangen geben will bei dir bleiben und an deiner Seite rief der Student es kostete lange Überredung um die Gräfin zu diesem Vorschlag zu überreden sie konnte den Gedanken nicht ertragen dass ein fremder Mensch für sie sich aufopfern sollte sie dachte sich im Falle einer späteren Entdeckung die Rache der Räuber die ganz auf den Unglücklichen fallen würde schrecklich aber endlich siegten teils die Bitten des jungen Menschen teils die Überzeugung im Falle sie gerettet würde alles aufbieten zu können um ihren Retter wieder zu befreien sie willigte ein der Jäger und die übrigen Reisenden begleiteten Felix in das Zimmer des Studenten wo er sich schnell einige Kleider der Gräfin überwarf der Jäger setzte ihm noch zum Überfluss seine falsche Haarlocker der Kammerfrau und einen Dammhut auf und alle Schmied schwur dass wenn er ihm auf der Straße begegnete er flink den Hut abziehen und nicht ahnen würde dass er vor seinem mutigen Kameraden sein Kompliment mache die Gräfin hatte sich indessen mit Hilfe ihrer Kammerfrau aus dem Ränzchen des jungen Goldarbeiters mit Kleidern versehen der Hut tief in die Stirne gedrückt der Reisestock in der Hand das etwas leichter gewordene Bündel auf dem Rücken machten sie völlig unkenntlich und die Reisenden würden zu jeder anderen Zeit über diese komische Maskerade nicht wenig gelacht haben Der neue Handwerksbursche dankte Felix mit Tränen und versprach die schleunigste Hilfe Nur noch eine Bitte habe ich antwortete Felix in diesem Ränzchen das sie auf dem Rücken tragen befindet sich eine kleine Schachtel verwahren sie diese sorgfältig wenn sie verloren ginge wäre ich auf immer und ewig unglücklich ich muss sie meiner Pflegemutter bringen und Gottfried der Jäger weiß mein Schloss entgegnete sie es soll euch alles unbeschädigt wieder zurückgestellt werden denn ich hoffe ihr kommet dann selbst edler junger Mann um den Dank meines Gatten und den meinigen zu empfangen Ehe noch Felix darauf antworten konnte ertönten von der Treppe her die rauen Stimmen der Räuber sie riefen je Frist sei verflossen und alles zur Abfahrt der Gräfin bereit der Jäger ging zu ihn hinab und erklärte ihnen dass er die Dame nicht verlassen werde und lieber mit ihm gehe wohin es auch sei er ohne seine Gebieterin vor seinem Herrn erschiene auch der Student erklärte diese Dame begleiten zu wollen sie beratschlagten sich über diesen Fall und gestanden es endlich zu unter der Bedingung dass der Jäger sogleich seine Waffen abgebe zugleich befahlen sie dass die übrigen Reisenden sich ruhig verhalten sollten wenn die Gräfin hinweg geführt werde Felix ließ den Schleier nieder der über sein Hut gebreitet war setzte sich in eine Ecke die Stirne in die Hand gestützt und in dieser Stellung eines tiefen Betrübten erwartete er die Räuber die Reisenden hatten sich in das andere Zimmer zurückgezogen doch so dass sie was vorging überschauen konnten der Jäger saß anscheinend traurig aber auf alles lauernd in der anderen Ecke des Zimmers das die Gräfin bewohnt hatte nachdem sie einige Minuten so gesessen ging die Türe auf und ein schöner stattlich gekleideter Mann von etwa 36 Jahren trat in das Zimmer er trug eine Art von militärischer Uniform einen Orden auf der Brust einen langen Säbel an der Seite und in der Hand hielt er einen Hut von welchem schöne Federn herabwallten Zwei seiner Leute hatten gleich nach seinem Eintritt die Türe besetzt Er ging mit einer tiefen Verbeugung auf Felix zu Er schien von einer Dame dieses Ranges etwas in Verlegenheit zu sein Er setzte mehrere Male an bis es ihm gelang geordnet zu sprechen »Gnädige Frau« sagte er »Es gibt Fälle in denen man sich in Geduld schicken muss Ein solcher ist der ihrige Glauben Sie nicht dass ich den Respekt vor einer so ausgezeichneten Dame auch nur auf einen Augenblick aus den Augen setzen werde Sie werden alle Bequemlichkeiten haben Sie werden über nichts klagen können als vielleicht über den Schrecken den sie diesen Abend gab Er hielt inne als erwartete er eine Antwort Als aber fehlig beharrlich schwieg fuhr er fort »Sehen Sie in mir keinen gemeinen Dieb kein Kehlenabschneider Ich bin ein unglücklicher Mann den widrige Verhältnisse zu diesem Leben zwangen Wir wollen uns auf immer aus dieser Gegend entfernen aber wir brauchen Reisegeld Es wäre uns ein leichtes gewesen Kaufleute oder Postwagen zu überfallen aber dann hätten wir vielleicht mehrere Leute auf immer ins Unglück gestürzt Der Herr Graf ihr Gemahl hat vor sechs Wochen eine Erbschaft von fünfmal hunderttausend Talern gemacht Wir bitten uns zwanzigtausend Gulden von diesem Überfluss gewiss eine gerechte und bescheidene Forderung Sie werden daher die Gnade haben jetzt sogleich einen offenen Brief an Ihren Gemahl zu schreiben worin sie melden dass wir sie zurück erhalten dass ihr die Zahlung so bald als möglich leisten möge widrigen falls Sie verstehen mich wir müssten dann etwas härter mit ihnen selbst wird nicht angenommen wenn sie nicht unter dem Siegel der strengsten Verschwiegenheit von einem einzelnen Mann hierher gebracht wird Diese Szene wurde mit der gespanntesten Aufmerksamkeit von allen Gästen der Waldschenke unterm ängstlichsten Mohl von der Gräfin beobachtet Sie glaubte jeden Augenblick der Jüngling der sich für sie geopfert könnte sich verraten Sie war fest entschlossen ihn um einen großen Preis loszukaufen aber ebenso fest stand ihr Gedanke um keinen Preis der Welt auch nur einen Schritt weit mit den Räubern zu gehen Sie hatte in der Rocktasche des Goldarbeiters ein Messer gefunden Sie hielt es geöffnet krampfhaft in der Hand bereit sich lieber zu töten als eine solche Schmach zu erdulden Schmach Jedoch nicht minder ängstlich war Felix selbst Zwar stärkte und tröstete ihn der Gedanke dass es eine männliche und würdige Tat sei einer bedrängten hilflosen Frau auf diese Weise beizustehen aber er fürchtete sich durch jede Bewegung durch seine Stimme zu verraten Seine Angst steigerte sich als der Räuber von einem Briefe sprach den er schreiben sollte Was sollte er schreiben welche Titel dem Grafen geben welche Form dem Briefe ohne sich zu verraten Seine Angst stieg aber aufs Höchste als der Anführer der Räuber Papier und Feder vor ihn hin legte ihn bat den Schleier zurück zu schlagen und zu schreiten Felix wusste nicht wie hübsch ihm die Tracht passte in welche er gekleidet war hätte er es gewusst er würde sich vor gedrungen den Schleier zurückschlug schien der Herr Uniform betroffen von der Schönheit der Dame und ihren etwas männlichen mutigen Zügen sie nur noch ehrfurchtsvoller zu betrachten dem klaren Blick des jungen Goldschmieds entging dies nicht getrost dass wenigstens in diesem gefährlichen Augenblick keine Entdeckung zu fürchten sei ergriff er die Feder und schrieb an seinen vermeintlichen Gemahl nach einer Form wie er sie einst in einem alten Buche gelesen er schrieb mein Herr und Gemahl ich unglückliche Frau bin auf meiner Reise mitten in der Nacht plötzlich angehalten worden und zwar von denen ich keine gute Absicht zutrauen kann sie werden mich so lange zurückhalten bis sie Herr Graf die Summe von 20.000 Gulden für mich niedergelegt haben die Bedingung ist dabei dass sie nicht dem mindesten über die Sache sich bei der Obrigkeit beschweren noch ihre Hilfe nachsuchen dass sie das Geld durch einen einzelnen Mann in die Wald Schenke im Spessart schicken widrigenfalls ist mir mit längerer ihre unglückliche Gemahlin er reichte den merkwürdigen Brief dem Anführer der Räuber der ihn durchlas und billigte es kommt nun ganz auf ihre Bestimmung an fuhr fort ob sie ihre Kammerfrau oder ihren Jäger zur Begleitung wählen werden die eine dieser Personen werde ich mit dem Brief an ihren Herrn Gemahl zuschicken der Jäger und dieser Herr hier werden mich begleiten antwortete Felix gut entgegnete jener indem er an die Türe ging und die Kammerfrau herbeirief so unterrichten sie diese Frau was sie zu tun habe die Kammerfrau erschien mit Zittern und Beben auch Felix erblasste wenn er bedachte wie leicht er sich auch jetzt wieder verraten könnte doch ein unbegreiflicher Mut der ihn in jenen gefährlichen Augenblicken stärkte gab ihm auch jetzt wieder seine Reden ein ich habe dir nichts weiter aufzutragen sprach er als dass du den Grafen bittest mich so bald als möglich aus dieser unglücklichen Lage zu reißen und fuhr der Räuber fort dass sie dem Herrn Grafen aufs genaueste und ausdrücklichste empfehlen dass er alles Verschweigung nichts gegen uns unternehme bis seine Gemahlin in seinen Händen ist unsere Kundschafter würden uns bald genug davon unterrichten und ich möchte dann für nichts die zitternde Kammerfrau versprach alles es wurde ihr noch befohlen einige Kleidungsstücke und Linnenzeug für die Frau Gräfin in ein Bündel zu packen weil man sich nicht mit vielem Gepäck beladen könne und als dies geschehen war forderte der Anführer der Räuber die Dame mit einer Verbeugung auf ihm zu folgen Felix stand auf der Jäger und der Student folgten ihm und alle drei stiegen begleitet von dem Anführer der Räuber die Treppe hinab vor der Waldschenke standen viele Pferde eines wurde dem Jäger angewiesen ein anderes ein schönes kleines Tier mit einem Damsattel versehen stand für die Gräfin bereit ein drittes gab man dem Studenten der Hauptmann hob den jungen Goldschmidt in den Sattel schnallte ihn fest und bestieg dann selbst sein Ross er stellte sich zur rechten der Dame auf zur linken hielt einer der Räuber auf gleiche Weise waren auch der Jäger und der Student umgeben nachdem sich auch die übrige Bande zu Pferde gesetzt hatte gab der Anführer mit einer helltönenden Pfeife das Zeichen zum Aufbruch und bald war die ganze Schar im Walde verschwunden Die Gesellschaft die im oberen Zimmer versammelt war erholte sich nach diesem Auftritt allmählich von ihrem Schrecken sie wären wie es nach großem Unglück oder plötzlicher Gefahr zu geschehen pflegt vielleicht sogar heiter gewesen hätte sie nicht der Gedanke an ihre drei Fährten beschäftigt die man vor ihren Augen hinweg geführt hatte aus und die Gräfin vergoss Tränen der Rührung wenn sie bedachte dass sie einem Menschen so unendlich viel zu verdanken habe dem sie nie zuvor Gutes getan den sie nicht einmal kannte ein Trost war es für alle dass der hellenmütige Jäger und der wackere Studentin begleitet hatten konnten sie ihn doch trösten wenn der junge Mann sich unglücklich fühlte ja der Gedanke lag nicht gar zu ferne dass der verschlagene Weidmann vielleicht Mittel zu ihrer Flucht finden könnte sie berieten sich noch miteinander was zu tun sei die Gräfin beschloss da sie ja kein Schwur gegen den Räuber Binde sogleich zu ihrem Gemahl zurück zu reisen und alles aufzubieten den Aufenthalt der Gefangenen zu entdecken und sie zu befreien der Vormann versprach nach Aschaffenburg zu reiten und die Gerichte zur Verfolgung der Räuber anzurufen der Zirkelschmied aber wollte seine Reise fortsetzen die Reisenden wurden in der Nacht nicht mehr beunruhigt Totenstille herrschte in der Waldschenke die noch vor kurzem der Schauplatz so schrecklicher Szenen gewesen war als aber morgen die Bediensteten der Gräfin zu der Wirtin hinab ging um alles zur Abfahrt fertig zu machen kehrten sie schnell zurück und berichteten dass sie die Wirtin und ihr Gesinde in elendem Zustande gefunden hätte sie lägen gebunden in der Schenke und flehten um Beistand die Reisenden sahen sich bei dieser Nachricht erstaunt an wie rief der Zirkelschmied so sollten diese Leute dennoch unschuldig sein so hätten wir ihnen Unrecht getan und sie ständen nicht im Einverständnis mit den Räubern Ich lasse mich aufhängen statt ihrer erwiderte der Fuhrmann wenn wir nicht dennoch recht hatten dies ist alles nur Betrug um nicht überwiesen werden zu können Erinnert ihr euch nicht der verdächtigen Mähnen dieser Wirtschaft Erinnert ihr euch nicht als ich hinabgehen wollte wie mich der abgerichtete Hund nicht losließ wie die Wirtin und der Hausknecht sogleich erschienen und mürrisch fragten was sich denn noch zu tun hätte doch sie sind unser wenigstens der Frau Gräfin Glück hätte es in der Schenke weniger verdächtig ausgesehen hätte uns die Wirtin nicht so misstrauisch gemacht wir wären nicht zusammengestanden wären nicht wach geblieben die Räuber hätten uns überfallen im Schlafe hätten zum wenigstens unsere Türe bewacht und diese Verwechslung des braven jungen Burschen wäre nimmer möglich geworden sie stimmten mit der Meinung des Fuhrmanns alle überein und beschlossen auch die Wirtin und ihr Gesinde bei der Obrigkeit anzugeben doch um sie desto sicherer zu machen wollten sie sich jetzt nichts merken lassen die Bediensteten und der Fuhrmann gingen da hinab in das Schenkzimmer lösten die Bande der Diebeshele auf und bezeugten sich so mitleidig und bedauernd als möglich um ihre Gäste noch mehr zu versöhnen machte die Wirtin nur eine kleine Rechnung für jeden und lud sie ein recht bald wieder zu kommen der Fuhrmann zahlte seine Zeche nahm von seinen Leidensgenossen Abschied und fuhr seine Straße nach diesem machten sich die beiden Handwerksburschen auf den Weg so leicht das Bündel des Goldschmieds war so drückte es doch die zarte Dame nicht wenig aber noch viel schwerer wurde ihr ums Herz als unter der Haustüre die Wirtin ihre verbrecherische Hand hinstreckte um Abschied zu nehmen was seid ihr doch ein junges Blut rief sie beim Abschied des zarten Jungen noch so jung und schon in die Welt hinaus ihr seid gewiss ein verdorbenes Kräutlein das der Meister aus der Werkstatt jagte nun was geht es mich an schenket mir die Ehre bei der Heimkehr glückliche Reise die Gräfin wagte vor Angst und Beben nicht zu antworten sie fürchtete sich durch ihre zarte Stimme zu verraten der Zirkelschmied merkte es nahm seinen Gefährten unter den Arm sagte der Wirtin Ade und stimmte ein lustiges Lied an während er dem Walde zuschritt jetzt erst bin ich in Sicherheit rief die Gräfin als sie etwa hundert Schritte entfernt waren noch immer glaubte ich die Frau werde mich erkennen und durch ihre Knechte festnehmen wie will ich euch allen danken kommt auch ihr mit auf mein Schloss ihr müsst doch euren Reisegenossen bei mir wieder abholen der Zirkelschmied sagte zu und während sie noch sprachen kam der Wagen der Greif in ihnen nachgefahren schnell wurde die Türe geöffnet die Dame schlüpfte hinein grüßte den jungen Handwerksburschen noch einmal und der Wagen fuhr weiter um dieselbe Zeit hatten die Räuber und ihre Gefangenen den Lagerplatz der Bande erreicht sie Mit ihren Gefangenen wechselten sie kein Wort auch unter sich flüsterten sie nur zuweilen wenn die Richtung des Weges sich veränderte Vor einer tiefen Waldschlucht machte man endlich Halt Die Räuber saßen ab und ihr Anführer hob den Goldarbeiter vom Pferd indem er sich für den harten und eiligen Ritt entschuldigte und fragte ob die gnädige Frau nicht gar zu sehr angegriffen sei Es ging einen steilen Abhang hinab Der Fußpfad welcher hinunter führte war so schmal und abschüssig dass der Anführer oft seine Dame unterstützen musste um sie vor der Gefahr hinab zu stürzen zu bewahren Endlich langte man unten an Felix sah vor sich beim mattenscheine des anbrechenden Morgens ein enges kleines Tal von höchstens hundert Schritten im Umfang das tief in einem lag Etwa sechs bis acht kleine Hütten waren in dieser Schlucht aus Brettern und abgehauenen Bäumen aufgebaut Einige schmutzige Weiber schauten neugierig aus diesen Höhlen hervor und ein Rudel von zwölf großen Hunden und ihren unzähligen Jungen umsprang heulend und bellend die Ankommenden Der Hauptmann führte die vermeintliche Gräfin in die Beste dieser Hütten und sagte ihr diese sei ausschließlich zu ihrem Gebrauch bestimmt Auch erlaubte ihr auf Felixes Verlangen dass der Jäger und der Student zu ihm gelassen wurden Die Hütte war mit Rehfällen und Matten ausgelegt die zugleich zum Fußboden und zum Sitzen dienen mussten Einige Krüge und Schüsseln aus Holz geschnitzt eine alte Jagdflinte und in der hintersten Ecke ein Lager aus ein paar Brettern gezimmert und mit wollenen Decken bekleidet welchen man den Namen eines Bettes nicht geben konnte waren die einzigen Geräte dieses gräflichen Palastes Jetzt erst allein gelassen in dieser elenden Hütte hatten die drei Gefangenen Zeit über ihre sonderbare Lage nachzudenken Felix der zwar seine edelmütige Handlung keinen Augenblick bereute aber doch für seine Zukunft im Falle einer Entdeckung bange war wollte sich in lautem Klagen Luft machen Der Jäger aber rückte ihm schnell näher und flüsterte ihm zu sei um Gottes Willen stille lieber Junge glaubst du denn nicht dass man uns beheucht Aus jedem Wort aus dem Ton deiner Sprache könnten sie Verdacht schöpfen setzte der Student hinzu dem armen Felix blieb nichts übrig als stille zu weinen glaubt mir Herr Jäger sagte er ich weine nicht aus Angst vor diesen Räubern oder aus Furcht vor dieser elenden Hütte nein es ist ein ganz anderer Kummer der mich drückt vielleicht kann die Gräfin vergessen was ich ihr noch schnell sagte und dann hält man mich für einen Dieb und ich bin elend auf immer aber was ist es denn was dich so ängstigt fragte der Jäger verwundert über das Benehmen des jungen Menschen der sich bisher so mutig und stark betragen hatte höre zu und ihr werdet mir recht geben antwortete Felix mein Vater war ein geschickter Goldarbeiter in Nürnberg und meine Mutter hatte früher bei einer vornehmen Frau gedient als Kammerfrau und als sie meinen Vater heiratete wurde sie von der Gräfin welche sie gedient hatte trefflich ausgestattet diese blieb meinen Eltern immer gewogen und als ich auf die Welt kam wurde sie meine Pate und beschenkte mich reichlich aber als meine Eltern bald nacheinander an einer Seuche starben und ich ganz allein und verlassen in der Welt stand und ins Waisenhaus gebracht werden sollte da vernahm die Frau Pate unser Unglück nahm sich meiner an und gab mich in ein Erziehungshaus und als ich alt genug war schrieb sie mir ob ich nicht des Vaters Gewerbe lernen wollte ich war froh darüber und sagte zu und so gab sie mich meinem Meister in Würzburg in die Lehre ich hatte geschickt zur Arbeit und brachte es bald so weit dass mir der Lehrbrief ausgestellt wurde und ich auf die Wanderschaft mich rüsten konnte dies schrieb ich der Frau Pate und flugs antwortete sie dass sie das Geld zur Wanderschaft gebe dabei schickte sie prachtvolle Steine mit und verlangte ich solle sie fassen zu einem schönen Geschmeide ich solle dann solches als Probe meiner Geschicklichkeit selbst überbringen und das Reisegeld in Empfang nehmen meine Frau Pate habe ich in meinem Leben nicht gesehen und ihr könne denken wie ich mich auf sie freute Tag und Nacht arbeitete ich an dem Schmuck er wurde so schön und zierlich dass selbst der Meister darüber staunte als es fertig war packte ich alles sorgfältig auf den Boden meines Renzels nahm Abschied vom Meister und wanderte meine Straße nach dem Schlosse der Frau Pate und da kam fuhr in Tränen ausbrechend fort diese schrecklichen Menschen nun zerstörten all meine Hoffnung denn wenn eure Frau Gräfin den Schmuck verliert oder vergisst was sie hier sagte und das schlechte Ränzchen wegwirft wie soll ich dann vor meine gnädige Frau Pate treten mit was soll ich mich ausweisen woher die Steine ersetzen und das Reisegeld ist dann auch verloren und ich erscheine als ein undankbarer Mensch der anvertrautes Gut so leichtfertig weggegeben und am Ende wird man mir glauben wenn ich den wunderbaren Vorfall erzähle über das Letztere sei getrost erwiderte der Jäger ich glaube nicht dass bei der Frau Gräfe neuer Schmuck verloren gehen kann und wenn doch so wird sie sicherlich ihn ihrem Retter wieder erstatten und ein Zeugnis über diese Vorfälle ausstellen wir verlassen euch jetzt auf einige Stunden denn wahrhaftig wir brauchen Schlaf und nach den Anstrengungen dieser Nacht werdet ihr ihn auch nötig haben nachher lasst uns im Gespräch unser Unglück auf Augenblicke vergessen oder besser noch auf unsere Flucht denken sie ging Felix blieb allein zurück und versuchte dem Rat des Jägers zu folgen als nach einigen Stunden der Jäger mit dem Studenten zurückkam fand er seinen jungen Freund gestärkter und munterer als zuvor er erzählte dem Goldschmied dass ihm der Hauptmann alle Sorgfalt für die Dame empfohlen habe und in wenigen Minuten werde eines der Weiber die sie unter den Hütten gesehen haben der gnädigen Gräfin Kaffee bringen und ihre Dienste zur Aufwartung anbieten sie beschlossen um ungestört zu sein diese Gefälligkeit nicht anzunehmen und als das alte hässliche Zigeunerweid kam das Frühstück versetzte und mit grinsender Freundlichkeit fragte ob sie nicht sonst noch zu Diensten sein scheuchte sie der Jäger aus der Hütte Der Student erzählte dann weiter was sie sonst noch von dem Lager der Räuber gesehen Die Hütte die ihr bewohnt schönste Frau Gräfin sprach er scheint ursprünglich für den Hauptmann bestimmt sie ist nicht so geräumig aber schöner als die übrigen außer dieser sind noch sechs andere da in welchen die Weiber und Kinder wohnen denn von den Räubern sind selten mehr als sechs zu hause einer steht nicht weit von dieser Hütte wache der andere unten am Weg in der Höhe und ein dritter hat den lauerposten oben am Eingang in der Schlucht von zwei zu zwei Stunden werden sie von den drei übrigen abgelöst jeder hat überdies zwei große Hunde neben sich liegen und sie sind alle so wachsam dass stehen können machet mich nicht traurig ich bin nach dem Schlummer mutiger geworden entgegnete Felix gebet nicht alle Hoffnung auf und fürchtet ihr verrat so lasst uns lieber jetzt von etwas anderem reden und nicht lange voraus schon kummervoll sein Herr Studentin der Schenke habt ihr angefangen etwas zu erzählen fahrt jetzt fort denn wir haben Zeit zum Plaudern kann ich mich doch kaum erinnern was es war antwortete der junge Mann ihr erzählt die sage von dem kalten herz und seid stehen geblieben wie der wirt und der andere spieler den kohlenpeter aus der türe werfen ach gut ich entsinne mich jetzt wieder entgegnete er nun wenn ihr weiter hören wollet will ich fortfahren das kalte herz zweite abteilung als peter montagmorgen in seine glashütte ging da waren nicht nur seine arbeiter da sondern auch andere leute die man nicht gerne sieht nämlich der amtmann und drei gerichtsdiener der amtmann wünschte peter einen guten morgen fragte wie er geschlafen und zog dann ein langes register heraus und darauf waren peters gläubiger verzeichnet könnt ihr zahlen oder nicht fragte der amtmann mit strengem blick und macht es nur kurz denn ich habe nicht viel zeit zu versäumen und in den türm ist es drei gute stunden da verzagte peter gestand dass er nichts mehr habe und überließ es dem amtmann haus hof hitte stall wagen und pferde zu schätzen und als die gerichtsdiener und der amtmann umher ging und prüften und schätzten dachte er bis zum tannbühl ist's nicht weit hat mir der kleine nicht geholfen so will ich es einmal mit dem großen versuchen er lief dem tannbühl zu so schnell als ob die gerichtsdiener ihm auf den fersen wären es weinen als er an dem platz vorbeirannte wo er das glasmännlein zuerst gesprochen als halte ihn eine unsichtbare hand auf aber er riss sich los und lief weiter bis an die grenze doch schon der riesengroße flitzer mit seiner stange vor ihm stand kommst du sprach dieser lachend haben sie dir die haut abziehen und deinen gläubigern verkaufen wollen sei ruhig dein ganzer jammer kommt wie gesagt von dem kleinen glasmännlein von dem separatisten und frömmler her wenn man schenkt muss man gleich recht schenken und nicht wie dieser knauser doch komm folge mir mein haus dort wollen wir sehen ob wir handelseinig würden handelseinig dachte peter was kann er von mir verlangen was kann ich an ihn verhandeln soll ich ihm etwa dienen oder was will er sie gingen zuerst über einen steilen waldsteig hinan und standen dann mit einem mal an einer dunklen tiefen abschlüssigen schlucht holländer michiel sprang den felsen hinab wie wenn es eine sanfte marmortreppe wäre aber bald wäre peter in ohnmacht gesunken denn als jener unten angekommen war machte er sich so groß wie ein kirchturm und reichte ihm einen arm so lang als ein weberbaum und eine hand daran so breit als der tisch im wortshaus und rief rief mit einer stimme die heraufschalte wie eine tiefe toten glocke setz dich nur auf meine hand und halte dich an den fingern so wirst du nicht fallen peter tat zitternd wie jener befohlen nahm platz auf der hand und hielt sich am daumen des riesen es ging weit und tief hinab aber dennoch ward es zu peters verwunderung nicht dunkler im gegenteil die tageshelle schien sogar zuzunehmen in der schlucht aber er konnte sie lange in den augen nicht ertragen der holländer michiel hatte sich je weiter peter herab kam wieder kleiner gemacht und stand nun in seiner früheren gestalt vor einem haus so gering oder gut als es reiche bauern auf dem schwarzwald haben die stube worin peter geführt wurde unterschied sich durch nichts von den stuben anderer leute als dadurch dass sie einsam schien die hölzerne wanduhr der ungeheure kachel ofen die breiten bänke die gerätschaften auf den gesimsen waren hier wie überall michel wies ihm einen platz hinter dem großen tisch an ging dann hinaus und kam bald mit einem krug wein und gläsern wieder er goß ein und nun schwatzten sie und und holländer michel erzählte von den freuden der welt von fremden ländern schönstädten und flüssen dass peter am ende große sehnsucht danach bekommt dies auch offen dem holländer sagte als der amtmann kam dich aus dem haus zu werfen was sag an was hat dir weh getan mein herz sprach peter indem er die hand auf die pochende brust presste denn es war ihm als ob sein herz sich ängstlich hin und her wendete du hast nimm es mir nicht übel hundert gulden an schlechte bettler und anderes gesündel weggeworfen was hat es dir genützt sie haben dir dafür segen und einen gesunden leib gewünscht ja bist du deswegen gesünder geworden um die hälfte des verschleuderten Geldes hättest du einen arzt gehalten segen ja ein schöner segen wenn man ausgepfändet und ausgestoßen wird und was war es das dich getrieben in die tasche zu fahren so oft dein bettelmann seinen zerlumpten hut hinstreckte dein herz auch wieder dein herz und weder deine augen noch deine zunge deine beine noch deine arme sondern dein herz du hast dir wie es wie man richtig sagt zu sehr zu herzen genommen aber wie kann man es sich denn angewöhnen dass es nicht mehr so ist ich gebe mir jetzt alle mühe es zu unterdrücken und dennoch pocht mein herz und tut mir weh du freilich rief jener mit lachen du 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 Ding, und du wirst sehen, wie gut du es dann hast.« »Euch, mein Herz«, schrie Peter mit Entsetzen, »da müsste ich ja sterben, auf der Stelle, nimmermehr.« »Ja, wenn dir einer, euer Herrenchirurgen, das Herz aus dem Leibe operieren wollte, da müsstest du wohl sterben. Bei mir ist dies ein anderes Ding. Doch komm herein und überzeuge dich selbst.« Er stand bei diesen Worten auf, öffnete eine Kammertüre und führte Peter hinein. Sein Herz zog sich krampfhaft zusammen, als er über die Schwelle trat, aber er achtete es nicht, denn der Anblick, der sich ihm bot, war sonderbar und überraschend. Auf mehreren Gesümsen von Holz standen Gläser mit durchsichtiger Flüssigkeit gefüllt, und in jedem dieser Gläser lag ein Herz. Auch waren an den Gläsern Zettel angeklebt und Namen darauf geschrieben, die Peter neugierig las. Da war das Herz des Amtmanns in E, das Herz des dicken Ezechiel, das Herz des Tanzbodenkönigs, das Herz des Omaförsters. Da waren sechs Herzen von Kornwucherern, acht von Werbeoffizieren, drei von Geldmaklern, kurz, es war eine Sammlung der angesehensten Herzen in der Umgebung von zwanzig Stunden. »Schau«, sprach Holländer Michiel, »diese alle haben des Lebens Ängste und Sorgen weggeworfen. Keines dieser Herzen schlägt mehr ängstlich und besorgt, und ihre ehemaligen Besitzer finden sich wohl dabei, dass sie den unruhigen Gast aus dem Hause haben.« »Aber was tragen Sie denn jetzt dafür in der Brust?«, fragte Peter, den dies alles, was er gesehen, beinahe schwindeln machte. »Dies«, antwortete jener und reichte ihm aus seinem Schubfach ein steinernes Herz. »So«, erwiderte er und konnte sich eines Schauers, der ihm über die Haut ging, nicht erwehren. »Ein Herz von Marmelstein? Aber horch einmal, Herr Holländer Michiel, das muss doch gar kalt sein in der Brust.« »Freilich, aber ganz angenehm kühl. Warum soll denn ein Herz warm sein? Im Winter nützt dir die Warme nichts, da hilft ein guter Kirschgeist mehr als ein warmes Herz, und im Sommer, wenn alles schwül und heiß ist, du glaubst nicht, wie dann ein solches Herz abkühlt. Und wie gesagt, weder Angst noch Schrecken, weder törichtes Mitleiden noch anderer Jammer pocht an solch ein Herz. »Und das ist alles, was ihr mir geben könnt?« fragte Peter unmutig. »Ich hoffe auf Geld, und ihr wollet mir einen Stein geben.« »Nun, ich denke, an hunderttausend Gulden hättest du fürs Erste genug. Wenn du es geschickt umtreibst, kannst du bald ein Millionär werden.« »Hunderttausend«, rief der arme Köhler freudig, »nun poche doch nicht so ungestüm in meiner Brust. Wir werden bald fertig sein miteinander. Gut, Michiel, gib mir den Stein und das Geld, und die Unruh könnt ihr aus dem Gehäuse nehmen.« »Ich dachte doch, dass du ein vernünftiger Bursche seist«, antwortete der Holländer freundlich lächelnd. »Komm, lass uns noch eins trinken, und dann will ich das Geld auszahlen.« So setzten sie sich wieder in die Stube zum Wein, tranken und tranken wieder, bis Peter in einen tiefen Schlaf verfiel. Kohlenmunk Peter erwachte beim fröhlichen Schmettern eines Posthorns, und siehe da, er saß in einem schönen Wagen, fuhr auf einer breiten Straße dahin, und als er sich aus dem Wagen bog, sah in blauer Ferne hinter sich den Schwarzwald liegen. Anfänglich wollte er gar nicht glauben, dass er es selbst sei, der in diesem Wagen sitze, denn auch seine Kleider waren nicht mehr dieselben, die er gestern getragen. Aber er erinnerte sich doch an alles so deutlich, dass er endlich seinen Nachsinnen aufgab und rief, »Der Kohlenmunk Peter bin ich, das ist ausgemacht und kein anderer.« Er wunderte sich über sich selbst, dass er gar nicht wehmütig werden konnte, als er jetzt zum ersten Mal aus der stillen Heimat, aus den Wäldern, wo er so lange gelebt, auszog. Selbst nicht, als er an seine Mutter dachte, die jetzt wohl hilflos und im Elend saß, konnte er eine Träne aus dem Auge pressen oder nur seufzen. Denn es war ihm alles so gleichgültig. »Ach, freilich«, sagte er dann, »tränen und seufzer, ein Weh und Wehmut kommen mir aus dem Herzen, und dank dem Hollenemichil, das meine ist kalt und von Stein.« Er legte seine Hand auf die Brust, und es war ganz ruhig dort und rührte sich nichts. »Wenn er mit den Hunderttausenden so gut Wort hielt wie mit dem Herz, so soll es mich freuen«, sprach er und fing an, seinen Wagen zu untersuchen. Er fand Kleidungsstücke von aller Art, wie er sie nur wünschen konnte, aber kein Geld. Endlich stieß er auf eine Tasche und fand viele tausend Taler in Gold und Scheinen auf Handlungshäuser in allen großen Städten. »Jetzt hab ich's, wie ich's wollte«, dachte er, setzte sich bequem in die Ecke des Wagens und fuhr in die weite Welt. Er fuhr zwei Jahre in der Welt umher und schaute aus seinem Wagen links und rechts an den Häusern hinauf, schaute, wenn er nicht anhielt, nichts als das Schild seines Wirtshauses an, lief dann in der Stadt umher und ließ sich die schönsten Merkwürdigkeiten zeigen. Aber es freute ihn nichts, kein Bild, kein Haus, keine Musik, kein Tanz, sein Herz war von Stein und nahm an nichts Anteil, und seine Augen, seine Ohren waren abgestumpft für alles Schöne. Nichts war ihm mehr geblieben als die Freude an Essen und Trinken und der Schlaf. Und so lebte er, indem er ohne Zweck durch die Welt reiste, zu seiner Unterhaltung speiste und aus Langweile schlief. Hier und da erinnerte er sich zwar, dass er fröhlicher, glücklicher gewesen sei, als er noch arm war und arbeiten musste, um sein Leben zu fristen. Da hatte ihn jede schöne Aussicht ins Tal, Musik und Gesang hatten ihn ergürzt, da hatte er sich stundenlang auf die einfache Kost, die ihm die Mutter zu dem Meiler bringen sollte, gefreut. Wenn er so über die Vergangenheit nachdachte, so kam es ihm ganz sonderbar vor, dass er jetzt nicht einmal lachen konnte, und sonst hatte er über den kleinsten Scherz gelacht. Wenn andere lachten, so verzog er nur aus Höflichkeit den Mund, aber sein Herz lächelte nicht mit. Er fühlte dann, dass er zwar überaus ruhig sei, aber zufrieden fühlte er sich doch nicht. Es war nicht Heimweh oder Wehmut, sondern öde, Überdruss, freudenloses Leben, was ihn endlich wieder zur Heimat trieb. Als er von Straßburg herüberfuhr und den dunklen Wald seiner Heimat erblickte, als er zum ersten Mal wieder jene kräftigen Gestalten, jene freundlichen, treuen Gesichter der Schwarzwälder sah, als sein Ohr die heimatlichen Klänge stark, tief, aber wohltönend vernahm, da fühlte er schnell an sein Herz. Denn sein Blut wallte stärker, und er glaubte, er müsse sich freuen und müsse weinen zugleich. Aber wie konnte er nur so töricht sein? Er hatte ja ein Herz von Steinen, und Steine sind tot und lächeln und weinen nicht. Sein erster Gang war zum Holländer Michiel, der ihn mit aller Freundlichkeit aufnahm. Michiel, sagte er zu ihm, gereist bin ich nun und habe alles gesehen, ist aber alles dummes Zeug, und ich hatte nur Langweile. Überhaupt, euer steinernes Ding, das ich in der Brust trage, schützt mich zwar vor manchem, ich erzürne mich nie, bin nie traurig, aber ich freue mich auch nie, und es ist mir, als wenn ich nur halb lebe. Könnt ihr das Steinherz nicht ein wenig beweglicher machen? Oder gebt mir lieber mein altes Herz? Ich hatte mich in 25 Jahren daran gewöhnt, und wenn es zuweilen auch einen dummen Streich machte, so war es doch ein munteres und ein fröhliches Herz. Der Waldgeist lachte grimmig und bitter. Wenn du einmal tot bist, Peter Monk, antwortete er, dann soll es dir nicht fehlen, dann sollst du dein weiches, rührbares Herz wiederhaben, und du kannst dann fühlen, was kommt, Freude oder Leid. Aber hier oben kann es nicht mehr dein werden. Doch, Peter, gereist bist du wohl, aber so wie du lebtest, konnte es dir nichts nützen. Setze dich jetzt hier irgendwo im Wald, baue ein Haus, heirate, treibe dein Vermögen um, es hat dir nur an Arbeit gefehlt. Weil du müßig warst, hattest du Langweile, und schiebst jetzt alles auf dieses unschuldige Herz. Peter sah ein, dass Michiel recht habe, was den Müßiggang beträfe, und nahm sich vor, reich und immer reicher zu werden. Michiel schenkte ihm noch einmal hunderttausend Gulden und entließ ihn als seinen guten Freund. Bald vernahm man im Schwarzwald die Meere, der Kohlenmunk Peter oder Spielpeter sei wieder da und noch viel reicher als zuvor. Es ging auch jetzt wie immer. Als er am Bettelstab war, wurde er in der Sonne zur Türe hinausgeworfen, und als er jetzt an einem Sonntagnachmittag seinen ersten Einzug dort hielt, schüttelten sie ihm die Hand, lobten sein Pferd, fragten nach seiner Reise, und als er wieder mit dem dicken Esechiel um harte Thaler spielte, stand er in der Achtung so hoch als je. Er trieb jetzt aber nicht mehr das Glashandwerk, sondern den Holzhandel, aber nur zum Schein. Sein Hauptgeschäft war, mit Korn und Geld zu handeln. Der halbe Schwarzwald wurde ihm nach und nach schuldig. Aber er lieh Geld nur auf zehn Prozente aus, oder verkaufte Korn an die Armen, die nicht gleich zahlen konnten, um den dreifachen Wert. Mit dem Amtmann stand er jetzt in enger Freundschaft, und wenn einer Herrn Peter Munk nicht auf den Tag bezahlte, so ritt der Amtmann mit seinen Schergen hinaus, schätzte Haus und Hof, verkaufte flugs und trieb Vater, Mutter und Kind in den Wald. Anfangs machte dies dem reichen Peter einige Unlust, denn die armen Ausgepfändeten belagerten dann haufenweise seine Türe, die Männer flehten um Nachsicht, die Weiber suchten, das steinerne Herz zu erweichen, und die Kinder winselten um ein Stücklein Brot. Als er sich aber ein paar tüchtige Fleischerhunde angeschafft hatte, hörte diese Katzenmusik, wie er es nannte, bald auf. Er pfiff und hetzte, und die Bettelleute flogen schreiend auseinander. Am meisten Beschwerde machte ihm das alte Weib. Das war bei niemand anders als Frau Munkin, Peters Mutter. Sie war in Not und Elend geraten, als man ihr Haus und Hof verkauft hatte, und ihr Sohn, als er reich zurückgekehrt war, hatte nicht mehr nach ihr umgesehen. Da kam sie nun zuweilen, alt, schwach und gebrechlich, an einem Stock vor das Haus. Hinein wagte sie sich nimmer, denn er hatte sie einmal weggejagt. Aber es tat ihr wehe, von den Guttaten anderer Menschen leben zu müssen, da der eigene Sohn ihr ein sorgenloses Alter hätte bereiten können. Aber das kalte Herz wurde nimmer gerührt von dem Anblicke der bleichen, wohlbekannten Züge, von den bittenden Blicken, von der welken, ausgestreckten Hand, von der hinfälligen Gestalt. Mürrisch zog er, wenn sie sonnabends an die Türe pochte, einen Sechsbätzner hervor, schlug ihn in ein Papier und ließ ihn hinausreichen durch einen Knecht. Er vernahm ihre zitternde Stimme, wenn sie dankte und wünschte, es möge ihm wohlgehen auf Erden. Er hörte sie hüstelnd von der Türe schleichen, aber er dachte weiter nicht mehr daran, als dass er wieder Sechsbatzen umsonst ausgegeben. Endlich kam Peter auch auf den Gedanken, zu heiraten. Er wusste, dass im ganzen Schwarzwald jeder Vater ihm gerne seine Tochter geben werde. Aber er war schwierig in seiner Wahl, denn er wollte, dass man auch hierin sein Glück und sein Verstand preisen sollte. Daher ritt er umher im ganzen Wald, schaute hier, schaute dort, und keine der schönen Schwarzwälderinnen deuchte ihm schön genug. Endlich, nachdem er auf allen Tanzböden umsonst nach der schönsten Ausschau gehalten hatte, hörte er eines Tages die schöne und tugendsamste im ganzen Welt seines Armholzbauers Tochter. Sie lebe still und für sich, besorge geschickt und emsig ihres Vaters Haus und lasse sich nie auf dem Tanzboden sehen, nicht einmal zu Pfingsten oder Kirmes. Als Peter von diesem Wunder des Schwarzwaldes hörte, beschloss er, um sie zu werben, und ritt nach der Hütte, die man ihm bezeichnet hatte. Der Vater der schönen Lisbeth empfing den vornehmen Herrn mit Staunen und verstaunte noch mehr, als er hörte, es sei dies der reiche Herr Peter, und er wolle sein Schwiegersohn werden. Er besonn sich auch nicht lange, denn er meinte, all seine Sorge und Armut werden nun ein Ende haben, sagte zu, ohne die schöne Lisbeth zu fragen, und das gute Kind war so folgsam, dass sie ohne Widerrede Frau Peter-Munkin wurde. Aber es wurde der Arm nicht so gut, als sie sich geträumt hatte. Sie glaubte ihr Hauswesen wohl zu verstehen, aber sie konnte Herrn Peter nichts zu Dank machen. Sie hatte Mitleiden mit den armen Leuten, und da ihr Eheherr reich war, dachte sie, es sei keine Sünde, einem armen Bettelweib einen Pfennig oder einem alten Mann einen Schnaps zu reichen. Aber als Herr Peter dies eines Tages merkte, sprach er mit zurnenden Blicken und rauer Stimme, »Warum verschleuderst du mein Vermögen an Lumpen und Straßenläufer? Hast du was mitgebracht ins Haus, das du wegschenken könntest? Mit deines Vaters Bettelstab kann man keine Suppe wärmen, und wirfst das Geld aus wie eine Fürstin? Noch einmal lass dich betreten, so sollst du meine Hand fühlen.« Die schöne Lisbeth weinte in ihrer Kammer über den harten Sinn ihres Mannes, und sie wünschte oft, lieber heim zu sein in ihres Vaters ärmlicher Hütte, als bei dem reichen, aber geizigen, hartherzigen Peter zu Hausen. Ach, hätte sie gewusst, dass ein Herz von Marmor habe und weder sie noch irgendeinen Menschen lieben könne, so hätte sie sich wohl nicht gewundert. So oft sie aber jetzt unter der Türe saß, und es ging ein Bettelmann vorüber und zog den Hut und hob an seinen Spruch, so drückte sie die Augen zu, das Elend nicht zu schauen. Sie ballte die Hand fester, damit sie nicht unwillkürlich in die Tasche fahre, ein Kreuzerlein herauszulangen. So kam es, dass die schöne Lisbeth im ganzen Wald verschrien wurde, und es hieß, sie seien noch geiziger als Peter Munk. Aber eines Tages saß Frau Lisbeth wieder vor dem Haus und spann, und murmelte ein Liedchen dazu. Denn sie war munter, weil es schönes Wetter und Herr Peter ausgeritten war, überfällt. Da kommt ein altes Männlein des Weges daher, das trägt einen großen, schweren Sack, und sie hört es schon von weitem Keuchen. Teilnehmend zieht ihm Frau Lisbeth zu und denkt, einem so alten, kleinen Mann sollte man nicht mehr so schwer aufladen. Indes keucht und wankt das Männlein heran, und als es gegenüber von Frau Lisbeth war, brach es unter dem Sackel beinahe zusammen. »Ach, habt die Barmherzigkeit, Frau, und reichet mir nur einen Trunk Wasser«, sprach das Männlein. »Ich kam nicht weiter, muss Elend verschmachten.« »Aber ihr solltet in eurem Alter nicht mehr so schwer tragen«, sagte Frau Lisbeth. »Ja, wenn ich nicht boten gehen müsste, der Armut halber, und um mein Leben zu fristen«, antwortete er, »ach, so eine reiche Frau wie ihr weiß nicht, wie wehe Armut tut und wie wohl ein frischer Trunk bei solcher Hitze.« Als sie dies hörte, eilte sie in das Haus, nahm einen Krug vom Gesims und füllte ihn mit Wasser. Doch als sie zurückkehrte und nur noch wenige Schritte von ihm war und das Männlein sah, wie es so elend und verkümmert auf dem Sack saß, da fühlte sie inniges Mitleid, bedachte, dass ja ihr Mann nicht zu Hause sei, und so stellte sie den Wasserkrug beiseite, nahm einen Becher und füllte ihn mit Wein, legte ein gutes Roggenbrot darauf und brachte es dem Alten. »So, und ein Schluck Wein mag euch besser fromm als Wasser, da ihr schon gar so alt seid«, sprach sie, »aber trinket nicht so hastig und esset auch Brot dazu.« Das Männlein sah sie staunt an, bis große Tränen in seinen alten Augen standen. Es trank und sprach dann, »ich bin alt geworden, aber ich habe wenige Menschen gesehen, die so mitleidig wären und ihre Gaben so schön und herzlich zu spenden wüssten wie ihr, Frau Lisbeth. Aber es wird euch dafür auch recht wohlgehen auf Erden. Solch ein Herz bleibt nicht unbelohnt.« »Nein, und den Lohn soll sie zur Stelle haben«, schrie eine schreckliche Stimme, und als sie sich umsahen, war es Herr Peter mit blutrotem Gesicht. »Und sogar mein Ehrenwein gießest du aus an Bett, Leute, und meinen Mundbecher gibst du an die Lippen der Straßenläufer? Da, nimm deinen Lohn!« Frau Lisbeth stürzte zu seinen Füßen und bat um Verzeihung, aber das steinerne Herz kannte kein Mitleid. Er drehte die Peitsche um, die er in der Hand hielt, und schlug sie mit dem Handgriff von Ebenholz so heftig vor die schöne Stirn, dass sie leblos dem alten Mann in die Arme sank. Als er dies sah, war es doch als Reue in die Tat auf der Stelle, bückte sich herab, zu schauen, ob noch Leben in ihr sei. Aber das Männlein sprach mit wohlbekannter Stimme, »Gib dir keine Mühe, Kohlenpeter. Es war die schönste und lieblichste Blume im Schwarzwald, aber du hast sie zertreten, und nie mehr wird sie wieder blühen.« Da wich alles Blut aus Peters Wangen und ersprach, »Also ihr seid es, Herr Schatzhauser. Nun, was geschehen ist, ist geschehen, und es hat wohl so kommen müssen. Ich hoffe aber, ihr werdet mich nicht bei dem Gericht anzeigen als Mörder.« »Elender«, erwiderte das Glasmännlein, »was würde es mir frommen, wenn ich deine sterbliche Hülle an den Kalgen brächte. Nicht irdische Gerichte sind es, die du zu fürchten hast, sondern andere und strengere. Denn du hast deine Seele an den Bösen verkauft.« »Und ich hab ihm mein Herz verkauft«, schrie Peter, »so ist niemand daran schuld als du und deine betrügerischen Schätze. Du türkischer Geist hast mich ins Verderben geführt, mich getrieben, dass ich bei einem anderen Hilfe suchte, und auf dir liegt die ganze Verantwortung.« Aber kaum hat er dies gesagt, so wuchs und schwoll das Glasmännlein und wurde hoch und breit, und seine Augen sollen so groß gewesen sein wie Suppenteller. Und sein Mund war wie ein geheizter Backofen, und Flammen blitzten daraus hervor. Peter warf sich auf die Knie, und sein steinernes Herz schützte ihn nicht, dass nicht seine Glieder zitterten wie eine Espe. Mit Geierskrallen packte ihn der Waldgeist im Nacken, drehte ihn um wie ein Wirbelwind dürres Laub, und warf ihn dann zu Boden, dass ihm alle Rippen knackten. »Irdenwurm«, rief er mit einer Stimme, die wie der Donner rollte, »ich könnte dich zerschmettern, wenn ich wollte.« »Denn du hast gegen den Herrn des Waldes gefrebelt. Aber um dieses toten Weibeswillen, die mich gespeist und getränkt hat, gebe ich dir acht Tage Frist. Bekehrst du dich nicht zum Guten, so komme ich und zermalme dein Gebein, und du fährst hin in deinen Sünden.« Es war schon Abend, als einige Männer, die vorbeigingen, den reichen Peter Munk an der Erde liegen sahen. Sie wandten ihn hin und her und suchten, ob noch Atem in ihm sei. Aber Langeweile suchen vergebens. Endlich ging einer in das Haus und brachte Wasser herbei und besprengte ihn. Da holte Peter tief Atem, stöhnte und schlug die Augen auf, schaute lang um sich her und fragte dann nach Frau Lisbeth. Aber keiner hatte sie gesehen. Er dankte den Männern für ihre Hilfe, schlich sich in sein Haus und suchte überall. Aber Frau Lisbeth war weder im Keller noch auf dem Boden, und das, was er für einen schrecklichen Traum gehalten, war bittere Wahrheit. Wie er nun so ganz allein war, da kamen ihm sonderbare Gedanken. Er fürchtete sich von nichts, denn sein Herz war ja kalt. Aber wenn er an den Tod seiner Frau dachte, da kam ihm sein eigenes Hinscheiden in den Sinn. Und wie belastet er dahinfahren werde, schwer belastet mit Tränen der Armen, mit tausend ihrer Flüche, die sein Herz nicht erweichen konnten, mit dem Jammer der Elenden, auf die er seine Hunde gehetzt, belastet mit der stillen Verzweiflung seiner Mutter, mit dem Blute der schönen, guten Lisbeth. Und konnte er doch nicht einmal dem alten Mann, ihrem Vater, Rechenschaft geben, wenn er käme und fragte, »Wo ist meine Tochter, dein Weib?« Wie wollte er einem anderen Frage stehen, dem alle Wälder, alle Seen, alle Berge gehören und die Leben der Menschen?« Es quälte ihn auch nachts im Traume, und alle Augenblicke wachte er auf an einer süßen Stimme, die ihm zurief, »Peter, schaff dir ein wärmeres Herz!« Und wenn er erwacht war, schloss er doch schnell wieder die Augen, denn der Stimme nach musste es Frau Lisbeth sein, die ihm leise die Warnung zurief. Den anderen Tagen ging er ins Wirtshaus, um seine Gedanken zu zerstreuen, und dort traf er den Dicken Ezechiel. Er setzte sich zu ihm, sie sprachen dies und jenes, vom schönen Wetter, vom Krieg, von den Steuern und endlich auch vom Tod, und wie da und dort einer so schnell gestorben sei. Da fragte Peter den Dicken, was er denn vom Tod heilte und wie es nachher sein werde. Ezechiel antwortete ihm, dass man den Leib begrabe, die Seele aber fahre entweder auf zum Himmel oder hinab in die Hölle. »Also begräbt man das Herz auch?«, fragte der Peter gespannt. »Ei, freilich wird es auch begraben.« »Wenn aber einer sein Herz nicht mehr hat«, fuhr Peter fort. Ezechiel sah ihn bei diesen Worten schrecklich an. »Was willst du damit sagen? Willst du mich foppen? Meinst du, ich hab kein Herz?« »Oh, Herz genug, so fest wie Stein«, erwiderte Peter. Ezechiel sah ihn verwundert an, schaute sich um, ob es niemand gehört habe, und sprach dann, »Woher weißt du es? Oder pocht vielleicht das Deinige auch nicht mehr?« »Pocht nicht mehr, wenigstens nicht hier in meiner Brust«, antwortete Peter Munk. »Aber sag mir, da du jetzt weißt, was ich meine, wie wird es gehen mit unseren Herzen?« »Was kümmert dich dies, Gesell?«, fragte Ezechiel lachend. »Hast ja auf Erden voll auf zu leben, und damit genug. Das ist ja gerade das Bequeme in unseren kalten Herzen, dass uns keine Furcht befällt vor solchen Gedanken.« »Wohl wahr, aber man denkt doch daran, und wenn ich auch jetzt keine Furcht mehr kenne, so weiß ich doch wohl noch, wie sehr ich mich vor der Hölle gefürchtet, als ich noch ein kleiner, unschuldiger Knabe war.« »Nun, gut wird es uns gerade nicht gehen«, sagte Ezechiel. »Hab mal einen Schulmeister darüber gefragt. Der sagte mir, dass nach dem Tod die Herzen gewogen werden, wie schwer sie sich versündigt hätten. Die Leichten steigen auf, die Schweren senken hinab, und ich denke, unsere Steine werden ein gutes Gewicht haben.« »Ach, freilich«, erwiderte Peter, »und es ist mir selbst oft unbequem, dass mein Herz so teilnahmslos und ganz gleichgültig ist, wenn ich an solche Dinge denke.« So sprachen sie, aber in der nächsten Nacht hörte er fünf oder sechsmal die bekannte Stimme in sein Ohr lispeln, »Peter, schaff dir ein wärmeres Herz.« Er empfand keine Reue, dass er sie getötet, aber wenn er dem Gesinde sagte, seine Frau sei verreist, so dachte er immer dabei, »wohin mag sie wohl gereist sein?« Sechs Tage hatte er es so getrieben, und immer hörte er nachts diese Stimme, und immer dachte er an den Waldgeist und seine schreckliche Drohung. Aber am siebenten Morgen sprang er auf von seinem Lager und rief, »Nun ja, ich will sehen, ob ich mir ein wärmeres Herz schaffen kann, denn der gleichgültige Stein in meiner Brust macht mir das Leben nur langweilig und öde.« Er zog schnell seinen Sonntagsstart an, setzte sich auf sein Pferd und ritt dem Tannenbühl zu. Im Tannenbühl, wo die Bäume dichter standen, saß er ab, band sein Pferd an und ging schnellen Schrittes dem Gipfel des Hügels zu. Und als er vor der dicken Tanne stand, hob er seinen Spruch an. »Schatzhauser im grünen Tannenwald, bist viele hundert Jahre alt, dein ist all Land, wo Tannen stehen, lässt dich nur Sonntagskindern sehen.« Da kam das Glasmännlein hervor, aber nicht freundlich und traulich wie sonst, sondern düster und traurig. Es hatte ein Röcklein an von schwarzem Glas, und ein langer Trauerflur flatterte herab vom Hut, und Peter wusste wohl, um wen es trauerte. »Was willst du von mir, Peter Muck?«, fragte es mit dumpfer Stimme. »Ich hab noch einen Wunsch, Herr Schatzhauser«, antwortete Peter mit niedergeschlagenen Augen. »Könnst dein Herzen noch wünschen?«, sagte Jena. »Du hast alles, was du für deinen schlechten Sinn bedarfst, und ich werde schwerlich deinen Wunsch erfüllen.« »Aber ihr habt mir doch drei Wünsche zugesagt, einen hab ich immer noch übrig.« »Doch kann ich ihn versagen, wenn er töricht ist«, fuhr der Waldgeist fort, »aber wohl an, ich will hören, was du willst.« »So nehmt mir den toten Stein heraus und gebet mir mein lebendiges Herz«, sprach Peter. »Hab ich den Handel mit dir gemacht?«, fragte das Glas Männlein, »bin ich der Holländer, Michiel, der Reichtum und kalte Herzen schenkt? Dort, bei ihm, musst du dein Herz suchen.« »Ach, er gibt es nimmer zurück«, antwortete Peter. »Du dauerst mich, so schlecht du auch bist«, sprach das Männlein nach einigem Nachdenken. »Aber weil dein Wunsch nicht töricht ist, so kann ich dir wenigstens meine Hilfe nicht versagen, so höre. Dein Herz kannst du mit keiner Gewalt mehr bekommen, wohl aber durch List, und es wird vielleicht nicht schwer halten. Denn Michiel bleibt doch nur der dumme Michiel, obgleich er sich ungemein klugdünkt. So gehe denn geradewegs zu ihm hin und tue, was ich dich heiße.« Und nun unterrichtete er ihnen allem und gab ihm ein Kreuzlein aus reinem Glas. »Am Leben kann er dir nicht schaden, und er wird dich freilassen, wenn du ihm dies vorhalten und dazu beten wirst. Und hast du denn, was du verlangst, erhalten? So komm wieder zu mir an diesen Ort.« Peter Munk nahm das Kreuzlein, prägte sich alle Worte ins Gedächtnis und ging weiter nach Holländer Michiels Behausung. Er rief dreimal seinen Namen, und alsbald stand der Riese vor ihm. »Du hast ein Weib erschlagen, haha«, fragte er mit schrecklichem Lachen. »Hätte ich es auch so gemacht, ja. Sie hat dein Vermögen an das Bettelfolk gebracht. Aber du wirst auf einige Zeit außer Landes gehen müssen, denn es wird Lärm machen, wenn man sie nicht findet. Du brauchst wohl Geld und kommst, um es zu holen?« »Du hast es erraten«, erwiderte Peter, »und nur recht viel diesmal, denn nach Amerika ist's weit.« Michiel ging voran und brachte ihn in seine Hütte. Dort schloss er eine Truhe auf, worin viel Geld lag, und langte ganze Rollen Gold heraus. Während er es so auf den Tisch hinzählte, sprach Peter, »Du bist ein loser Vogel, Michiel, dass du mich belogen hast. Ich hätte einen Stein in der Brust, und du habest mein Herz.« »Und ist es denn nicht so?«, fragte Michiel staunt. »Fühlst du denn dein Herz? Ist es nicht kalt wie Eis? Hast du Furcht oder Kram? Kann ich etwas räumen?« »Du hast mein Herz nur stillstehen lassen, aber ich habe es noch wie sonst in meiner Brust, und Ezechiel auch. Der hat es mir gesagt, dass du uns angelogen hast. Du bist nicht der Mann dazu, der einem das Herz so unbemerkt und ohne Gefahr aus der Brust reißen könnte, da müsstest du zaubern können.« »Aber ich versichere dir,« rief Michiel unmutig, »du und Ezechiel und alle reichen Leute, die es mit mir gehalten, haben solche kalten Herzen wie du, und ihre rechten Herzen habe ich hier in meiner Kammer.« »Ei, wie dir das Lügen von der Zunge geht,« lachte Peter. »Das macht du einem anderen weiß. Meinst du, ich habe auf meinen Reisen nicht solche Kunststücke zu Dutzenden gesehen? Aus Wachs nachgeahmt sind deine Herzen hier in der Kammer. Du bist ein reicher Kerl, das geb ich zu, aber zaubern kannst du nicht.« Da ergrimmte der Riese und riss die Kammertüre auf. »Komm herein und lies die Zettel alle, und jenes dort schau, das ist Peter Munkts Herz. Siehst du, wie es zuckt? Kann man das auch aus Wachs machen?« »Und doch ist es aus Wachs,« antwortete Peter. »So schlägt dein rechtes Herz nicht. Ich habe das meinige noch an der Brust. Nein, zaubern kannst du nicht.« »Aber ich will es dir beweisen,« rief Jena ärgerlich. »Du sollst es selbst fühlen, dass dies dein Herz ist.« Er nahm es, riss Peters Wams auf und nahm einen Stein aus seiner Brust und zeigte ihn vor. Dann nahm er das Herz, hauchte es an und setzte es behutsam an seine Stelle. Und alsbald fühlte Peter, wie es pochte, und er konnte sich wieder darüber freuen. »Wie ist es dir jetzt?« fragte Michiel lächelnd. »Hm, wahrhaftig, du hast doch recht gehabt,« antwortete Peter, indem er behutsam sein Kreuzlein aus der Tasche zog. »Hätte ich doch nicht geglaubt, dass man dergleichen tun könne.« »Nicht wahr? Und zaubern kann ich, das siehst du. Aber komm, jetzt will ich dir den Stein wieder hineinsetzen.« »Gemach, Herr Michiel,« rief Peter, trat einen Schritt zurück und hielt ihm das Kreuzlein entgegen. »Mit Speck fängt man Mäuse, und diesmal bist du der Betrogene.« Und zugleich fing er an zu beten, was ihm nur einfiel. Da wurde Michiel kleiner und immer kleiner, fiel nieder und wandte sich hin und her wie ein Wurm und ächzte und stöhnte, und alle Herzen umher fingen an zu zucken und zu pochen, dass es tönte wie in der Werkstatt eines Uhrmachers. Peter aber fürchtete sich, und es wurde ihm ganz unheimlich zumut. Er rannte zur Kammer und zum Haus hinaus und klimmte, von Angst getrieben, die Felsenwand hinan. Denn er hörte, dass Michiel sich aufraffte, stampfte und tobte und ihm schreckliche Flüche nachschickte. Als er oben war, lief er dem Tannenbüll zu. Ein schreckliches Gewitter zog auf, Blitze fielen links und rechts an ihm nieder und zerschmetterten die Bäume. Aber er kam wohlbehalten im Revier des Glasmännleins an. Sein Herz pochte freudig, und nur darum, weil es pochte. Dann aber sah er mit Entsetzen auf sein Leben zurück wie auf das Gewitter, das hinter ihm rechts und links den schönen Wald zersplitterte. Er dachte an Frau Liesbeth, sein schönes, gutes Weib, das er aus Geiz gemordet. Er kam sich selbst wie der Auswurf der Menschen vor, und er weinte heftig, als er an Glasmännleins Hügel kam. Schatzhauser saß schon unter dem Tannenbaum und rauchte aus einer kleinen Pfeife. Doch er sah munterer aus als zuvor. »Warum weinst du, Krönpeter?« fragte er. »Hast du dein Herz nicht erhalten? Liegt noch das Kalte in deiner Brust?« »Och, Herr«, seufzte Peter, »als ich noch das kalte Steinherz trug, da weinte ich nie, meine Augen waren so trocken wie das Land im Juli. Jetzt aber will es mir beinahe das alte Herz zerbrechen, was ich getan. Meine Schuldner habe ich ins Elend gejagt, auf Arme und Kranke die Hunde gehetzt, und ihr wisst es ja selbst, wie meine Peitsche auf ihre schöne Stirne fiel. »Peter, du warst ein großer Sünder«, sprach das Männlein, »das Geld und der Müßiggang haben dich verdorben, bis dein Herz zu Stein wurde, nicht Freude, nicht Leid, keine Reue, kein Mitleid mehr kannte. Aber Reue versöhnt, und wenn ich nur wüsste, dass dir dein Leben recht leid tut, so könnte ich schon noch was für dich tun.« »Ich will nichts mehr«, antwortete Peter und ließ traurig sein Haupt sinken. »Mit mir ist es aus, kann mich mein Lebtag nicht mehr freuen. Was soll ich so allein auf der Welt tun? Meine Mutter verzeiht mir nimmer, was ich ihr getan, und vielleicht habe ich sie unter den Boden gebracht, ich ungeheuer. Und Lisbeth, meine Frau, schlaget mich lieber auch tot, Herr Schatzhauser, dann hat mein Elendleben mit einmal ein Ende. »Gut«, erwiderte das Männlein, »wenn du nicht anders willst, so kannst du es haben.« »Meine Axt habe ich bei der Hand.« Er nahm ganz ruhig sein Pfeiflein aus dem Mund, klopfte es aus und steckte es ein. Dann stand er langsam auf und ging hinter die Tannen. Peter aber setzte sich weinend ins Gras, sein Leben war ihm nichts mehr, und er wartete geduldig den Todesstreich. Nach einiger Zeit hörte er leise Tritte hinter sich und dachte, »Jetzt wird er kommen.« »Schau dich noch einmal um, Peter Munk«, rief das Männlein. Er wischte sich die Tränen aus den Augen und schaute sich um und sah seine Mutter und Lisbeth, seine Frau, die ihn freundlich anblickten. Da sprang er freudig auf. »So bist du nicht tot, Lisbeth, und ihr seid auch da, Mutter, und habt ihr mir vergeben?« »Sie wollen dir verzeihen«, sprach das Glasmännlein, »weil du wahre Reue fühlst, und alles soll vergessen sein. Zieh jetzt heim in deines Vaters Hütte und sei ein Köhler wie zuvor. Bist du brav und bieder, so wirst du dein Handwerk ehren, und deine Nachbarn werden dich mehr lieben und achten, als wenn du zehn Tonnen Gold hättest.« So sprach das Glasmännlein und nahm Abschied von ihnen. Die drei lobten und segneten es und gingen heim. Das prachtvolle Haus des reichen Peters stand nicht mehr. Der Blitz hatte es angezündet und mit all seinen Schätzen niedergebrannt. Aber nach der väterlichen Hütte war es nicht weit. Dorthin ging jetzt ihr Weg, und der große Verlust bekümmerte sie nicht. Aber wie staunten sie, als sie an die Hütte kamen? Sie war zu einem schönen Bauernhaus geworden, und alles darin war einfach, aber gut und reinlich. »Das hat das gute Glasmännlein getan«, rief Peter. »Wie schön«, sagte Frau Lisbeth, »und hier ist mir viel heimischer als in dem großen Haus mit dem vielen Gesinde.« Von jetzt an wurde Peter Munk ein fleißiger und wackerer Mann. Er war zufrieden mit dem, was er hatte, trieb sein Handwerk unverdrossen, und so kam es, dass er durch eigene Kraft wohlhabend wurde und angesehen und beliebt im ganzen Wald. Er zankte nie mehr mit Frau Lisbeth, ehrte seine Mutter und gab den Arm, die an seine Türe pochten. Als nach Jahr und Tag Frau Lisbeth von einem schönen Knaben genas, ging Peter nach dem Tannenbühl und sagte sein Sprüchlein. Aber das Glasmännlein zeigte sich nicht. »Herr Schatzhauser«, rief er laut, »hört mich doch, ich will ja nichts anderes, als euch zu Gevatter bitten bei meinem Söhnlein.« Aber es gab keine Antwort. Nur ein kurzer Windstoß sauste durch die Tannen und warf einige Tannenzapfen herab ins Gras. »So will ich dies zum Andenken mitnehmen, weil ihr euch doch nicht sehen lassen wolltet«, rief Peter, steckte die Zapfen in die Tasche und ging nach Hause. Aber als er zu Hause das Sonntagswams auszog und seine Mutter die Taschen umwandte und das Wams in den Kasten legen wollte, da fielen vier stattliche Geldrollen heraus, und als man sie öffnete, waren es lauter gute neue badische Taler, und kein einziger Falscher darunter. Und das war das Patengeschenk des Männleins im Tannenwald für den kleinen Peter. Sie lebten still und unverdrossen fort, und noch oft nachher, als Peter Munk schon graue Haare hatte, sagte er, »Es ist doch besser, zufrieden zu sein mit Wenigem, als Gold und Güte haben und ein kaltes Herz.« Es mochten schon etwa fünf Tage vergangen sein, während Felix, der Jäger und der Student, noch immer unter den Räubern gefangen saßen. Sie wurden zwar von dem Hauptmann und seinen Untergebenen gut behandelt, aber dennoch sehnten sie sich nach Befreiung, denn je mehr die Zeit fortrückte, desto höher stieg auch ihre Angst vor der Entdeckung. Am Abend des fünften Tages erklärte der Jäger seinen Leidensgenossen, dass er entschlossen sei, in dieser Nacht loszubrechen, und wenn es ihn auch das Leben kosten sollte. Er munterte seine Gefährten zum gleichen Entschluss auf und zeigte ihnen, wie sie ihre Flucht ins Werk setzen könnten. »Den, der uns zunächst steht, nehme ich auf mich. Es ist Notwehr, und Not kennt kein Gebot. Er muss sterben.« »Sterben«, rief Felix entsetzt, »ihr wollt ihn totschlagen?« »Das bin ich fest entschlossen, wenn es darauf ankommt, zwei Menschenleben zu retten. Wisset, dass sich die Räuber mit besorglicher Miene habe flüstern hören. Im Wald werde nach ihnen gestreift, und die alten Weiber verrieten in ihrem Zorn die böse Absicht der Bande. Sie schimpften auf uns und gaben zu verstehen, wenn die Räuber angegriffen würden, so müssten wir ohne Gnade sterben.« »Gott im Himmel«, schrie der Jüngling entsetzt und verbarg sein Gesicht in die Hände. »Noch haben Sie uns das Messer nicht an die Kehle gesetzt«, fuhr der Jäger fort, »drum lasst uns ihn zuvor kommen. Wenn es dunkel ist, schleiche ich auf die nächste Wache zu. Sie wird anrufen. Ich werde ihm zuflüstern, die Gräfin sei plötzlich sehr krank geworden, und indem er sich umsieht, stoße ich ihn nieder. Dann hole ich euch ab, junger Mann, und der zweite kann uns ebenso wenig entgehen. Und beim dritten haben wir zu zweit leichtes Spiel.« Der Jäger sah bei diesen Worten so schrecklich aus, dass Felix sich vor ihm fürchtete. Er wollte ihn bereden, von diesem blutigen Gedanken abzustehen, als die Türe leise aufging und schnell eine Gestalt hereinschlüpfte. Es war der Hauptmann. Behutsam schloss er wieder zu und winkte den beiden Gefangenen, sich ruhig zu verhalten. Er setzte sich neben Felix nieder und sprach, »Frau Gräfin, ihr seid in schlimmer Lage. Euer Herr Gemahl hat nicht Wort gehalten, er hat nicht nur das Lösegeld nicht geschickt, sondern er hat auch die Regierung umher aufgeboten. Bewaffnete Mannschaft streift von allen Seiten durch den Wald, um mich und meine Leute auszuheben. Ich habe eurem Gemahl gedroht, euch zu töten, wenn er Miene macht, uns anzugreifen. Doch es muss ihm entweder in eurem Leben wenig liegen, oder er traut unseren Schwüren nicht. Euer Leben ist in unserer Hand, ist nach unseren Gesetzen verwirkt. Was wollet ihr dagegen einwenden?« Bestürzt sahen die Gefangenen vor sich nieder. Sie wussten nicht zu antworten, denn Felix erkannte wohl, dass ihn das Geständnis über seine Verkleidung nur noch mehr in Gefahr setzen könnte. »Es ist mir unmöglich.« fuhr der Hauptmann fort, »eine Dame, die meine vollkommene Achtung hat, also in Gefahr zu sehen. Darum will ich euch einen Vorschlag zur Rettung machen. Es ist der einzige Ausweg, der euch übrig bleibt. Ich will mit euch entfliehen.« Erstaunt, überrascht, blickten ihn beide an. Er aber sprach weiter, »Die Mehrzahl meiner Gesellen ist entschlossen, nach Italien zu ziehen und unter einer weit verbreiteten Bande Dienste zu nehmen.« Mir für mein Teil behagt es nicht, unter einem anderen zu dienen, und darum werde ich keine gemeinschaftliche Sache mit Ihnen machen. »Wenn ihr mir nun euer Wort geben wolltet, Frau Gräfin, für mich gut zu sprechen, eure mächtigen Verbindungen zu meinem Schutze anzuwenden, so kann ich euch noch frei machen, ehe es zu spät ist.« Felix schwieg verlegen. Sein redliches Herz sträubte sich, den Mann, der ihm das Leben retten wollte, geflissentlich einer Gefahr auszusetzen, vor welcher er ihn nachher nicht schützen könnte. Als er noch immer schwieg, fuhr der Hauptmann fort, »man sucht gegenwärtig überall Soldaten. Ich will mit dem geringsten Dienst zufrieden sein, ich weiß, dass ihr viel vermöget. Aber ich will ja nichts weiter als euer Versprechen, etwas für mich in dieser Sache zu tun.« »Nun denn«, antwortete Felix mit niedergeschlagenen Augen, »ich verspreche euch, was ich tun kann, was in meinen Kräften steht, anzuwenden, um euch nützlich zu sein. Legt doch, wie es euch ergehe, ein Trost für mich darin, dass ihr diesem Räuberleben euch selbst freiwillig entzogen habt.« Gerührt küsste der Hauptmann die Hand dieser gütigen Dame, flüsterte ihr noch zu, sich zwei Stunden nach Anbruch der Nacht bereitzuhalten, und verließ dann ebenso vorsichtig, wie er gekommen war, die Hütte. Die Gefangenen atmeten frei, als er hinweggegangen war. »Wahrlich«, rief der Jäger, »dem hat Gott das Herz gelenkt. Wie wunderbar sollen wir errettet werden! Hätte ich mir träumen lassen, dass in der Welt noch etwas dergleichen geschehen könnte, und dass mir ein solches Abenteuer begegnen sollte?« »Wunderbar allerdings«, erwiderte Felix. »Aber habe ich auch recht getan, diesen Mann zu betrügen? Was kann ihm ein Schutz frommen? Saget selbst, Jäger, heißt es ihn nicht an den Galgenlocken, wenn ich ihm nicht gestehe, wer ich bin?« »Ai, wie möget ihr solche Skrupel haben, lieber Junge«, entgegnete der Student, »nachdem ihr eure Rolle so meisterhaft gespielt, nein, darüber dürft ihr euch nicht ängstigen, das ist nichts anderes als erlaubte Notwehr. Hat er doch den Frevel begangen, eine angesehene Frau schändlicherweise von der Straße hinwegführen zu wollen, und wäret ihr nicht gewesen, wer weiß, wie es um das Leben der Geifhin stände, nein, ihr habt nicht Unrecht getan. Übrigens glaube ich, er wird bei den Gerichten sicher ein Stein im Brett gewinnen, wenn er, das Haupt dieses Gesindels, sich selbst ausliefert.« Dieser letztere Gedanke tröstete den jungen Goldschmied. Freudig bewegt und doch wieder voller banger Besorgnis über das Gelingen des Planes, durchlebten sie die nächsten Stunden. Es war schon dunkel, als der Hauptmann auf einen Augenblick in die Hütte trat, ein Bündel Kleider niederlegte und sprach, »Frau Gräfin, um unsere Flucht zu erleichtern, müsst ihr notwendig diese Männerkleidung anlegen. Machet euch fertig, in einer Stunde treten wir den Marsch an.« Nach diesen Worten verließ er die Gefangenen, und der Jäger hatte Mühe, nicht laut zu lachen. »Das wäre nun die zweite Verkleidung«, rief er, »und ich wollte schwören. Diese steht euch noch besser als die erste.« Sie öffneten das Bündel und fanden ein hübsches Jagdkleid mit allem Zubehör, das Felix trefflich passte. Nachdem er sich gerüstet, wollte der Jäger die Kleider der Gräfin an einen Winkel der Hütte werfen, Felix gab es aber nicht zu. Er legte sie zu einem kleinen Bündel zusammen und äußerte, er wolle die Gräfin bitten, sie ihm zu schenken, und sie dann sein ganzes Leben hindurch zum Andenken an diese merkwürdigen Tage aufbewahren. Endlich kam der Hauptmann. Er war vollständig bewaffnet und brachte dem Jäger die Büchse, die man ihm abgenommen, und ein Pulverhorn. Auch dem Studenten gab er eine Flinte, und Felix reichte an Hirschfänger, mit der Bitte, ihn auf den Fall der Not umzuhängen. Es war ein Glück für die drei, dass es sehr dunkel war. Denn leicht hätten die leuchtenden Blicke, womit Felix diese Waffe empfing, dem Räuber seinen wahren Stand verraten können. Als diese behutsam aus der Hütte getreten waren, bemerkte der Jäger, dass der gewöhnliche Posten an der Hütte diesmal nicht besetzt sei. So war es möglich, dass sie unbemerkt an den Hütten vorbeischleichen konnten, doch schlug der Hauptmann nicht den gewöhnlichen Pfad ein, der aus der Schlucht in den Wald hinaus führte, sondern er näherte sich einem Felsen, der ganz senkrecht und, wie es schien, unzugänglich vor ihm lag. Als sie dort angekommen waren, machte der Hauptmann auf eine Strickleiter aufmerksam, die an dem Felsen herabgespannt war. Er warf seine Büchse auf den Rücken und stieg zuerst hinan. Dann rief er der Gräfin zu ihm zu folgen und bot ihr die Hand zur Hilfe. Der Jäger stieg zuletzt herauf. Hinter diesem Felsen zeigte sich ein Fußpfad, den sie einschlugen und rasch vorwärts gingen. »Dieser Fußpfad,« sprach der Hauptmann, »führt nach der Aschaffenburger Straße. Dorthin wollen wir uns begeben, denn ich habe genau erfahren, dass ihr Gemahl, der Graf, sich gegenwärtig dort aufhält.« Schweigend zogen sie weiter, der Räuber immer voran, die drei anderen dicht hinter ihm. Noch drei Stunden hielten sie an. Der Hauptmann lud Felix ein, sich auf einen Baumstamm zu setzen, um auszuruhen. Er zog Brot, eine Feldflasche mit altem Wein hervor, und bot es den Ermüdeten an. »Ich glaube, wir werden, ehe eine Stunde vergeht, auf den Kordon stoßen, den das Militär durch den Wald gezogen hat. In diesem Fall bitte ich Sie, mit dem Anführer der Soldaten zu sprechen und gute Behandlung für mich zu verlangen.« Felix sagte auch dies zu, obwohl er sich von seiner Verwendung geringen Erfolg versprach. Sie ruhten noch eine halbe Stunde und brachen dann auf. Sie mochten etwa wieder eine Stunde gegangen sein und näherten sich schon der Landstraße. Der Tag fing an heraufzukommen, und die Dämmerung verbreitete sich schon im Wald, als ihre Schritte plötzlich durch ein lautes »Halt! Steht!« gefesselt wurden. Sie hielten, und fünf Soldaten rückten gegen sie vor und bedeuteten ihnen, sie müssten folgen und vor dem kommandierenden Major sich über ihre Reise ausweisen. Als sie noch etwa fünfzig Schritte gegangen waren, sahen sie links und rechts im Gebüsch Gewehre blitzen, eine große Schar schien den Wald besetzt zu haben. Der Major saß mit mehreren Offizieren und anderen Männern unter einer Eiche. Als die Gefangenen vor ihn gebracht wurden, und er eben anfangen wollte, sie zu examinieren über das »Woher und Wohin«, sprang einer der Männer auf und rief »Mein Gott, was sehe ich? Das ist ja Gottfried, unser Jäger!« »Jawohl, Herr Amtmann«, antwortete der Jäger mit freudiger Stimme, »da bin ich und wunderbar gerettet aus der Hand des schlechten Gesindels!« Die Offiziere erstaunten, ihn hier zu sehen. Der Jäger aber bat den Major und den Amtmann, mit ihm auf die Seite zu treten, und erzählte in kurzen Worten, wie sie errettet wurden und wer der Dritte sei, welcher ihn und den jungen Goldschmied begleite. Erfreut über diese Nachricht, traf der Major sogleich seine Maßregeln, den wichtigen Gefangenen weitertransportieren zu lassen. Den jungen Goldschmied aber führte er zu seinen Kameraden, stellte ihn als den heldenmütigen Jüngling vor, der die Gräfin durch seinen Mut und seine Geistesgegenbart gerettet habe, und alle schüttelten Felix freudig die Hand, lobten ihn und konnten nicht satt werden, sich von ihm und dem Jäger ihre Schicksale erzählen zu lassen. Indessen war es völlig Tag geworden. Der Major beschloss, die Befreiten selbst bis in die Stadt zu begleiten. Er ging mit ihnen und dem Amtmann der Gräfin in das nächste Dorf, wo sein Wagen stand, und dort musste sich Felix zu ihm in den Wagen setzen. Der Jäger, der Student, der Amtmann und viele andere Leute ritten vor ihnen her, und so zogen sie im Triumph der Stadt zu. Wie ein Lauffeuer hatte sich das Gerücht von dem Überfall in der Waldschenke, von der Aufopferung des jungen Goldarbeiters in der Gegend verbreitet, und ebenso reißend ging jetzt die Sage von seiner Befreiung von Mund zu Mund. Es war daher nicht zu verwundern, dass in der Stadt, wohin sie zogen, die Straßen gedrängt voll Menschen standen, die den jungen Helden sehen wollten. Alles drängte sich zu, als der Wagen langsam hereinfuhr. »Das ist er!« riefen sie. »Sieht ihn dort im Wagen neben dem Offizier! Es lebe der brave Goldschmidsjunge!« Und ein tausendstimmiges Hoch füllte die Lüfte. Felix war beschämt, gerührt von der rauschenden Freude der Menge. Aber ein noch rührenderer Anblick stand ihm auf dem Rathause der Stadt bevor. Ein Mann von mittleren Jahren, in reichen Kleidern, empfing ihn an der Treppe und umarmte ihn mit Tränen in den Augen. »Wie kann ich dir vergelten, mein Sohn?« rief er. »Du hast mir viel gegeben, als ich nahe daran war, unendlich viel zu verlieren. Du hast mir die Gattin, meinen Kindern, die Mutter gerettet, denn ihr zartes Leben hätte die Schrecken einer solchen Gefangenschaft nicht ertragen.« Es war der Gemahl der Gräfin, der diese Worte sprach. So sehr sich Felix sträuben mochte, einen Lohn für seine Aufopferung zu bestimmen, so unerbittlich schien der Graf darauf bestehen zu wollen. Da fiel dem Jüngling das unglückliche Schicksal des Räuberhauptmanns ein. Er zählte, wie er ihn gerettet, wie diese Rettung eigentlich der Gräfin gegolten habe. Der Graf, gerührt nicht sowohl von der Handlung des Hauptmanns als von dem neuen Beweis einer edlen Uneigennutzigkeit, den Felix durch die Wahl seiner Bitte ablegte, versprach, das seinige zu tun, um den Räuber zu retten. Noch am selben Tag aber führte der Graf, begleitet von dem wackeren Jäger, den jungen Goldschmied nach seinem Schlosse, wo die Gräfin, noch immer besorgt um das Schicksal des jungen Mannes, der sich für sie geopfert, sehnsuchtsvoll auf Nachrichten wartete. Wer beschreibt ihre Freude, als ihr Gemahl den Retter an der Hand in ihr Zimmer trat? Sie fand kein Ende, ihn zu befragen, ihm zu danken. Sie ließ ihre Kinder herbeibringen und zeigte ihnen den hochherzigen Jüngling, dem ihre Mutter so unendlich viel verdanke. Und die Kleinen fassten seine Hände, und der zarte Sinn ihres kindlichen Dankes, ihre Versicherung, dass er ihnen nach Vater und Mutter auf der ganzen Erde das Liebste sei, waren ihm die schönste Entschädigung für manchen Kummer, die schlaflosen Nächte in der Hütte der Räuber. Als die ersten Momente des frohen Wiedersehens vorüber waren, winkte die Gräfin einem Diener, welcher bald darauf jene Kleider und das wohlbekannte Ränzchen herbeibrachte, welche Felix der Gräfin in der Waldschenk überlassen hatte. »Hier ist alles,« sprach sie mit gütigem Lächeln, »was ihr mir in jenen furchtbaren Augenblicken gegeben. Es ist der Zauber, womit ihr mich umhüllt habt, um meine Verfolger mit Blindheit zu schlagen. Es steht euch wieder zu Diensten, doch will ich euch den Vorschlag machen, diese Kleider, die ich zum Andenken an euch aufbewahren möchte, mir zu überlassen, und zum Tausch dafür, die Summe anzunehmen, welche die Räuber zum Lösegeld für mich bestimmten.« Felix erschrak über die Größe dieses Geschenkes. Sein edler Sinn sträubte sich, einen Lohn für das anzunehmen, was er aus freiem Willen getan. »Gnädige Frau«, sprach er bewegt, »ich kann dies nicht gelten lassen. Die Kleider sollen euer sein, wie ihr es befehlet, jedoch die Summe, von der ihr sprechet, kann ich nicht annehmen. Doch weil ich weiß, dass ihr mich durch irgendetwas belohnen wollet, so erhaltet mir eure Gnade statt anderen Lohnes. Und sollte ich in den Fall kommen, eurer Hilfe zu bedürfen, so könnt ihr darauf rechnen, dass ich euch darum bitten werde.« Noch lange drang man in den jungen Mann, aber nichts konnte seinen Sinn ändern. Die Gräfin und ihr Gemahl gaben endlich nach, und schon wollte der Diener die Kleide und das Ränzchen wieder wegtragen, als Felix sich an das Geschmeide erinnerte, das er im Gefühl so vieler freudiger Szenen ganz vergessen hatte. »Halt«, rief er, »nur etwas müsst ihr mir noch aus meinem Ränzchen zu nehmen erlauben, gnädige Frau, das Übrige ist dann ganz und völlig euer.« »Schaltet nach Belieben«, sprach sie, »obgleich ich gerne alles zu eurem Gedächtnis behalten hätte, so nehmt nur, was ihr etwa davon nicht entbehren wollet. Doch, wenn man fragen darf, was liegt euch denn so sehr am Herzen, dass ihr es mir nicht überlassen möget?« Der Jüngling hatte während dieser Worte sein Ränzchen geöffnet und ein Kästchen von rotem Saffian herausgenommen. »Was meinest, könnt ihr alles haben«, erwiderte er lächelnd, »doch dies gehört meiner lieben Frau Pate. Ich habe es selbst gefertigt und muss es ihr bringen. Es ist ein schmuckgnädige Frau«, fuhr fort, indem er das Kästchen öffnete und ihr hinbot, »ein Schmuckern, welchem ich mich selbst versucht habe.« Sie nahm das Kästchen, aber, nachdem sie kaum einen Blick darauf geworfen, fuhr sie betroffen zurück, »wee, diese Steine«, rief sie, »und für eure Pate sind sie bestimmt, saget ihr?« »Jawohl«, antwortete Felix, »meine Frau Pate hat mir die Steine geschickt. Ich habe sie gefasst und bin auf dem Wege, sie selbst zurückzubringen.« Gerührt sahen die Gräfin an, Tränen drang aus ihren Augen, »so, du bist Felix Perner aus Nürnberg?«, rief sie. »Jawohl, aber woher wüsst ihr so schnell meinen Namen?«, fragte der Jüngling und sah sie bestürzt an. »O, wundervolle Fügung des Himmels«, sprach sie gerührt zu ihrem staunenden Gemahl. »Das ist ja Felix, unser Patchen, der Sohn unserer Kammerfrau Sabine, Felix, ich bin es ja, zu der du kommen wolltest, so hast du deine Pate gerettet, ohne es zu wissen.« »Wie? Seid ihr die Gräfin Sandau, die so viel an mir und meiner Mutter getan? Und dies ist das Schloss Mainburg, wohin ich wandern wollte? Wie danke ich dem gütigen Geschick, das mich so wunderbar mit euch zusammentreffen ließ! So habe ich euch doch durch die Tat, welche auch in geringem Maße, meine große Dankbarkeit bezeigen können.« »Du hast mehr an mir getan«, erwiderte sie, »als ich je an dir hätte tun können, doch solange ich lebe, will ich dir zu zeigen suchen, wie unendlich viel wir dir alle schuldig sind. Mein Gatte soll dein Vater, meine Kinder deine Geschwister und ich selbst will deine treue Mutter sein, und dieser Schmuck, der dich zu mir führte in der Stunde der höchsten Not, soll meine beste Zierde werden, denn er wird mich immer an dich und deinen Edelmut erinnern.« So sprach die Gräfin und hielt Wort. Sie unterstützte den glücklichen Felix auf seinen Wanderungen reichlich. Als er zurückkam als ein geschickter Arbeiter in seiner Kunst, kaufte sie ihm in Nürnberg ein Haus, richtete es vollständig ein, und ein nicht geringer Schmuck in seinem besten Zimmer waren schön gemalte Bilder, welche die Szenen in der Waldschenke und Felixes Leben unter den Räubern vorstellten. Dort lebte Felix als ein geschickter Goldarbeiter. Der Ruhm seiner Kunst verband sich mit der wunderbaren Sage von seinem Heldenmut und verschaffte ihm Kunden im ganzen Reiche. Viele Fremde, wenn sie durch die schöne Stadt Nürnberg kamen, ließen sich in die Werkstatt des berühmten Meisters Felix führen, um ihn zu sehen, zu bewundern, wohl auch ein schönes Geschmeide bei ihm zu bestellen. Die angenehmsten Besuche waren ihm aber der Jäger, der Zirkelschmied, der Student und der Fuhrmann. So oft der Letztere von Würzburg nach Fürth fuhr, sprach er bei Felix ein. Der Jäger brachte ihm beinahe alle Jahre Geschenke von der Gräfin. Der Zirkelschmied aber ließ sich, nachdem er in allen Ländern umhergewandert war, bei Meister Felix nieder. Eines Tages besuchte sie auch der Student. Er war indessen ein bedeutender Mann im Staat geworden, schämte sich aber nicht, bei Meister Felix und dem Zirkelschmied ein Abendessen zu verzehren. Sie erinnerten sich an alle Szenen der Waldschenke, und der ehemalige Student erzählte, er habe den Räuberhauptmann in Italien wiedergesehen. Er habe sich gänzlich gebessert und diene als braver Soldat dem König von Neapel. Felix freute sich, als er dies hörte. Ohne diesen Mann wäre er zwar vielleicht nicht in jene gefährliche Lage gekommen, aber ohne ihn hätte er sich auch nicht aus Räuberhand befreien können. Und so geschah es, dass der wackere Meister Goldschmied nur friedliche und freundliche Erinnerungen hatte, wenn er zurückdachte an das Wirtshaus im Spessart. Das war der komplette Märcheneimer nach von Wilhelm Hauf aus dem Jahre 1828. Wenn dir die Geschichten gefallen haben, würde ich mich freuen, wenn du auf den Daumen hochklickst. Wenn du magst, hören wir uns morgen wieder. Aber jetzt... Schlaf gut.